Musik Herzlich Willkommen zurück zum zweiten Teil von Giga Birthday, Projekt 26. Wir feiern ganz groß Geburtstag und verschleißen dabei die Lebenserwartung aller Moderatoren. Aber damit wir wieder zu Kräften kommen, gibt es heute eine Geburtstagstorte am Morgen. Balance. Wir haben ja jetzt richtig Geburtstag. Unsere Dekoration fällt schon vom Pult. Die Sahne schmeckt aber gut. Ja, also wir haben extra eine leckere Torte, denn eigentlich haben wir ja jetzt erst Geburtstag. Ja, eigentlich ist es jetzt genau. Vier Jahre her bei Giga und zwei Jahre bei Giga Games. Und da wir keine unterschiedlichen Farben bei den Kerzen hatten, kriegt ihr eine fette Kerze, okay? Okay, richtig in die Mitte rein. So. Oh, ich hab die, ach nein, also, nee, weißt du, nein, ich finde das sollte. Ich hab noch die Kerze in der Giga. Okay, dann machst du vier an, ich zwei, ne, das sind aber nicht genug da. Mach du einfach mal drei an. Okay, ich mach die hier vorne und du machst die da. Ich finde Ehre, wem Ehre gebührt. Okay. Cool. Wir haben natürlich alle nicht geschlafen, sondern haben uns die vorne schon mit den Tagen gekannt. Ja, du warst ja sowieso in der Held Night auch ganz aktiv, ne? Ja, ich war bis vier Uhr dann auch da und heute Morgen, also, du kennst das vielleicht, als Frau nicht unbedingt, aber als Kerl stehst du dann vorm Spiegel und denkst so, ich kenn dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und ungefähr so ging's mir jetzt heute wirklich und jetzt bin ich aber total fit und total froh, hier jetzt mit dir moderieren zu dürfen. Ja, ich auch. Ist ja für mich das erste Mal. Stimmt. Ja, die Kollegen durften gestern schon alle ran und jetzt bin ich endlich. Aber du machst einen Riesenrutsch von fünf Stunden mit mir. Ja, ja, das habe ich jetzt auch gerade erfahren. Wieso, freust du dich nicht? Doch, ich bin wirklich begeistert. Also, ich habe ja heute da noch keine Takes, deswegen kann ich mich voll und ganz dir und den Leuten da draußen widmen, das freut mich. Genau, und ich hoffe, wir machen natürlich den vierten Teil von Projekt 26 noch ganz rund mit ganz vielen tollen Gästen und Themen. Wir haben unter anderem Walter Freiweit zu Gast. Ja, die rotischste Stimme Deutschlands. Ja, die beste Verkaufsstimme aus dem Fernsehen. Ich glaube, der kann einem alles verticken. Ich denke auch, also wir kennen vielleicht aus der Preise, es heißt aber erst die anonyme Stimme im Hintergrund. Ja, richtig. Und dann hat er sich offensichtlich hochgeredet bis zum Präsentator und jetzt macht er ja RTL-Shop. Und da sieht man ihn ja. Ich habe ihn jetzt sogar, als ich heimgegangen bin, habe ich ihn in der Wiederholung gesehen. War mir nicht sicher, vielleicht war es auch live und der Kerl kommt irgendwie total fertig hier an. Schauen wir mal. Ja, und da bin ich gespannt. Da werden wir ihn natürlich auch nötigen, irgendwas zu tun für uns. Ja, also wir haben uns da schon was ausgedacht. Ja. Es könnte interessant werden. Es wird spannend, es wird spannend. Und wir lassen erst mal unsere Kerzen hier an, ne? Und den Kuchen schneiden wir im Laufe der Stunde oder so an. Ja, wobei ich das immer hasse, dann ist natürlich überall der Wachs und der hängt einem dann zwischen den Zähnen und so. Aber man muss auch mal in Wachs weisen können. Ja, man muss doch, die arme Torte, die hatte noch überhaupt keine Zeit, sich zu zeigen, weißt du? Ja. Ich finde, die soll ja noch nicht angeschnitten werden. Ja, die ist auch irgendwo wichtiger heute als wir. Zumindest das, wofür sie steht. Auch wenn es fünf Kerzen sind, fällt mir gerade auf. Das ist die Lebenskerze. Ist das wirklich so? Oder sagst du das jetzt? Doch, doch. Außerdem ist das die Extra-Kerze für Games. Ah, weil wir zwei Jahre alt geworden sind. Ja genau, ihr bekommt einen fetten Wachs-Klumpen in der Mitte. Das sind wir ja. Gut, dann laufen wir einfach mal los, ne? Ich fange bei den Stars an. Fangen wir an? Hallo, wie geht's euch? Ja, es geht, ja. Ich bin ganz gut nach Hause gekommen. Ah, da ist der Maiko. Der ist auch wach. Ja, aber der hat eine harte Nacht. Hat so viel gesoffen, dass er schon wieder trocken ist, irgendwie. Weißt du, wie ich das meine? Also, der saugt so viel, dass er saugt so oft. Ja, ja, der ist einfach eine tropische Pfeile, ne? Der wird nicht trocken. Ja, genau. Ist der nicht, ja. Wir haben das eben gesagt bekommen. Echt? Fette Heiko nimmt immer so viel Zeit irgendwie. Überziehst immer. Nein, das war ja so ein rutschflutsch, schneller Wechsel, dass ich überhaupt kein Ohr habe. Ich weiß gar nicht, was die Regie von mir möchte. Nein, nein, der fette Heiko überziehen. Ach so. Kann man alles auf den fetten Heiko sagen. Ja, genau. Wir schieben uns auf den. Wir haben heute ganz, ganz viele tolle Sachen. Wir haben unsere Home-Story. Wir haben... Ein Anime, äh, was? Worauf hast du denn gezeigt? Karaoke. Ah ja, genau. Für die Anime-Fans da draußen. Euch haben wir auch nicht vergessen. Es gibt ein Kult-Karaoke-Video. Und da müssen wir, Sumitra, auch alle singen. Ich weiß, du kannst nicht ganz so gut singen, aber es ist nicht schlimm, es ist Karaoke. Da fällt sich aus. Und ganz viel mehr, du musst weiter. Gäste auch. Der Höhner zum Beispiel. Ja, total cool. Aber guckt auf die Seite, da steht eh alles drauf. Auf der, auf die Seite. Ihr seht sehr gut aus heute Morgen. Danke, ich weiß. Okay. Hallo. Oh, ist das schon mal? Es ist doch schon morgens. Es sind ja, siehst du ja auch, äh, Mainzelmännchen, macht ja Sinn, ne? Ja, ja. Bei ID, wo guckst du so verwirrt durch die Gegend? Suchst du was? Ja, ich hab grad was gesucht. Ob wir überhaupt drauf sind? Nein, nein, nein. Wir haben ein Geschenk bekommen. Noch schönere Männer hast du gesucht? Nee, nee, wir haben ein Geschenk bekommen. Das wirst du nicht finden. Und ich hab gedacht, das hätten wir da auf dem, neben dem Pult liegen, aber das ist nicht so. Ja, für uns alle. Für uns alle. Ja, ja. Für uns? Nee, nee. Du schenkst dich uns? Jemand anders hat uns ein ganz großes Geschenk gemacht. Oh. Oh. Und kriegen wir das? Ja, wenn ich's finde... Oh, Abo. Oh. Geschenk. Ja, wenn ich's finde, wenn ich's finde, dann geb ich's euch natürlich. Ja, wir haben noch viele, viele Highlights auf jeden Fall. Ein großes Fonds heute. Ja. Ganz große Sachen. Also auf jeden Fall, wir feilschen immer noch ganz hart an unserem Comeback. Die Sport & Fun Boys werden, ich glaub, so viel ist sicher, werden heute ihr Comeback geben. Ich glaube auch. So viel ist sicher. Ja, ich denke schon. Ja, gut. Das ist sicher. Nicht sicher ist, mit wem, featuring wen, was für ein Lied, wie viele Slips wir da zugeworfen bekommen, das alles wissen wir nicht. Nein. Aber wir haben auch ein tolles Telefoninterview heute noch. Ja. Eigentlich sollte er ja vorbeikommen. Aber er darf nicht, weil sein Knie noch nicht in Ordnung ist. Die Rede ist von Nationalspieler und Abwehrchef von Bayer 0 für Leverkusen, Jens de Brodny. Gleich noch bei uns am Telefon, leider kann er nicht hier sein, aber wie gesagt, wir sprechen noch mit ihm. Und wir haben für alle, für alle Freunde, auch von Kathi unter anderem, unserer süßen Aufnahmeleiterin, wir haben ein Cheerleader-Special. Ganz genau. Cheerleader-Special. Ganz toll. Sehr cool, sehr cool. Und ich geh mal ganz schnell rüber zum Simon, der wartet da nämlich schon ganz ungeduldig, glaub ich. Obwohl auf meinem Plan eigentlich jetzt Update stehen würde mit Tom oder Jochen, wobei ich ja nicht glaube, dass Jochen noch irgendwie kommt, ist der nicht da. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, das ist nicht meine Schuld, liebe Programmleitung. So, ich sitze jetzt hier am NetBeat-Tisch, den ja ein Kollege von mir fälschlicherweise gestern Update genannt hat, Kollege Michael, und ich hab's mir ein bisschen weicher vorgestellt hier an der Ecke. Wenn hier immer die Sumi sitzt, gut, Frauen haben... Aber die Sumi magst du auch ein bisschen härter. Ja, die haben auch natürliche Polster am Hintern. Ja, okay, aber die Sumi nicht. Nein, 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 nein. Also bitte. Bring mich hier nicht in... Wir sind vier, darum sind wir hier. Ja, ihr beiden, was habt ihr denn jetzt heute für uns da? Wie habt ihr denn den Geburtstag gefeiert? Habt ihr getanzt im Regen? Ja, natürlich. Nackt. Nackt. Gelb, wenn's warm ist. Ja, klar. Wir haben tolle Themen heute natürlich auch, zur Feier des Tages zum Beispiel... Sag nicht, ein Perpito-Mobile. Ja, sozusagen Experimente des Jahres. Unter anderem werde ich dieses Brennstoffzellen-Auto zum Fahren bringen, hoffentlich. Und Sauerstoff und Wasserstoff erstellen. Und ich hoffe mal, dass uns das nicht um die Ohren fliegt. Es gibt aber noch viele andere tolle Sachen. Ja. Zum Beispiel... Wir haben immer noch dieses Spiel NetBeat ist, Pünktchen, Pünktchen. Weißt du, kennst du, so wie Liebe ist. Ja, und da müssen da die Community-Mitglieder antworten. Ganz viel Posten, ganz genau. Natürlich kenn ich das Spiel. Und es gibt zu allem möglichen auch ganz viel Filmchen und Fotostories. Und heute geht's vor allem darum, NetBeat ist Weltraum. Und wir haben richtig geile über 50 Wallpaper zum Runterladen, spacige. Und wir haben noch ein... Raumschiffen, Aliens und so. ...ein netten Filmchen, NetBeat ist Martin und Joe. Das und mehr gibt's heute bei uns. Also ihr habt auch einen großartigen Film gedreht. Ja. Ja, nicht nur einen. Nicht nur ein Update der Film, also ich finde, da sollte dann auch der NetBeat mal zu Wort kommen. Genau, genau. Wir haben viele Filme, alle zum Downloaden. Ich glaub, du musst weiter, Simon. Großartig, ich muss aber weiter. Da hat die Zoom in mir die ganze Zeit geklaut. Nein, die darf's ja gerne. Und deswegen ist sie jetzt bei meinen wunderhübschen Kollegen und präsentiert die die Themen von Games heute. Sie sehen heute Morgen auch wunderhübsch aus. Schön, dass ihr so gut wach geworden seid und da seid. Oh nein. Der Andy guckt mir schön ganz strafend an. Ich glaube nicht. Das sagt ein Blick. Ich bin eben gerade hier rein. Ich bin etwas zu spät, hab's nicht mehr ganz in die Maske geschafft. So sieht das aus, wenn ich ungefähr... Die ungeschminkte Wahl. ...35 Minuten wach bin. Na, aber das ist schon ziemlich gut. Auch mal was Nettes. Oh, Sumi, du bist nett. Soll ich mir ein Thema am besten anfangen gleich, wenn ich schon jetzt hier... Ja, ja, komm. Heute geht's weiter mit dem Classic Special. Wir haben noch drei wunderbare Spiele vorbereitet. Ich will noch nicht zu viel verraten, welche das genau sind. Aber es sind wirklich drei absolute Highlights dabei. Und für alle Nostalgiker auf jeden Fall ein Fest heute bei uns. Mit Hannes, wenn er dann gleich kommt. Du riechst aber gut. Ja, Hannes ist mir noch nicht da, aber dafür sind die Konsoleros natürlich schon seit Stunden hier und bereiten alles fantastisch vor. Wir machen auch weiter mit dem fantastischen Klassik-Rückblick auf die Geschichte der Konsolen. Und wir haben es ja gestern nicht mehr geschafft, Star Wars anzureißen. Wir haben ja gestern nicht mehr geschafft, weil wir auch noch ein zweites wichtiges Thema haben, wo wir zugleich noch kommen. Genau, heute der zweite Tag des MotoGP Live Cups. Die Jungs sind schon eingetrudelt, die jetzt heute wieder darum spielen werden, erstens eine Xbox abzuzocken plus Starter-Kit plus zwei Spielen und so weiter und so weiter. Und natürlich geht's dann noch um den Gesamtsieg, wenn der Tageszieger von heute gegen den Tageszieger von gestern spielt. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Und ich muss den Eddie ganz kurz aufhecken. Aufwachen, Eddie. Und schnell rüber zum Simon, da wartet nämlich noch jemand auf uns. Hallo, Vanessa. Ich hab Sie schon gebührend begrüßt. Unsere Patin für Giga Global, denn auch heute gibt es wieder ganz viele Botschaften. Genau, wir haben einen Aufruf gemacht und haben Giga-Fans im Ausland gesucht und es haben sich wirklich super viele Leute beworben. und da haben wir 14 Botschafter insgesamt im Ausland und in der ersten Stunde eröffnen wir Australien. Wow. Da wollte ich immer schon mal hin. Ja, da wollte ich auch schon mal hin, aber das Fliegen habe ich immer so ein bisschen gescheut, weil das so lang ist, ne? Aber ich würde sagen, wir freuen uns auf unseren Geburtstag, denn heute ist er wirklich, 30. November, vier Jahre Giga, zwei Jahre Giga Games und lassen uns einfach gemeinsam vielleicht die Kerzen. Oh ja. Okay. Eins, zwei. Ich möchte nur betonen, ich war der erste. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir sind auf meinem Stuhl. Ja, du hast mein Mikro auf. Ja, nee, ich hab dein Ohr drin. Du hast mein Mikro auf. Das ist mein Mikro und ich hab nur dein Ohr drin. Sollen wir uns kurz die Stühle tauschen? Nein. Okay. Wollt ihr noch was Gutes tun? Wir haben wieder mal ein bisschen... Ja, guten Tag, hallo, guten Morgen. Na gut, 20 nach 12 kann man schon sagen. Guten Mittag. Übrigens, Kenzie hat eben zum Frühstück Pizza gegessen. Pizza, zwei Stück. Zum Frühstück. Salami. Mh, lecker, lecker. Na ja, anyway. Wir haben ein bisschen Zapping für euch wieder. Und zwar diesmal ein Take, in dem Thomas wieder mal beweist. Mein lieber Freund und Kollege Scansy Pansy Parenzi. Wie sehr er immer und jederzeit Herr der Lage ist. Und vor allem auch natürlich seiner Gesichtszuckungen. Oder auch sonstigen Geschichten. Ja, Tom ist auch da, meldet sich gerade an, fährt seinen Rechner hoch. Guten Morgen, Tom. Morgen, willkommen. Morgen. Schön, dich zu sehen, Tom. So, wir können weitermachen. Denk ich mal. Ich mach einfach mal Play. Wenn das Ding spricht eigentlich weitestgehend für sich. Lebt euch zurück, nehmt euch ein Käffchen. Morgen. Hallo, Tom. Und genießt es. Ich bin jetzt ruhig. Ihr könnt den Ton ruhig hochdrehen in der Regie, bitte. So, das ist jetzt der 32. Spieltag kommt und vor allem die Bayern müssen unbedingt gewinnen. Dortmund muss auch gewinnen, deshalb habe ich auf diese beiden Mannschaften gehört. Jetzt Schalke hat einen einfachen Gegner und Wolfsburg spielen auf, habe ich gegen einen von den Fastabsteigern geschaut, während Daniel das halbe Studio ordentlich nimmt. So, machen wir weiterhin weiter mit unserer Schach-Luliter. Schach-Schönheit. Und wer die 16-Jährige in Schönern ist, das haben wir euch auch gezeigt, nämlich bei den Schotze-Fix. und da solltet ihr steuerlich draufklicken, denn Achtung, das hier ist Kostüm, sieht super aus, wie wir finden, und spielt dazu noch Schach. Was mir noch mehr, eine gutausende Frau, die auch Schach spielen kann, hier, ja, war auch schon mal in Texas, die junge Dame, und steht auf wilde Stiere. So, und es geht weiter, es sind Unmenge an Fotos, die Hendrik für euch reingestellt hat, in diesen Artikel, und das hier ist sie auch, und es gibt noch ein ganz spezielles, was ich euch noch gerne zeigen möchte, da hat sie nämlich fast gar nichts an, und das ist folgendes, das ist dieses hier, und da kann man wirklich erkennen, was so weit Schach spielen für das Training für den Körper gut ist, denn sie ist total auszumiert, wie wir hier sehen, und kann sich wirklich sehen lassen. Weitere Informationen dazu natürlich im Sport- und Fun-Bereich, und außerdem haben wir natürlich noch das Movie of the Week zu wählen, das ihr auch machen könnt, indem ihr einfach auf den Vote euch klickt, und dann auf Movie of the Week. Und da könnt ihr auswählen zwischen A, dem Blindmann, B, dem Blockbuster, C, Text, äh, Sexy Tennis und D, der Scream-Schule, ich bin für den Blindmann, dieses Soundfall war fantastisch, und hat es auf jeden Fall für den Movie of the Week zu werden, und ihr seid aber der Meinung, dass die Scream-Schule, also quasi Daniel van Molle mit seinen 15 Jahren, der damals in der Schule diesen Schrein gespielt hat, Movie of the Week werden soll, und das zeigen wir jetzt nochmal. Take your form, und mit Candyman und all seinen lieben Kollegen, sehen ihr die Geschichte auf jeden Fall, wir sehen uns gleich wieder, mit anderen Themen, und unter anderem auch mit Gänsten Worten hier am Telefon, bis gleich, gießen Sache. Und auch Michael Norbert ist mittlerweile, es wundert mich, ich bin auch erschreckenderweise total fit, und das um 20 nach 12. Das ist verschreckend. Normalerweise wache ich da auf. Ja. Äh, Cartoons gucken. Das ist dieser kleine Schei. Aber Entschuldigung, die Schweizer, wir haben überhaupt gar keine Zeit eigentlich. Ja, eigentlich nicht, obwohl wir ein kleines technisches Problem haben, denn der liebe Marc und seine Kollegen haben in dieser Nacht hier diesen kompletten Tisch abgeräumt. Danke, Helfer, wir haben euch lieb. Ja, nach mir die Sinnflut, alles hier abgerissen, und irgendwie ist alles kaputt, und wir wollten eigentlich Star Wars zeigen für das Master-System nochmal, Sega-Master-System. Leider, ne, klappt's nicht mit den ganzen Anschlüsse, und wir mussten auch den Hölschern austauschen. Und so weiter, und so weiter. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen nochmal einfach ganz kurz auf unseren Artikel, den ich geschrieben hab, und... Wir reden auch ein bisschen über jede Menge Spiele, die ich hier vor uns habe. Das wäre klasse, wenn die Kamera so rum ist. Oder kannst du das von vorne zeigen, Marco? So die ganzen Spiele, die hier liegen? Ich meine, das ist jetzt natürlich... Nein, ich halte die alle hoch. Ist schon okay. Okay, ah, fantastisch. Also, das sind übrigens alles meine, also persönlich aus meinem persönlichen Bestand. Und man muss ja wirklich dazu sagen, dass eigentlich bei allen Spielen irgendwas besonders ist. Zum Beispiel, ich picke einfach Nummer eins raus. Hier, Starwing. A.K.A. Star Fox ist jetzt ja mit Star Fox Adventures für den Gamecube gerade rausgekommen. Und hier oben seht ihr, da oben dieses kleine Symbol, da steht FX. Das bedeutet, dass auf dem Modul ein Spezialchip drauf ist, der dann die komplexen Polygon-Berechnungen möglich gemacht hat. Damals war das noch Wahnsinn, ne? Ja, weil das ist ein 3D-Weltraum-Baller-Shooter-Spiel. Also, ne, wie gesagt, da was Spezielles. Dann haben wir hier Donkey Kong Country. Ah, ne, ich nehme mal den ersten Teil hoch. Moment. Genau. Donkey Kong Country. Damals ein richtig fettes Spiel. Ich meine, Rare hat da eine Sache zusammengebastelt, wo keiner gedacht hätte, irgendwie, dass das möglich wäre auf dem Super Nintendo. War ja komplett vorgerendert. Und dann wieder runtergerechnet, waren dann eigentlich wirklich nur Sprites, sah aber alles dreidimensional aus. Und grafisch eigentlich immer noch unerreifend. War richtig fett, also absolut. Sieht richtig, richtig hammerweise. Auch einer meiner Lieblinge. Dann Super Metroid. Da sagen wir gar nichts zu. Ich meine... Braucht noch nicht viel zu sagen. Seit dem 18. glaube ich in den USA der Gamecube. Der Prime, genau. Und Fusion für den GBA mittlerweile ja auch in Deutschland erhältlich. Und ja, Metroid Prime. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also ich glaube, das wird eine richtig fette Geschichte. Das ist noch ganz kurz erwähnt, während du noch ein Spiel raussuchst, dass die Konsole seit 1991 auf dem Markt ist. Also 1991 hat Nintendo das Super Nintendo rausgebracht, nach dem erfolgreichen Nintendo Entertainment System, dem NES. Ich habe jetzt mal Super Mario All-Stars hochgeholt. Auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Ja, ich habe viel Zeit, Michael. Da sind alle Mario-Spiele drauf, plus die in Europa nie erschienenen Los Levels. Und was waren richtig, richtig schwierige Hüftpassagen dabei. Ich denke, wir müssen leider schon wieder zum Schluss kommen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Helper. Ja. Und wir wissen, wo ihr wohnt. Wir wissen, wo ihr wohnt und wo euer Auto steht. Auch nach dem Text kurz im Chat. Hallo. Hallo. Ich bin hier als Lokalnetz-Reporter, wenn ihr in der Region Rheinland-Pfalz wohnt. Und ansonsten haben wir sie heute einfach mal eingeladen, damit ihr uns erzählt, was ihr so macht. Und wie das so ist dort drüben. Ja. Irgendwo. Fangen wir an, Annika. Wo ihr wohnt. Ja, also es ist super zur ersten Frage. Und ja, wir machen halt aktuelle Themen hauptsächlich oder irgendwelche außergewöhnlichen Themen. Das heißt, zum Beispiel hatten wir einen Koi-Züchter bei uns zu Gast. Diese ganz, ganz teuren Fische, die so teuer sind wie ein Mittelklassewagen. Und ja, haben dann darüber diskutiert, ob es das wert ist, so viel Geld für einen Fisch auszugeben zum Beispiel. Also wir diskutieren halt sehr viel mit den Zuschauern. Ja, bei uns ist irgendwie partymäßig gar nicht so viel los. Und die sind seriös in Rheinland-Wald. Ja, ja, ganz seriös. Großes Fernsehen. Ja, ja, ja. Und wir haben ein Musical nämlich kürzlich nachgestellt. Grease war in Mainz und dann haben wir gedacht, wir singen mal selber, weil es so teuer war. Ja. 60 Euro oder so. Wir haben ein kleines Movie von euch. Ja, ja, genau. Und das will ich ja natürlich noch zeigen, weil wir müssen ja ein bisschen sehen, wie das so aussieht. Weil beschreiben wir uns mal gut. Ja, es müsste eigentlich gerade laufen. Oh, und da ist es. Ja, genau. Genau, da sind wir einquartiert. Wir zwei haben ein Doppelzimmer. Ich glaube, ich mache es noch ein bisschen kleiner. Ja, ja. Ja, Dorin-Totel. Oh, check, Sie sehen aus der Tutel. Da freut sich niemand. Ich muss gerade nochmal zurückspulen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Geht leider alles nicht. Wieso nicht? Ja, die Eva steht dann immer so kurz nach mir auf. Ja, ja, Annika, ne? Im Bad. Ja. Ihr habt ein Doppelzimmer, da muss man sich ja richtig gut verschwinden. Aber richtig gut. Nee, abends schlagen wir uns immer mal ganz gerne, aber, ne? Wir schlafen mal nachts drüber und dann ist wieder okay, ja. Was glaubt ihr, ist das bei Frauen in einem Zimmer dann leichter als zum Beispiel bei Kerlen? Also wenn zwei Männer in einem Zimmer haben, was würdet ihr sagen? Weiß ich nicht. Ich glaube, Männer haben es schwieriger, ne? Ja. Ja, die zicken sich mal kurz an und dann geht's aber auch wieder. Ja, hier ist die Altstadt und der Dom an dem Mainzelmännchen nachher. Wenn ich noch einen davon sehe, fuhre ich einfach ab. Ja, ja, unsere Mainzelmännchen. Was wären wir ohne sie? Gibt es die wirklich an jeder Ecke oder ist das so ein Vorurteil? Die Mainzelmännchen, die gibt es eigentlich nur dort in dem einen Laden. Eigentlich so gar nichts. Ah, das ist nur Commerz. Hier da, da ist unser Studio drin, hier im Kulturzentrum. Ja, wart ihr eigentlich schon mal in Mainz? Nein, waren wir leider nicht. Ja, ist auch klein, klein und schmutzig. Ja, hier unser Studio übrigens. Wir sind leider, leider, leider so knapp in der Zeit, deshalb müssen wir unser Movie schon abbrechen. Das ist aber schade. Ich finde das ein Frechheit. Das finde ich auch ganz schade. Das finde ich ganz schade. Und wir machen noch ein paar Bilder, aber wir stellen es zum Download. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Und zum Trost geben wir euch das erste Stück von unserem Geburtstagskuchen. Oh, lecker. Ich habe auch Hunger. Aus Schwarzwälder, Kindschwarte. Total lecker. Ladet euch auf jeden Fall das Movie runter. Genau, es gibt noch viel mehr zu sehen da. Oh, ich habe so Hunger. Und da mal ein bedroh变 vai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir eröffnen auf der ganzen Welt Gigabotschaften und jetzt könnt ihr auf giga.de unter giga global sehen, wer als nächstes dran ist. Und zwar ab jetzt Melbourne Mike Stelzig und dafür greife ich mir natürlich die Fahne und schreite ganz feierlich zu dem zuständigen Netzreporter, zu der zuständigen Netzreporterin. Und zwar ist das Emily Wiggum. Wo ist mein Marsch? Ich hatte extra so einen schönen Musikmarsch ausgesucht. Na ja, egal. Komm, ganz feierlich. Können wir dir einfach mal vorstellen. Du kannst dir noch bestimmt singen, Daniel. Nein, schade. Daniel darf man eigentlich Samstag nicht ansprechen. Vor allem nicht um die Zeit, aber egal. Deswegen sitzen wir ja jetzt hier zusammen. Ja, Melbourne! Ja! Dankeschön! Bitte schön, herzlichen Glückwunsch, Emily. Und die passen ja ganz gut zusammen hier, England und, oder Großbritannien und Australien. Australien, ja. Und die Seite ist super schön, ne? Ja, total. Also man kann ihn schon sehen, seinen Kopf, genau wie unseren Kopf auch. Soll ich mal ein bisschen drehen, dass du auch mal gucken kannst. Und? Da steht alles drin, zum Beispiel auch, dass er ja gleich im Chat ist, aber das machen wir gleich. Genau, und seine Story kann man lesen. Genau, geht um Russell Crowe, der Bösewicht aus Australien. Ich glaube, er ist auch nicht so ein großer Fan, denn er hat sowas geschrieben von der Prügelei und so. Aber das könnt ihr euch mal in Ruhe durchführen. Genau, macht das mal. Und ich glaube, Emily, ganz feierlich, wir können ihm selber gratulieren. Hallo, Mike! Hallo! Hi, Mike! Hi, Mike! Are you there? I'm here. Yay! Congratulations, herzlichen Glückwunsch! Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du hast ja gesagt, du musst mal gucken, wie es mit dem Deutsch ist, aber deinen Artikeln nachzubeurteilen, kannst du hervorragend Deutsch. Jetzt red mal ein bisschen irgendwas. Wie geht's dir denn heute? Ah, mir geht's ganz gut. Und euch? Uns geht's super. Wie bist du dazu gekommen, bei GIGA.de dich als Botschafter zu bewerben? Naja, halt so. Ich gucke mir manchmal deutsche Sendungen übers Internet an. Und da kam ich über die GIGA Global Website. Und ich dachte, ich bewerbe mich da mal und mal gucken, was so draus wird. Ah, das ist toll. Das freut uns sehr. Bist du denn glücklich, dass du im Stars-Bereich gelandet bist? Also zumindest mit mir als deine Global-Tante. Naja, absolut. Ja, das freut mich sehr. Ich freue mich auch über die ganzen tollen Sachen über Kylie Minogue. Da schreien mich alle schon nach. Ist ja die Nummer 1 hier im Stars-Bereich. Und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, Mike aus Australien. Und bis bald. Viel Spaß jetzt im Chat. Good day, all right, Mike? All right. Tschüss. Bye. Bis dann. Und auch ihr könnt jetzt mit Mike im Chat quatschen und ihm Fragen stellen, was in Australien so abgeht. Also viel Spaß mit Mike. Ich gehe auch da rein. Also alle schnell in den Chat. Hey, day. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Wir haben ja schon eine Weile gewartet. Emily hat so lange gemacht. Achso, ich muss den fetten Heiko mal wegräumen. Kennt ihr den eigentlich? Nein. Das ist unsere Tischpflanze, fetter Heiko. Er winkt auch. Ist der Liebling der Nation da draußen. Und bevor wir zu unserer Wette kommen. Okay. Er hat nämlich groß getönt als Wuppertaler. Ihr kommt alle drei aus Wuppertal. Wir leben in Wuppertal. Wir sind ja nicht so. Ich bin Grieche. Ich bin nicht Kruppertal. Also auch gebürtiger Grieche. Ich bin sogar gebürtiger Grieche. Du bist das jetzt ein bisschen? Doch, natürlich. Also weil Wuppertal ist ein schönes Start, ne? Aber der Witz ist, pass auf. Das Geile ist, ich werde von den Jungs halt immer getröstet. Wir sind halt gerade auf Tour die ganze Zeit. Und wir sind in so einem unglaublich geilen, großen Bus. Du darfst doch nicht anfangen mit den zwei Minuten Dauerreden. Ich wollte kurz erklären, worum es geht. Lass mich das kurz erzählen. Das ist nämlich wichtig. Es geht halt darum, wir sind halt irgendwie seit vier Tagen schon unterwegs in so einem richtig geilen, großen Nightliner, wo draußen ein tierisch großes Jägermeister-Logo drauf ist. Das heißt, wir werden von morgens bis abends mit Jägermeistern total abgefüllt. Und deswegen tröstet mich das natürlich, dass ich nicht in Griechenland bin. Aber so ein Uso-Bus wäre dann noch viel besser, oder? Ja, ist egal. Aber dafür habe ich... Ja, Uso ist auch okay, aber Jägermeister habe ich auch direkt immer in den Taschen. Pass auf, hier, kleines Geschenk von mir. Dankeschön. Trinke ich gleich, wenn die Kamera wegkommt. Vielleicht auch noch eins, irgendwie hier für den Laden. Könnt ihr hier... Bitte platziert das hier hin. Da teilen sich die ganzen Kameraleute nachher. Pass auf, zu der Wette. Er hat eben getönt. Soll ich ihm das wegnehmen? Gute Idee. Oh, super. Er hat eben getönt, er könnte zwei Minuten am Stück reden. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz natürlich der Hinweis auf eure CDs. Was war das? Jetzt kriegt ihr es wieder. Das finde ich so, geben wir ihm das. Auf eure CDs. Summer heißt die aktuelle Single. Ganz genau. Und Wide Awake. Ja, erzähl ruhig weiter, erzähl ruhig weiter. Du machst das schon sehr gut. Ich mach's toll, ne? Wer ist auf die Idee gekommen mit diesem geilen Cover? Du, oder? Nee, ich leider nicht. Leider nicht. Das war ausnahmsweise mal nicht seine Idee. Aber sonst... Aber er ist so ein bisschen der Typ, der gerne redet. Und so gern auch das Ruder an sich rein. Nee, nee, eigentlich so ein ganz ruhiger, stiller Typ. Aber das war der jetzt der Gigameister. Wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist, dann blüht er auf. Nee, das Thema ist, ich bin noch total besoffen, muss ich dazu sagen. Das ist der einzige Grund, warum ich so viel rede. Das ist schlimm, da bist du nicht der erste Gast, der er den letzten 24 Minuten... Ich weiß. Sag mal, Summer ist der Song, den ihr auch gleich performen werdet? Wir werden das versuchen, ja. In einer Akustik-Performance. Live, unplugged, also fast unplugged, Mikrofone habt ihr. Und wirst auch noch den Text dann hinkriegen. Ich muss ja nicht singen, das ist das Gute. Ach so. Das Problem ist, ich muss singen und ich weiß nicht, wo ich meine Stimme herholen soll heute Morgen. Aber ich krieg's irgendwie hin. Ich drück dir die Daumen. Wollen wir Ihnen jetzt mal zwei Minuten reden lassen? Okay. Ja. Okay, also Wetteinlösung ab jetzt. Zwei Minuten. Einer muss die Zeit stoppen. Oh, du hast nur noch 1.30. Ach, scheiße. Schaffst du, hau rein. Okay, also, was ich erzählen wollte, ist total geil. Vorhin, also ungefähr drei, das ist die Kamera. Welche ist die Kamera, in die ich gucken muss? Da. Ich nehme die. Das ist Sandro, der sich gerade mit seinen Finger bricht. Ich bin, ungefähr vor drei Stunden ist es so gewesen, dass wir noch in diesem geilen Jägermeisterbus gesessen haben, total betrunken. Wir sind halt so eine Raststätte angefahren, haben dort gehalten. Die Jungs lachen jetzt schon, ist doch klar, ich weiß auch warum. Ich war schon. Jungs halt, das war, wir sehen halt natürlich den klassischen Fast Food, die Fast Food Action steht bevor, irgendwie alles klar. Alle laufen raus und ich natürlich, alles klar, zieh mir irgendwie so einen Schuh an, der irgendwie schon so irgendwie unterm Tisch lag, zieh ihn aus, lauf los und direkt, also ich komme raus und es ist ein riesiger Graben und ich laufe genau in diesem Graben, lande mit meinem Gesicht total in der Matsche, hab mich noch nicht mal umgezogen, muss man dazu sagen. Können Sie das zeigen? Hier. Du stinkst auch. Ja, ich schlinke auch total. Aber ihr seid ja Rocker. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Meine Schuhe, darf ich das mal kurz demonstrieren? Das Steck auf dem Stuhl, bricht dir jetzt aber bitte nichts. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden. Ja. Jetzt kannst du jetzt einmal in die Kamera, ja, das reicht doch. Man merkt schon, dass ich total besoffen bin und überhaupt nicht gerade stehen kann. Man guckt, ob du noch ein Gleichgewichtssinn hast. Achtung. Ja, pass auf, Moment. Hast du rein, oder? Hast du rein, würde ich sagen. Ich bin einfach, so sieht man aus, wenn man total besoffen durch die Gegend fährt, seit Tagen und Wupptika und Kölle Alarm. Wir hören gleich Summer von Heyday. Können wir ihm das Mikro einfach zumachen? Mikro zu. Und Summer von Heyday, das aktuelle Album Wide Awake, überall im Handel. Schön, dass ihr da wart. Nächstes Mal könnt ihr dann auch was sagen, bin ich mir ganz sicher, dann lassen wir ihn im Bus. Viel Glück gleich, ne? Ja. Tschüss. So, ich übernehme das mal, denn wir haben gerade am Telefon den Kapitän von Bayer 04 Leverkusen, Jens Norotny. Ich lasse dich, glaube ich, mit ihm alleine. Ja, also mal gucken, ob alles geklappt hat. Dann müsste mich jetzt der Jens hören. Hallo Jens. Ja, hallo. Ja, hat ja doch noch geklappt in allerletzter Sekunde, wie ihr gerade noch sehen konntet. Eigentlich wolltest du selber vorbeikommen, jetzt hast du es doch nicht geschafft. Erzähl uns kurz, wie geht es dir und deinem Knie? Ja, das Knie ist ein bisschen dick geworden, kann sein aufgrund der Belastung, weil ich ja letzte Woche schon ein bisschen mit der Mannschaft trainiert habe und deswegen war ich heute Morgen noch die ganze Zeit bei der Behandlung und hat somit leider nicht funktioniert. Aber sonst, ich sage mal, ich habe keine Schmerzen oder so. Das ist alles halt im Moment aufgrund der Belastung. Schmerzfrei sein ist immer die Hauptsache. Natürlich die bange Frage jetzt für viele Fans, sowohl der Deutschen Nationalmannschaft als natürlich auch, wie mir zum Beispiel, von Bayer Leverkusen-Fans. Wann wird denn mit deinem Comeback zu rechnen sein im Team von Bayer Leverkusen? Ja, der Plan sieht ja immer noch wie folgt aus, dass man im Januar, dass ich da voll angreifen kann, sprich die Vorbereitung hundertprozentig mitmache und dann im ersten Bundesligaspiel, wenn es dann wieder losgeht, dass ich da auf dem Platz bin. Also definitiv alle Träume, alle Hoffnungen, dass du noch vor der Winterpause dein Comeback feiern kannst, haben sich damit erledigt. Sozusagen, ja. Schade, schade. Nicht nur mit der jetzigen Situation, sondern es war ja von vornherein geplant, so dass ich im Januar wieder anfange. Jetzt bist du natürlich der Abwehrchefer bei Bayer Leverkusen, eigentlich der designierte. Jetzt hat gerade in den letzten Wochen so ein bisschen natürlich die Abwehr auch nicht gerade überzeugen können, auch durch deine Abwesenheit leider. Bestes Beispiel war, glaube ich, wieder im Champions-League-Spieltag gegen den FC Barcelona, ohne jetzt die Schuld Diego Placente oder anderen Leuten in die Schuhe schieben zu wollen. Aber gerade dir als Abwehrchef geht da nicht so ein bisschen, drehen sich da die Zehennägel hoch und du sagst dir, nein, was macht ihr denn da? Ja, von außen sieht es immer leichter aus. Nur ich habe mir angewöhnt, dass wenn ich ins Spiel angucke, dass ich da zumindest nach außen nie Kritik üben werde. Klar, wenn man die ein oder andere Situation sieht und man ist dann auf der Tribüne und fiebert mit und macht so eine Bewegung, ist klar, dass da nicht alles hundertprozentig läuft. Aber intern gibt es dann schon mal eine so salopp gesagt vor die Nuss und dann muss man daraus ein bisschen auch was lernen. Wie ist das denn mit den Kollegen? Sind die auch schon ganz eifrig dabei und verfolgen den Stand einer Genesung und sagen, Mensch Jens, geht das nicht ein bisschen schneller bei dir? Wir brauchen dich hier hinten. Ja gut, der Carsten Ramelow hat gesagt, nach dem Spiel gegen Barcelona, ich erhofft, dass ich schnell wieder fit wäre, dass ich mich da hinten rumärgern kann. Ja. Ich sage mal, das zeigt eigentlich ein bisschen, dass man gebraucht wird, aber auch, wie es im Moment da hinten beschaffen wird. Das zeigt aber eigentlich auch, dass da noch schon noch ein bisschen Humor auch dabei ist. Also ich wollte gerade die nächste Frage stellen, wie ist denn so die Stimmung? Du kannst ja gut vergleichen, du bist ja trotzdem in der Mannschaft drin, du trainierst teilweise schon wieder mit. Vergleichsweise mit den letzten Jahren, ist da ein bisschen bedrückter alles oder gibt es da noch genug Zeit und Raum für Scherze und Witze und Humor? Ja, den Humor, den muss man sich immer behalten, das ist klar. Aber man merkt schon, dass die Stimmung eine andere ist. Ich meine, es ist ja klar, wenn man auf dem dritten, zweiten oder ersten Tabellenblatt steht, ist eine andere Stimmung da, wie wenn man eine zweistellige Situation vor sich hat. Und ich denke einfach, dass man trotz allem die Lockerheit nicht verlieren darf, aber da muss immer jemand da sein und sagen, Jungs, erst mal die Leistung bringen und dann können wir es später machen. Und das zeigt sich jetzt heute Mittag, ob die Letzten, die da in der Mannschaft sind, die es vielleicht noch nicht verstanden gehabt haben, worum das geht, dass die es jetzt kapiert haben. Ja, in knapp drei Stunden, Jens, geht's los. Heimspiel heute zu Gast, der HSV. Wie siehst du die Chancen, heute endlich mal wieder drei Punkte in der Bay-Arena einzufahren? Ja, nachdem das die letzten Jahre da immer eine Hochbrück war und wir fast immer nur die letzten Spiele, wo es um nichts mehr ging, dann auch ein bisschen lockerer angehen haben lassen, müssen wir da wieder hinkommen, dass man erst mal da den Kampf in den Vordergrund stellt mit dem Publikum, die uns dann mit Sicherheit unterstützen werden, dass wir da die Siege wieder einfallen und die Punkte da lassen. Ich glaube, wir sind mit das Heim schwächste Team in der Bundesliga und sowas, kann natürlich normal nichts sein. Alles klar. Danke, Jens, dass du dich noch am Telefon eben uns zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche dir im ganzen Namen ja vom GIGA-Team natürlich gute Genesung, auf dass du bald wieder mit vollem Einsatz für Bayer Leverkusen am Start bist und heute für das Spiel gegen HSV für Glück. Danke. Und tschüss nach Leverkusen. Danke. Ciao. Lassen wir Jens die Worten hier ab, der Chef vom Bayern 04 live per Telefon bei MBC GIGA. Projekt 26 Charity ist eine gemeinsame Aktion von Ebay und NBC GIGA. Deswegen begrüße ich hier Olli. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir wollen also unser Glück teilen mit zum Beispiel Krankenkindern. Vernetzte Welt, das ist eine Einrichtung, für die sozusagen der Erlös unserer ganzen Aktion Aktion ist. Und zwar haben wir tolle Items gesucht. NBC GIGA hat zum Beispiel den hier besorgt. Genau, das ist der Walker 3 Org. Genau, den könnt ihr auf Ebay ersteigern. Das Ganze funktioniert so. Ich erkläre das ganz schnell. P26 Charity, dann landen wir bei euch. Genau, dann landen wir auf der Mich-Seite von NBC GIGA für diese P26 Charity Aktion. Die Aktion, also fünf Aktionen laufen jetzt in diesen Stunden aus. Eine ist bereits ausgelaufen von einer Viertelstunde. Ja. Und zwar ist das dieses Nachtsichtgerät von Die Hard Stirb Langsam Vendetta von Vivende Universal Games. Genau, und hier kann man mal direkt zum Artikel gehen. Genau. Er ist ja schon verkauft. Er ist verkauft. Leider zu spät. Zu spät. Wir haben hier einen Höchstbieter namens Evil Emperor. Aha. Hat den Betrag für 300,30 Euro ersteigert. Also ein ganz netter Betrag. Ihr könnt aber auch bei anderen Sachen mitbieten, die jetzt in den nächsten Stunden auslaufen. Und zwar ist das zum Beispiel dieser Org. Genau, und da kommen wir hin, indem wir... Ach ja, auf andere... Genau, du gehst ein bisschen runter, dann gehst du auf andere Artikel des Verkäufers. Andere Artikel des Verkäufers, genau. Der Verkäufer ist NBC GIGA. Das sind wir. Das seid ihr. Und jetzt können wir zum Beispiel auf diesen Warcraft 3 Org gehen und hier auch mitbieten. Läuft sogar schon in 13 Minuten und 7 Sekunden aus. Und steht bei sage und schreibe 260 Euro. Ist ein 1,80 Meter großer Org. Hier ist der Kopf von dem Org. Und den kann man sich ganz schön ins Wohnzimmer stellen. Man braucht auch keinen Wachhund mehr. Der sieht wirklich erschreckend aus. Und er ist weltweit auf 800 Stück limitiert. Also, den dürft ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen. Bietet mit. Ganz einfach unten auf der Seite. Bitte? Genau. Wenn ihr schon bei eBay registriert seid, einfach euer Höchstgebot hier eingeben. Der nächste Schritt wäre 261 Euro. Oder bei eBay.de anmelden. Das ist kostenlos. Ihr müsst 18 Jahre sein. Also, wenn ihr nicht 18 Jahre seid, den Papa mitholen oder die Mama. Und dann könnt ihr mitbieten. Ihr habt noch 13 Minuten ungefähr Zeit. Und es ist, wie gesagt, für einen guten Zweck. Vernetzte Welt ist eine Aktion, die Kinder in Krankenhäusern zum Beispiel Computer zur Verfügung stellt, dass sie chatten können, spielen können und lachen können. Das finde ich ganz wichtig. Eine gute Sache. Also, bietet mit. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit. Und natürlich auch noch andere Artikel. Genau. P26 Charity. Bei eBay.de von MBC Giga. Mitbieten. MBC Giga.de von 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 MBC Giga Die PS2-Wing! Nur bei Giga Games! Loading, Commercials. Download, Complete. Die PS2-Wing! Revival of the King! Die PS2-Wing! Projekt 26, unser großartiger Marathon und wir sind mittlerweile bei Stunde 21 angelangt. Und wir haben heute gestern nämlich Heyday mit ihrem neuen Album Wide Awake. Heute Abend im Underground, da könnt ihr sie live bewundern. Und erstmal gibt es einen kleinen Vorgeschmack hier bei uns im Media Center. Hier ist Summer. Viel Spaß dabei! Hier ist Summer. Hier ist Summer. Hier ist Summer. Das erinnert mich immer an alte Lagerfeuerzeiten. Ja, wo man auch da saß mit der Gitarre und schön gesungen hat. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Und zurück zum NetBeat-Thema. Unser großes Thema ist natürlich, der NetBeat ist ... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir hatten schon Geister und Ufos. Wir hatten schon Weltall mit Wallpapern, die nochmal richtig kommen. Außerdem hatten wir schon, der NetBeat ist die beste Community der Welt. Denn ihr könnt immer noch Fotos schicken an Joe at Giga4U und dann stellen wir sie auf die Seite. Und was hatten wir noch? NetBeat ist ... ich weiß es gerade nicht genau, aber auf alle Fälle ist der NetBeat auch Joe und Martin. Und über den Martin habe ich jetzt einfach mal ein Video gemacht. So, jetzt hoffe ich, dass es auch gleich anfängt. Das ist der Martin. Der Martin hat eine Brille. So sieht er aus wie Harry Potter. Klingt komisch, ist aber so. Außerdem liebt er Martin Tiere. Und er macht sie auch gern nach. Wie zum Beispiel den Lurch oder die Schildkröte. Das ist Martins Spind. Aber da darf niemand hereingucken. So sieht der Martin aus, wenn er böse ist. Wie hat er das gemacht? Hast du das für Winger da weggemacht? Das darf nicht. Das ist äh ... 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 Der größte NetBeater, den es je gab. Der erfitt immer von allem. Die Grundidee. Das Gehirn. The Brain. Der Mann, der alles weiß. Der Mann weiß, was NetBeat ist. Der einzige vermutlich auf der ganzen Welt. Und die Jungs von Update halten immer zu dem Martin. Die NetBeat. Wenn der Martin nicht mehr weiter weiß, dann kratzt er sich am Kopf. Wenn aber dann die Chrissy aus der Maske kommt, und ihm das Ohr beißt ... Alles wieder gut. Das sind die Kamerakinder von Liga. Claude und ihr Kumpel. Und das, das ist unser Praktikant. Der grüßt gerade seine Mama. Und wenn der Martin dann um 20 Uhr mit der Sendung fertig ist, dann wird er zufrieden. Das Video findet ihr natürlich im NetBeat-Bereich auf Giga.de. Und jetzt noch nicht wegschalten, denn ich wollte noch ganz kurz sagen, jetzt habt ihr ja ganz viel von Martin gesehen, ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Joe gehört doch auch dazu. Auf Anfrage vieler, vieler E-Mails gibt es dann hier NetBeat von ... äh ... Fotos von Martin und Joe. Könnt ihr euch reinklicken. Und dann gibt's dann so Sachen wie das hier. Aber das guckt ihr euch am besten selbst an. Und, denkt dran, ganz viele Fotos noch schicken, denn der NetBeat hat die allerbesten Community-Mitglieder der ganzen Welt. Schickt sie an Joe als Giga4U. Nee, das geht vorbei. Ja! Nee, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Unser Projekt 26. Ja, das ist nicht meine Schulter, weil die Kamera so nahm. Ja, die war auch nicht. Unser Projekt 26. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Stunde 22 angelangt. Wenn ich mich nicht irre. Großartig. Nicht nur, weil wir es endlich fast geschafft haben, sondern auch, ja, weil wir damit mal wieder einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was denn jetzt für die folgende Stunde so geplant ist. Da frage ich den Daniel von Stars. Emi! Simon! Sehe ich auch wie Daniel. Ich sehe das doch nicht von mir. Wie gesagt, habe ich gestern schon erklärt. Ich habe Brüste, Daniel nicht. Ist eigentlich ganz einfach. Ich kenne mich damit doch nicht so aus. Ach so, ja, dann ist ja gut. Okay. In dieser Stunde haben wir einen ziemlich coolen Show-Act. Nein, nicht einen Show-Act. Einen Show-Act von den Helicopters. Ziemlich geil. Und ich wollte mal daran erinnern, dass wir von allen möglichen Gästen, die bei uns zu Gast waren, Birthday-Greets haben. Congratulations. Und das alles im Stars-Bereich zum Anhören und Ansehen. Und wir wohnen sich auf jeden Fall. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Und die Jungs haben uns schon angedroht, irgendwann zu singen. Macht ihr das jetzt auch, Sponfans? Nein, wir singen ja später. Wenn wir Falschen noch, wir müssen ja noch ein bisschen so Stimme warm singen, wie gerade gehört hast. Ah, nicht so gut, ne? Ihr seht schon, ich muss noch ein bisschen üben. Auf jeden Fall haben wir diese Stunde was anderes für euch, vor allem für die Giga-Friends. Ein Cheerleader-Special. Wir hatten ja das schon alle hier. Wir hatten die Jacksonville Cheerleaders hier. Wir hatten Tampa Bay Buccaneers, Oakland Raider Rats, Rhinfire Galaxy. Wir haben ein riesengroßes Roundabout Cheerleader-Special für euch gleich. Cool, sehr cool. Und das wird wahrscheinlich für Simon cool. Gibt's was zu gucken? Ja, da bin ich, also Sport bin ich ja total begeistert, wie man ja aussieht. Aber Cheerleader. Cheerleader bin ich begeistert. Aber an der Stelle jetzt vielleicht doch mal lieber zu Updaten müsste das jetzt eigentlich sein. Seid ihr hier mittlerweile angekommen? Simon. Ihr wart ja spät. Ja, wir waren spät? Ihr wart spät. Spät, mit was denn? Um zwölf wollten wir euch ein bisschen Kuchen geben und ihr wart nicht da. Ihr wart nicht da. Ja, Entschuldigung. Wir haben ja auch großartiges Vorzubereiten gehabt. Ich sage nur 13.30 Uhr. In etwas weniger als einer halben Stunde. Ich sage nur Totori. Totori. Yamaka-san. Sayonara. Ist nicht nur ein japanisches Nudelgericht, sondern noch viel mehr. Was genau Totori ist und was Totori mit uns bei Updates zu tun hat, das erfahren wir alle gleich. Ja, 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 ja. Mir schwant da schon was, aber ich sage nichts. Ich weiß ja gar nicht. Mega Radio. Guten Morgen. Während sich Kabel ja gerade so ein bisschen massieren lässt und so, das braucht man vielleicht nach 26 Stunden, fast 26 Stunden. Ja, währenddessen gucken wir, was wir noch da haben für euch. Wir verlosen weiter jede Stunde fette Preise. Also geht auf mega-radio.net und schickt ein paar Grüße ab an die lieben Giga-Kollegen zum Geburtstag. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr die Chance, also diese Preise zu gewinnen. Und außerdem erwarten wir gleich die Radiopremiere von Joey, weil wir die noch gar nicht bei uns hatten. Und das wollen wir doch jetzt mal bitte schön nach unserem Geburtstag. Okay. Also jede Menge Musik natürlich bei mega-radio. Und ich frage mich jetzt, Martin, NetBeat, gibt es jetzt gleich das grandiose Experiment, wirst du Sauerstoff produzieren? Natürlich, Sauerstoff und Wasserstoff wohlgemerkt. Ganz klar. Denn es gibt bei mir gleich ein Brennstoffzellen-Auto. Das heißt, hochexplosive Elemente bei mir am Platz. Und ich stelle mich dem natürlich und werde umweltfreundliche Technologie produzieren. Ja, ja. Schauen wir mal. Ich freue mich schon. Ja, wir auch. Ich hole mir so eine Schutzbrille. Ich gehe in meinen Bunker. Und der Eddie, bist du ein bisschen besser ausgeschlafen jetzt? Hast du ein bisschen Zeit gehabt, dich wieder aufzureiten? Ich bin zwar immer noch genauso müde, aber mittlerweile war ich in der Maske, deshalb sieht man es jetzt nicht mehr so stark. Jetzt soll mich es gelaunt, der Eddie. Überhaupt nicht, ich bin gut gelaunt. Und ich mache gleich ein fantastisches Thema, Simon. Und zwar ist es eigentlich das, so wie du bist, nämlich Unreal. Naja, okay. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, beziehungsweise unseren Gästen dieser Stunde. Walter Freibald und Sohnemann. Ja. Oh, schön, dass ihr da seid. Wer bist du? Sumitra. Sumitra. Und das ist der Simon. Grüß dich, Sumitra. Hallo. Ich bin der Simon. Der kennt dich, du kennst den, ne? Ja. Ja. Das ist schön, endlich mal ein Fan. Erstmal herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen. Ja, genau. Wir haben Geburtstag. Vier Jahre Giga. Yay! Vier Jahre Giga. Herzlichen Glückwunsch alle miteinander. Und normalerweise sehen Sie ja jetzt den RTL-Shop. Aber stellvertretend haben wir gesagt, weil die Geburtstag haben, okay, schenken wir denen die Sendezeit. Aber ich bin auf jeden Fall da. Und wir schenken noch mehr Kochbücher. Bitteschön. Schenken Sie Werbung. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also. Die Werbung muss sein, ne? Ich sehe das ja jeden Abend, wenn ich dann nach Hause komme. Muss ich direkt sagen, wenn Sie Lust haben, morgen früh, 10 vor 8 auf RTL, da bin ich wieder für Sie da. Okay. So, jetzt seid ihr dran. Ja, wir sehen gerade hier weiter. Ja. Du bist da ja, du postest ja nicht nur als Koch. Ich glaube, du kannst auch kochen, oder? Ich kann kochen, ja. Im Laufe der Zeit habe ich es gelernt. Der erste Mann, den ich kenne, der das wirklich von sich sagt. Ja, also. Na, es gibt ja ganz berühmte Chefs. Naja, aber den ich kenne, sage ich ja. Also, also, ja. Ich kenne ihn ja jetzt so ein bisschen. Ich koche wahnsinnig gerne. Früher, als meine Eltern mussten ja immer arbeiten. Und wenn die abends von der Arbeit konnten, hatte ich schon was gekocht. Hat zwar keiner gegessen, aber war wunderbar. Du warst ein Schlüsselkind? Ich war ein Schlüsselkind. Hattest du auch so ein Schlüsselband? Äh, erst nicht, später ja. Und dann hast du denen dann irgendwie Kartoffelbrei und Haxe gemacht und die mochten es nicht? Nee, ich habe so richtig Linsensuppe und sowas, so Erbsensuppe und dann gab es auch mal Bauchfleisch. Also so richtig eklige Sachen, ne? Also, kocht dein Papa auch für dich, Nils? Äh, nein, eigentlich nicht. Ja, der hat ja nur eh, der ist schon gelogen. Ich habe 14 Tage, habe ich den Nudeln mit Tomaten so gemacht. Stimmt's? Äh, ja. Schmeckt das denn? Jetzt gibts zu, der ist jetzt vom Fernseher, der darf nichts machen, der muss nett sein. Schmeckt es? Ja, ja. Nils, das sah nicht ganz ehrlich aus. Ich musste das auch immer sagen. Der darf sagen, was er will. Okay. Nein, man sieht es ja zumindest dann doch im Fernsehen, dass da so ein gewisses Grundkenntnis von den, äh, Haushaltsgeräten doch da ist, denke ich mal. Wegen meiner Figur, oder was? Nein, nein, nein. Gleich den Gast vielleicht, nach 10 Sekunden. Nein, nein, nein. Ich meinte dann mehr den Umgang mit Haushaltsgeräten. Ja, mach ich auch gerne. Genau. Vielleicht, vielleicht können wir dich ja überreden, uns, äh, ein Geheimrezept für deine Linsensuppe zu verraten in der nächsten Stunde. Ja, muss viel Essig rein. Aha. Ich verrate euch alles, was du weißt. Ja, mal Essig. Cool. Verrate uns alles, was du weißt und, äh, wir freuen uns, dass du da bist. Danke, gleichfalls. Und natürlich auch Nils. Walter Freiwald und Sohnemann bei uns zu Gast in, äh, unserer, äh, Geburtstagssendung Projekt 26. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 We're brothers, the king. The best, the way we. You're making a game. Action, Sports, Adventures und Fun. Die heißesten Spiele auf eurer Lieblingskonsole. In der ersten Dezemberwoche täglich von 20 bis 22 Uhr. Loading. Commercials. Download. Complete. Theight. Print. Theundherwoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Walter Freiwald ist bei uns zu Gast mit seinem Sohn Nils. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Giga, 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 Happy Birthday to you, 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 you. Dankeschön! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und wir haben ja gerade jetzt schon ein bisschen was Gesangliches von dir gehört. Deine Stimme ist deutschlandweit weltbekannt und das als Werbestimme. Du hast deine Stimme schon in diversen Sendungen und so weiter eingesetzt und gehst eigentlich, glaube ich, jeden Tag, jeden Tag mit der Gewissheit in die Sendung, dass ganz, ganz viele Leute dir alles abkaufen, weil du das so gut verkaufen kannst. Ja, ich sag mal so, vielleicht liegt es ein bisschen an mir, aber es liegt auch in erster Linie daran, dass wir eben gute Produkte haben, wir haben Qualität. Ich habe ja vorhin ein paar Mitarbeiter hier schon gesprochen, das sind ja alles junge Leute hier, wie ich es liebe, und die haben auch schon bei uns bestellt. Ich sag aber nicht was. Das ist aber auch nur, weil die alle so spät nach Hause kommen und dann läuft es eben und dann denkt man sich, morgen einkaufen, jetzt bestellen. Das ist ja das Tolle. Du kannst ja bei uns immer bequem einkaufen, Füße hoch, ein Trinken und so und einfach anrufen und sagen, hätte ich mal gerne, dann vier Wochen behalten, kannst du wieder zurückschicken. Das geht ja alles, das ist ja toll. Wann hast du denn deine Stimme so entdeckt, dass du so eine wirklich gute Stimme hast? Das war nach dem Stimmenbruch, als ich das erste Mal so ein Mikrofon in der Hand hatte. Ich war ja früher eigentlich nur Musikredakteur. Da war ich in Luxemburg, da gab es ja RTL Luxemburg, das war ein großes Radio damals, war auch sehr bekannt, Sie werden sich erinnern, die älteren Herrschaften. Und da war ich Musikredakteur, war also für die Musikprogramme verantwortlich und der Frank Elsner war mein Chef. Und der Frank sagte irgendwann, Frei Waldus, Sie haben so eine schöne Stimme, wollen Sie dich moderieren? Sag ich, nö. Ich habe Schiss gehabt, mir ging natürlich hier Arsch auf Bundeisen. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen mal ganz allein ins Studio und so, machen das mal. Und dann haben wir so eine Stunde, zwei Stunden geübt. Ich war furchtbar, ich war ganz schlecht, aber da hatte ich mich schon in das Taumbrit der Stimme, hatte ich mich verliebt. Und er sagte am Schluss, kriegst du Sendung. Und da hatte ich die erste Rock-Sendung im Radio, die hieß dann Starkstrom. Habe ich selber erfunden, war Wahnsinn, Motorhead und alles sowas. Und das hat sich immer weiterentwickelt dann, bis dann irgendwann das Fernsehen auch kam. Ja, Fernsehen ist ja auch ein guter Stichwort. Ich muss ja ehrlich jetzt zugeben, auch wenn ich mich oute, ich war echt ein Fan von der Preises Heiß. Damals habe ich immer gerne geguckt. War auch eine schöne Sendung. War auch wirklich eine schöne Sendung. Ja, jetzt mal ernsthaft hier. Nee, war eine tolle Sendung. Ja, und du warst ja am Anfang mehr so hinter den Kulissen, du warst ja die Stimme. Ja, ich habe es aber ein bisschen nach vorne geholt. Genau, wie kam das alles? Der war zu schlecht in Deutsch. Und da haben sie gesagt, dann tun wir den Freiburg ein bisschen nach vorne, das merkt man dann nicht. Und so ist das alles entstanden. War aber zwischendurch noch in München lange, sieben Jahre bei Helmut Marquardt. Da gab es ja Radio Gong, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das habe ich aufgebaut für den Marquardt. Und da war ich sieben Jahre, habe da auch morgens eine Morgensendung gemacht. Also ich komme eigentlich vom Radio, muss man sagen. Und dann hörte mich die Produzentin von Preises Heiß im Taxi, die fuhr also durch München. Dann fragte die den Taxifahrer, wer ist der Mann da im Radio? Und der sagte, das ist der Wojter, der Eute Depp. Und dann hatte ich den Job. Die hat sich dann bei mir gemeldet. Und dann war ich drin bei Preises Heiß. So schnell kann es gehen. Ich habe ja immer in neun Jahren gemacht, Preises Heiß. Ja, klar. In Amerika läuft das Ding schon seit 30 Jahren. Erfolgskonzept. Ein Moderator ist schon weggestorben. Ist echt wahr. Nils, kannst du dir das vorstellen, mal so moderieren? Ja, eigentlich schon. Ja? Ja, also wenn du die Stimme von deinem Vater gehabt hast, dann klappt das, glaube ich. Wenn, dann nur hier. Ah, genau. Du wirst unser Nachwuchs-Giga-Netz-Reporter bei Games. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Gleich gibt es noch mehr von Walter Freiwald, unserem Sohnemann. Okay. Happy Birthday to you. 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 So, ich meine, es ist natürlich kein Wunder, wenn man uns beide hier so sieht, vor allem natürlich meinen überaus charmanten und lastiven Kollegen Scansy Pansy Parenzi mit den breiten Kreuz, dann muss man sich nicht wundern, dass ja die hübschen Skier, die da aus der ganzen Welt sich hier in dieser Ecke die Klinke in die Hand geben, ob sie jetzt aus Oakland kommen, aus Tampa, aus Jacksonville, aus Dusseldorf, aus Frankfurt oder auch aus Untertupfingen. Sie waren alle schon hier und wir haben mal ein Movie zusammengestellt, mal ein Filmchen Best of Cheerleaders, das wir euch jetzt zeigen wollen. Irgendwas könnt ihr hier entdecken, eine alte Bekannte. Mal gucken, ob ihr sie entdeckt. Viel Spaß. Eine neue Bekannte auch. Mal gucken, ob ihr sie entdeckt. Also wenn ich eine Choreografie machen würde, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, eine peppige, lustige Musik auszusuchen und sie darf nicht so lang sein. Also sollte vielleicht höchstens, also unsere Choreografien sind so höchstens 1,30 bis 2 Minuten, das ist wirklich das Allerlängste. Was vielleicht dann auch ganz nett ist, wenn man einheitlich irgendwas anhat, wir haben zum Beispiel unsere Kostüme oder jemand mit irgendwelchen Accessoires, Hüten, Stöcke, Stühle, also irgendwas, auf jeden Fall, man muss sich das immer vorstellen, eine Minute 30 ist lang und man muss sich das anschauen. Und ich schaue mir gerne was an, wenn was da gemacht wird, wenn die Leute irgendwie nett was rüberbringen, sich verkaufen, sich richtig verkaufen. So, das war also unser kleines Cheerleader-Special von uns für euch. Übrigens nirgendwo downloadbar, sondern exklusiv hier nur in der Samstagnahmittags kuscheligen, Spawn of Fun, Ecke. Bis gleich. Der Typ, der immer da arbeitet, weißt du? Und NBC Giga, wir haben ganz tolle Items organisiert und Ebay hat die Plattform, um sie zu versteigern, ihr könnt sie ersteigern, für einen guten Zweck. Charity heißt, dass wir den ganzen Erlös an Vernetzte Welt für Kinder spenden und das ist eine ganz tolle Aktion, da können Kinder miteinander chatten und spielen und Spaß haben. Und du hast eine Neuigkeit für uns, Oliver. Genau, und zwar habe ich hier meinen Kumpel mitgebracht und zwar den Warcraft 3 Org und er ist wirklich 1,80 groß, weil ich bin nämlich auch 1,80 groß. Und da kann man auch sehen, den kann man sich schön ins Zimmer stellen, hätte sich stellen können, weil die Auktion ist schon ausgelaufen. Oh, gut, wir zeigen mal ganz kurz, was es noch gibt. Projekt 26 Charity auf Giga.de, dort erreicht man dann die Seite, wo man die ganzen Items findet. Und zwar, wo ist er denn, der Riesen-Org, der ist ja nun leider schon weg, ne? Genau. Da, können wir kurz sehen. Das wäre er gewesen, ja. Oscar.t ist der Höchstbieter, er hat diesen Org für 301 Euro ersteigert, also eigentlich noch ein ganz schönes Schnäppchen, würde ich sagen, wenn ich mir so ihn so anschaue. Aber wir haben ja noch andere Sachen. Genau, und zwar kann man hier noch zum Beispiel dieses Supersammler-Stück. Rück mal zur Seite. Geh mal, rück mal ein bisschen aus dem Bild, bitte. Hier jetzt kommt nämlich Nintendo Gamecube, signiert von Tom Novi, also, na, was für Kenner. Ein absoluter Schmanker, ja. Und im Moment liegt dieses Teil bei 161 Euro. Da geht noch was. Da geht eine ganze Menge noch, wenn ich überlege, wie teuer ein Gamecube normalerweise ist, ohne Unterschrift. Und wir haben noch eine Stunde und neun Sekunden Zeit. Und wer noch sich ein Gamecube zulegen will und noch sogar eine besondere Rarität, nämlich signiert von Tom Novi, der kann jetzt noch mitsteigern. Eine Stunde und neun Minuten. Ja, und zwar kann man das tun hier unten. Ganz unten auf der Seite gibt es das Feld Bieten. Genau, das Feld Bieten. Hier kann jeder Ebay-Nutzer sein Maximalgebot eingeben. Man hat noch eine Stunde Zeit. Wenn man noch nicht bei Ebay angemeldet ist, geht das ganz einfach. Einfach bei der Seite ebay.de anmelden. Und dann hat man noch die Chance, eine Stunde lang dieses Produkt zu ersteigern. Und noch viele weitere Produkte, die wir noch in den nächsten Stunden, nächsten Tagen auslaufen lassen. Genau, und wir sind jetzt immer dabei, so die Zwischenstände einfach mal vorzulesen. Also guckt immer mal wieder rein. Projekt 26 Charity. Es sind noch ein paar, die heute auslaufen. Genau, also wir haben noch insgesamt drei, die heute auslaufen. Zum Beispiel? Solche Schmankerl wie den Terminator-Kopf in Lebensgröße. Oder zum Beispiel auch eine Harry Potter Airbrush Playstation 2. Also absolute Knaller noch, die es sonst nicht im Handel oder bei Ebay zu kaufen gibt. Die hat NBC mal eben so cool organisiert. Also bietet mit. Und das Ganze ist, wie gesagt, für einen guten Zweck. Projekt 26 Charity ist für Vernetzte Welt für Kinder. Also lasst euer Beat-Feuerwerk ab die nächsten Stunden. Und dann kriegen wir nämlich ganz viel Geld zusammen für diese karikative Einrichtung. Dankeschön. So, ein wichtiger Bestandteil von Games ist natürlich auch unser ins Leben gerufene Xbox Live Cup mit MotoGP. Und deswegen gebe ich runter in unser anderes Studio zum Michael, denn der weiß mehr. So, und wieder einmal zurück im Außenstudio 7D. Gestern habt ihr es hoffentlich schon mitbekommen gehabt. Hier findet der MotoGP Live Cup statt. Gestern haben wir einen Tagessieger gehabt, nämlich den Benni. Und heute geht es wieder von vorne los. Drei junge, wackere Menschen haben sich hier zusammengefunden, um wieder einmal den Tagessieger auszulosen, beziehungsweise auszukämpfen. Und wir werden dann heute Abend das Final wirklich mitbekommen, wo dann die beiden Tagessieger gegeneinander antreten. Allerdings wird auch heute wieder der Tagessieger eine Xbox auf jeden Fall erhalten. Und dann letztendlich im Nachhinein nur noch um die Ehre kämpfen. Ich will natürlich als erstes die drei vorstellen, die schon alle ein bisschen gespielt haben. Aber da kommen wir gleich drauf. Und als erstes, wie gesagt, die Vorstellung. Ganz kurz, wer bist du? Ich bin der Jalil, 17, wohne in Düsseldorf. Ah ja, das ist sehr spannend. Wie bist du denn zu dem MotoGP gekommen? Hast du vorher schon mal gespielt? Bist du mit der Xbox sozusagen groß geworden? Oder war das für dich heute das erste Mal, dass du gezockt hast? Das war für mich heute das erste Mal. Also eher so computermäßig aktiv. Also im Internet nicht so wirklich mit Konsolen was zu tun gehabt. Ja, aber dafür hast du dich schon ziemlich gut geschlagen. Damit kommen wir dann rüber zum nächsten. Ganz kurz, dein Name? Hi, Micha, auch aus Düsseldorf, 22 Jahre. Aber ich habe heute zum ersten Mal ein Xbox-Pad in der Hand geholt. Auch dafür hätte sich verdammt gut geschlagen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass du dabei bist. Und heute vielleicht dann als Tagessieger mit einer Xbox komplett nach Hause gehen darfst. Freust du dich da drauf? Ich glaube, ich würde mich auch freuen, ja. Selbstbewusste Menschen. Ich meine, das hatten wir gestern beim Benni schon. Micha ist auch nicht ganz schlecht. Liegt es vielleicht am Namen? Ich weiß es nicht ganz genau. Na gut, kommen wir zum letzten in der Runde. Und außenstehend, stell dich ganz kurz vor. Wie heißt du? Ich heiße Sven, bin 24 und komme aus Neus. Und bist eigentlich auch aktiv schon immer beim Online-Zocken. Leider nur nicht mit der Xbox und deswegen auch nicht so ganz erfolgreich gewesen heute. Ja, dass ich nicht so erfolgreich war. Ich spiele erstmal mit verdeckten Karten und dann nachher erstmal anständig. Und ja, ich spiele also mehr so mit dem PC, Online-First-Person-Schooler und sowas. Und bist da auch wirklich richtig aktiv. Also viele PCler spielen online, aber du bist auch in einem Clan. Sag ganz kurz, wo du herkommst und warum das so toll ist. Ja, vielleicht sagst du einigen was. Also ich bin noch nebenbei Mitglied beim MTV. Das ist ein Online-Gaming-Clan. Ich würde sagen, ist auch so ziemlich der erfolgreichste in Deutschland. Vielleicht sogar weltweit. Und ja, nur bringt mir das an der Xbox nicht viel. Wenn man PC hinstellt, dann vielleicht auch mit der Xbox. Ja, das ist nämlich auch das Problem. Wir haben nämlich die Ausstattung schon gemacht. Deswegen ist ja Sven auch einem kleinen Fauxpaso sogar aufgesessen. Er hat nämlich sich schon nicht qualifiziert. Wir haben nämlich wie gestern schon die 10 Runden gefahren wieder auf dem Sachsenring. Und da haben wir als Bestzeiten beim Jalil stehen. 1,2667. Gute Zeit. Auf jeden Fall besser als gestern. Dann beim Sven. 1,2890. Ist auf jeden Fall schon mal schlechter als Jalil. Und er hofft immer noch, dass der Micha vielleicht auch noch darunter geblieben ist. Aber, nein, muss ich dich leider enttäuschen. Der Micha ist nämlich der Beste mit 1,2310. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine fantastische Zeit. Wir werden deswegen leider uns vom Sven verabschieden müssen. Ich weiß nicht, haben wir noch viel Zeit? Können wir noch ein bisschen aufs Spiel eingehen? Ich glaube nicht mehr. Deswegen. Ah ja, 1,30 haben wir noch. Dann können wir zumindest versuchen und gucken, warum der Sven so schlecht gewesen ist. Lass uns doch mal hinsetzen. Dann kannst du zumindest noch mal in einer Partie, die wir hier noch aufhaben, zeig uns doch mal, woran hat es gelegen. Also es hat definitiv daran gelegen, dass wir eben auf dem Spritzkingen müssen geübt haben. Und jetzt sitze ich hier und habe dieses Riesenbild von mir, dieses Riesenmotorrad. Und bin ehrlich gesagt total priviert. Die Kurven sind auf einmal dreimal so lang wie vorher. Hast du also keinen 19 Zoller zu Hause? Ich habe einen 19 Zoller zu Hause, ja. Aber der ist doch trotzdem noch kleiner als das Bild? Ich weiß nicht, schreibt nichts daran, dass dieser Monitor schwarz außen ist und meiner weiß. Also irgendeinen Grund muss es auf jeden Fall haben. Ich bin echt geschockt, also ich bin auch so ein bisschen an Trott schon mir selber. Und ich muss ja auch noch vorwerfen, dass wir Unfälle gespielt haben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch hier wieder live. Du spielst, ich weiß nicht, man sieht es nicht. Aber da sind auf jeden Fall auch viele andere Live-Spieler mit dabei. Wir lassen dich noch ein bisschen üben. Das ist allerdings nur für deinen Hausgebrauch. Und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann per Splitscreen die Entscheidung zwischen Micha und Jalil ausfechten. Und dann nachher um 15.20 Uhr circa werden wir dann die Entscheidung der Tagessieger gegeneinander haben. Dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen, wenn wir hier mit MotoGP live gehen. Und falls ihr auch schon live gegangen seid, solltet ihr das ausnutzen und einfach joinen. Dürft ihr auf jeden Fall. Loading, commercials. Download, complete. Musik Giga Global geht langsam aber sicher immer weiter Eine neue Botschaft wird eröffnet ganz feierlich Geht Japan an Tom und Updates Tada Sehr schön Wir gehen mal auf die Seite von Ralf Der ist nämlich in Japan Dein neuer bester Freund Genau, der ist nämlich da Der ist nämlich da, wo so heißt Wie das Nudelgericht, über das wir seit zwei Tagen reden Der ist nämlich eigentlich in Todori Todori Ist er normalerweise Aber jetzt im Augenblick ja auch nicht Dazu kommen wir aber gleich Am besten jetzt, damit wir gut mit ihm quatschen können Denn ihr könnt auf seiner Seite schon seinen ersten Artikel lesen Seinen ersten Weblog-Eintrag Und wir haben ihn aus der U-Bahn rausgeholt Auf dem Handy in Japan Begrüßen wir jetzt Ralf, hallo Hey, hallo nach Deutschland Hey Ralf-san, konnichiwa 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 Herzlichen Glückwunsch zum vierten Geburtstag Schön, dass du da bist Ich bin aus Japan Yo Dankeschön und herzlichen Glückwunsch dir Denn du bist ab jetzt Gigabotschafter In Japan für Update Klasse Du bist im Augenblick gerade nicht in Todori, wo du eigentlich bist Sondern du bist in Osaka Ganz kurz, was machst du da? Genau Ich bin heute in Osaka Weil ich habe morgen einen japanischen Sprachtest Eine Sprachprüfung Die werde ich hier ablegen Das dauert fast den ganzen Tag Also sechs Stunden Also das sind verschiedene Sachen wie Lesen und Hörverstehen Und Grammatik und Pipapo Ein Haufen auf jeden Fall Donnerwetter Es ist mir ja vollkommen unklar Wie man überhaupt Japanisch lernen kann, Ralf Ist das so schwer, wie ich es mir vorstelle? Ne, würde ich jetzt nicht sagen Also wenn man sich dahinter hängt, klappt das auf jeden Fall Es ist sehr interessant Also die ganzen verschiedenen Kanjis Und wir haben drei verschiedene Schriftarten hier Und ich finde es interessant Nicht unbedingt schwer Das ist doch toll Da wirst du also jetzt Giga-Friends in Japan Beziehungsweise auf der ganzen Welt Auf dem Laufenden halten Und ein bisschen über Japan informieren Das freut mich wirklich Ja, mich auch sehr Also das Land des Lächelns Ich hoffe, wir werden viel zu lachen haben Und auch viel Spaß zusammen haben, Ralf Wir werden uns ja in Zukunft häufiger mal hören auch Und du wirst für uns schreiben Und ich bin sehr gespannt auf das Leben in Japan Okay, vielen Dank und tschüss nach Japan Tschau Tschüss Ralf Tschüss Ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit Unter dem Artikel von Von Ralf Comments zu schreiben Im Chat könnt ihr ihn leider nicht treffen Aus den bekannten Gründen Also schreibt ihm eine Mail Ins Gästebuch Oder Comments unter seinem Artikel Viel Spaß mit Ralf Konnichiwa Konnichiwa Es ist ein großartiges Es ist ein großartiges How long has this album been out? In Germany for about a month I think A month And have you had a lot of fans And tomorrow you're in Cologne But you keep going in Stuttgart München Frankfurt Lingen How do you like being in Germany And being on tour in Germany Are Germans different compared to Swedish people? I think they're a little bit better Oh really? Yeah Everything is such a success in Germany Like the people are great The clubs are great Back home everything is sort of okay too But you get that extra Germany goes to 11 That's cool But why do you think that it is that way? Maybe it's got something to do with boredom I don't know But people are pretty bored back home too I don't know Germany rocks But I mean in Sweden There are a lot of really good Or a lot of good music comes from Sweden Is it because it's I don't know And cold And you kind of stay at home And listen to lots of music Or how does that happen? Sweden is actually Probably more or less The only country in Europe Where you can get any good music I mean like Listen to the stuff from England today You know Not very good is it? That's true But there's some stuff from Norway And Finland as well But apart from that But I don't know If it's because of the weather I'm not sure It could be Spend more time indoors Yeah We've got the highest suicide rates And the best bands I don't know You figure it out Okay well I'm glad that there's With the best bands With the suicide thing We'll have to work on that But that's okay If you guys have been in the business For a long long time And I said just before You won a Grammy And that's something that's really cool When you started making music Back then Did you ever expect it to go this far? No We've never had any expectations at all We don't set any goals So we don't aim for anything You know Like we just do What we have to do more or less And we do it Like we take a day Like a day by day thing Like for today For example We never really Like hey I'm gonna go to Germany I'm gonna do this TV show You don't set a higher standard like that It just happens to you If you're very very lucky But you say Hey we're going to Germany And we're going to Giga The best show in the whole world Right? Right Yeah I mean that's the way it works That's correct Tell me about the making of this album Since it's been out for a month But I know you've probably been working on it For a long time Are there songs on here That you had to work more on Or are there songs that That kind of You like the most Because they have a special You know Deep meaning or something No Well We On the record We put songs that works the best Because all the songs that we write Are really good songs But some of them We can't play them that good Oh really? So we have to It's a process of weeding out I guess But that's what we ended up with And it's a great record Yeah for the album We had like Almost 40 songs in the beginning And then we picked 20 songs to record for the album But then we just decided what album we wanted to make So out of those 20 songs We picked 13 And that's the album So Well it's a very cool album And by the grace of God It's a beautiful song So I can't wait to hear you play it In a couple of minutes I'm going to let you guys go in And get ready for your performance Okay The helicopter The characters are with us I'm going to let you guys go in By the grace of God Heißt das album And so are also the singers Who will we hear right now So that's why You stay on the line Thank you so much Thank you So da sind wir wieder mit Games Wir machen weiter mit unseren Spielen Die Universen gebildet haben Also Spiele die dafür verantwortlich sind Dass gewisse Leute jetzt Ferraris fahren Eine riesen Menge Kohle machen und ein Spiel nach dem anderen rausbringen Man kann nicht alles haben Wir kommen dafür in den Genuss von fantastischen Spielen Während andere in den Genuss von fantastischen Autos kommen Heute ein Spiel Jetzt ein Spiel Das mit dem neuesten Teil erst kürzlich für Furore gesorgt hat Unreal Tournament 2003 Der Nachfolger von dem Spiel Das wir jetzt gleich sehen werden Kommt glaube ich Anfang nächsten Jahres Februar denke ich Unreal 2 Und deshalb schauen wir uns jetzt mal den Vorgänger an Der das Unreal Genre begründet hat Unreal 1 Unreal 1 Wir laufen mal ein bisschen rum Gleich am Anfang des Spiels Wir stürzen ja mit einem Gefangenentransport ab Und befinden uns auf diesem mysteriösen Planeten Wir wissen überhaupt nicht was abgeht Was los ist Man muss dazu sagen Das Spiel ist jetzt über vier Jahre alt Und war damals ein Hardwarefresser vor dem Herrn Also wer da nicht den neuesten PowerPC hatte Der konnte es eigentlich knicken Zumindest mit den Effekten Und ich finde es sieht auch heute wirklich noch gut aus Man hat heute natürlich die Probleme Dass die Dinger damals für Voodoo Karten optimiert waren Also ich habe hier einfach Die Texturen sahen damals noch hübscher aus Also das Spiel kann es selbst mit heutigen Spielen noch mithalten Es sah zum Beispiel auch hübscher aus als Half-Life Was danach kam Half-Life kam ja erst Ende 98 Jetzt kommen ja auch gleich die ersten Gegner Ist am Anfang ein bisschen mysteriös Man weiß nicht was los ist Aber es ist auch der allererste Ego-Shooter von Epic gewesen Die haben ja vorher nur Pinball-Spiele gemacht und andere Sachen Auch als der große Quake-Konkurrent angekündigt Quake war damals so das Einzige was wirklich so ernst zu nehmen war Und dann kam Unreal Und seitdem sind Quake und Unreal so die beiden Vorherrscher in diesem Genre Wobei das Ding damals schon eine wesentlich bessere Grafik hatte als Quake Es war einfach fantastisch Das Ding war ja auch super lange in Entwicklung Ich glaube vier oder fünf Jahre Es gab dann schon einen Mythos, ob es überhaupt rauskommt So ähnlich wie heute mit Duke Nukem Forever Aber es kam dann letztendlich Es hat sogar glaube ich eine Also ich würde sogar sagen Es hat eine bessere Grafik als Quake 2 Fast schon Ja Zumindest von den Außenlevels Und ja Also Mehr Effekte vor allem Hier wenn ich zum Beispiel an die Wände rangehe Man sieht das ist jetzt Direct-HD Da hat man leider keine Detail-Texturen Sieht ein bisschen aus wie Half-Life Aber früher waren die Texturen echt gigantisch Aber wie war es denn eigentlich spielerisch? Ich habe Unreal selber kaum gezockt Kannst du ein bisschen was zum Spielerischen sagen? Weil war es auch spielerisch eine Revolution? Also story-technisch war es total lau Du bist dann einfach der Typ, der auf einem Planetenreine rumrennt Aber spielerisch war es doch Es hatte ziemlich viele Puzzle Natürlich diese üblichen Wir müssen Plattformen verschieben Hebel aktivieren und sonst irgendwas Aber es war auf jeden Fall Es war jetzt kein Half-Life spielerisch Ja also Half-Life hat da spielerisch schon mehr gemacht Aber es hat allein Bock gemacht Da durch diese gigantische Grafik durchzurennen Und auf dem fremden Planeten ein bisschen Den Checker zu spielen Auf jeden Fall war es eine gesunde und homogene Mischung Zwischen Action und Rätsel Jetzt kommt glaube ich gleich der erste Vogel Der uns hier irgendwo attackiert, oder? Auch hier zum Beispiel diese, das war auch zum allerersten Mal Diese mehreren Wolkenschichten Dass du einen Planeten im Hintergrund hast, eine Sonne So was, das gab es vorher einfach Sieht schon fast aus wie bei Morrowind Ja, ja, hier süß, oder? Nicht abschießen Ne, machen wir auch nicht Was ist das eigentlich? Das sind diese Nali-Kühe heißen die, glaube ich So, jetzt geht es hier zum nächsten Lampen Ich glaube, da muss ich jetzt auch rein Gehen wir mal Auch diese hier Lensflares, so zum ersten Mal Dass diese Lampen so glänzen Und so gab es vorher auch nicht Und im Prinzip haben die die Engine ja immer und immer weiterentwickelt Also das, was wir heute mit UT 2003 haben Ist im Prinzip schon noch basierend darauf Neue Builds Die haben ja dieses Build-System quasi eingeführt Und, ähm, ja Wird halt stetig weiterentwickelt Das war jetzt, glaube ich, Version 200, was wir hier sehen Mittlerweile sind sie, glaube ich, bei Version 950 oder irgend sowas Wobei man auch nicht so genau weiß Was diese Versionsbezeichnung jetzt wirklich auf Und was damit auf sich hat Und wann da immer eine neue Version kommt oder so Aber es zeigt halt auf jeden Fall Dass es eine Technologie ist, die stetig weiterentwickelt wird Wobei das ja bei den Quake-Spielen Beziehungsweise bei den IT-Software-Spielen genauso ist Die heißt zwar immer anders Aber so im Prinzip Das Grundgerüst ist auch immer gleich Naja, das war's mit Unreal Wir machen gleich weiter mit einem Strategiespiel Mit dem eigentlich König der Strategiespiel Age of Empires Projekt 26, wir feiern unseren Geburtstag GIGA feiert den 4. und GIGA Games den 2. Und wir haben richtig rockige Gäste in dieser Stunde Die Helicopters Und Sie präsentieren uns Ihren neuesten Titel By the Grace of God Die Helicopter-Valberatung ist ja eigentlich in der Mitte Und wir werden das Wort Und wir werden das Neues in der Mitte Und wir werden das Neues in der Mitte Das Neues in der Mitte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Download complete Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schön. Na, große Fernsehkarriere strebt der ja schon ein. Er hat ja mir eben in der Pause erzählt, er durfte ja dann auch schon mal bei RTL Shop was mitmachen mit dir. Ja. Er musste da leider was essen dann, was du gemacht hast. Was war das denn? Erzähl mal, Nils, erzähl mal. Der Spirali. Ah, der Spirali. Erzähl mal, was musstest du denn machen? Ja, also, er hat da mit einem Spirali da so Kartoffeln gedreht halt. Ja, also, du kannst aus Kartoffeln Spaghetti machen. Ah, okay. Kennst du das Ding? Das hat so eine Kurbeln und da drehst du dran. Das hat er dann frittiert und dann musste ich das mit Ketchup essen. Du durftest. Und es war widerlich? Nö. Nö. War doch lecker, ne? Ja. Habt ihr viel verkauft von dem Ding? Ja. Ja? Gigantisch. Hat sich doch gelohnt. Zigtausende. Ganzer Familieneinsatz, so ist es richtig. Jawohl. Walter, wir haben dich auch gekauft. Bleib einfach bei uns und Nils kann auch bei uns bleiben. Okay. Der will ja sowieso bei uns moderieren, der kann das schon mal anlernen. Alles klar. Schön, dass du gekommen bist. Und weitere 40 Jahre, ne? Ja, genau. Vierjähriger Geburtstag. Unsere Geburtstagsgäste Walter Freiwald und Nils Freiwald. Und die Kochbücher kriegt ihr auch. Die verloste doch wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Dankeschön. Alles klar. Gut. Danke euch. Tschüss. Wir feiern weiter. Und schöne Weihnachten. Bye, bye. Gruselig. Eins von insgesamt drei Experimenten des Jahres steht jetzt an. Gestern habe ich schon eins gemacht und ich habe mir gedacht, wenn ich Experimente sonst immer unter der Woche mache, mache ich heute zu diesem besonderen Anlass und gestern natürlich auch schon zu unserem Projekt 26, das Experiment des Jahres. Ja? Und ich dachte mir, eins ist da ein bisschen wenig. Es gibt insgesamt drei Stück und ihr könnt voten, welches denn tatsächlich das Experiment des Jahres werden soll. Ja? Und welche zur Wahl stehen, findet ihr natürlich bei uns auf der Seite im NetBeat. Und hier seht ihr schon Experiment des Jahres 1, 2, 3. Ich habe mir da bei der Namensgebung wirklich was einfallen lassen. Und dann seht ihr hier unten im letzten Teil, welches Experiment es jeweils ist. Ja? Es gibt, wie kommt das Ei in die Flasche, das habe ich gestern schon erfolglos präsentiert. Und dann ganz großes Rätselei, daran werde ich mich gleich noch wagen. Jetzt aber, liebe Freunde, steht das Brennstoffzellenauto an. Ja? Ich habe das hier schon vor mir stehen. Was es genau damit auf sich hat, steht direkt hier im Artikel drin. Und es gibt also verschiedene Komponenten. Man braucht destilliertes Wasser. Und ich werde das jetzt mal erklären. Es sind nämlich insgesamt zwei Schritte nötig, um dieses Brennstoffzellenauto in den fahrbereiten Zustand zu bekommen. Und zwar, jetzt läuft mir hier schon ein bisschen Wasser aus, das macht aber nichts, braucht man diese Solarzelle. Und hier auf dem Auto seht ihr die eigentliche Brennstoffzelle. Ja? Die hat zwei Seiten und ist mit diesen Schläuchen jeweils mit diesem Wassertank oder Wasserkanister verbunden. Und hier in diesem Wasserkanister sind eben zwei Behälter, die auch Gas aufnehmen können. Ja? Jetzt gibt es den ersten Schritt, nämlich die Elektrolyse. Denn die Brennstoffzelle braucht natürlich Wasserstoff und Sauerstoff, um arbeiten zu können und damit Strom zu erzeugen. Na? Woher nehmen und nicht stehlen? Ich hatte natürlich nur Wasser. Also muss man eine Elektrolyse durchführen. Ja? Das kann man, wenn man diese Solarzelle hier anschließt, die wiederum mit der Brennstoffzelle verbunden ist. Und dann kommt durch diese beiden Schläuche in diese beiden Tanks Wasserstoff und Sauerstoff. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Hier sieht man in diesen Tanks so eine Grenze. Und oberhalb davon ist jeweils Gas drin. Nämlich auf der rechten Seite Wasserstoff und auf der linken Seite Sauerstoff. Der rechte Tank deswegen größer, weil es natürlich H2O ist. Ja? Es entsteht also doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff. So. Die Elektrolyse ist also sozusagen abgeschlossen, ist nicht ganz so einfach hier im Studio. Deswegen habe ich es eben schon draußen vorbereitet, wo nämlich auch nicht die Sonne scheint, aber wo wir einen Strahler haben, den ich ungefähr ein Millimeter über die Solarzelle gehalten habe. Aber wie dem auch sei. Wir haben also jetzt eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff und Sauerstoff. Und ich will euch das Ganze hier natürlich nicht nur semiprofessionell vortragen, sondern ich erwarte natürlich vor allen Dingen eure Expertenhilfe. Und ihr habt schon in den Comments-Bereich gepostet, wie das Ganze denn funktionieren soll. Und ich muss sagen, die richtige Lösung hat wie bei dem Experiment gestern auch Roter Fruchtzwerg gepostet, was ich großartig finde. Moin Martin, sagt er, zuerst musst du in den hinteren Tank des Autos das Wasser füllen, das habe ich getan, und die beiden Tanks da reinstellen. Mit Hilfe der Solarzelle musst du dann eine Elektrolyse durchführen, sodass du in den beiden Tanks Wasserstoff und Sauerstoff hast. Achso, wir machen ja ohne Handy hier, Simon, ne? Danke. Das war auf jeden Fall schon mal sehr richtig, Roter Fruchtzwerg. Dann steckst du die Solarzelle ab. Das habe ich gerade getan. Die Brennstoffzelle lässt dann Sauerstoff und Wasserstoff wieder zu Wasser reagieren, wobei Energie in Form von Strom freigegeben wird. Das Auto fährt, Hut ab, Martin, Hut ab. So muss das Ganze also funktionieren. Ich werde jetzt also den Motor, der sich hier vorne bei dem Auto befindet, mit dem Stromkreislauf der Brennstoffzelle verbinden. Und dann sollte das Auto schneller fahren als ein Blitz. Und dabei, liebe Freunde, kein Abgas produzieren, sondern lediglich Wasser kommt dabei raus. So, und jetzt seht ihr schon, dass sich der vordere Teil des Autos dreht. Und damit kann das Auto auch tatsächlich fahren. Es würde jetzt fahren kilometerweit. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt beobachten kann. Die Tanks leeren sich dabei. Hier rechts der Wasserstoff, links der Sauerstoff. Und das ist das Einzige, was dieses Auto zum Fahren bringt. Ich könnte es hier jetzt über den Tisch sausen lassen, wie einen geölten Blitz, wenn es nicht am Kabel hängen bleiben würde. Und das ist, denke ich mal, ein echtes Wunsch an der Technik. Wenn ihr euch weiter informieren wollt über das Brennstoffzellenauto, dann könnt ihr das bei uns im NetBeat. Und das ist das, denke ich mal, ein ganzes Wunsch an der Technik. Und das ist das, denke ich mal, ein ganzes Wunsch an der Technik. Wirklich fertig. Wir nähern uns langsam in den Finale. Noch drei Stunden. Und dann haben wir unsere 26 Stunden gefeiert. Ja, das heißt nur noch dreimal dieses Follow the G-Hörn. Was ich mittlerweile, also klein wenig. Du liebst es ja, du liebst es. Ja, ich liebe es. Ja, und deshalb, weil wir es so lieben, haben wir natürlich noch ganz viele davon. Ganz viele Follow the Gs. Und wir haben ganz viel von den Stars. Hallo. Guten Tag. Daniel. Hört ihr uns? 26 Stunden sende ich schon live, jetzt nonstop. Und ihr habt euch alle hingelegt. Ich habe die Stellung gehalten. Und deswegen habe ich mir das Recht verdient, mit den Höhner zu reden nachher. Ich wollte mit denen eh mal ein ernstes Wörtchen reden. Die kommen ja aus Köln. Und Emily und ich haben Fotos gemacht von unseren, also von Teilen unserer Häuser. Und die gibt es online, die kann man sich angucken. Oh, ein Blick. Und das Witzige ist, dass rein zufällig, Emily und ich, unabhängig von denen, die gleichen Sachen fotografiert haben. Vaseline, Bücher. Aha. Aha, aha. Also das hätte ich ja nicht gedacht, dass die Stars so weit gehen. Ja, ich habe kaum was verstanden. Das verstehe ich. Ich habe private Fotos von ihren Häusern. Ich habe die schon gesehen. Ganz heißes, grisantes Material. Jetzt aber zu meinem Nachrichtenschätzchen, dem Tom im Update-Bereich. Sie, Mönche, hallo. Bei uns gibt es, ja, in dieser Stunde, so viel darf ich verraten, den enthüllendsten und damit zweiten und letzten Teil unserer vierteiligen Trilogie Update der Film. Aha. Ja, das ist also nochmal, da hat also Jochen nochmal ganz tief in die bildtechnische Trickkiste gegriffen. Und also man darf gespannt sein. Ja, bin ich auch. Ich glaube, ich hängt man immer als so einen Satz hintendran. Noch mehr Effekte. Ja, abzuwarten bleibt und so weiter. Und wir rufen Mega Radio. Hallo. Hallo. Bei uns ist es auch fast so wie RTL Shop, aber kostenlos. Nehme ich hier das offizielle Mega Radio Premium T-Shirt. Verlosen wir unter anderem. Das war nur ein Teil von einem Riesenpaket, was ihr jetzt gleich absahnen könnt auf Mega Radio.net. Also klickt euch da drauf. Und das Ganze gibt es dann zu hören. Bundesweit, fast bundesweit jetzt im Kabel. Also sucht mal ein Radio durch und schaltet ein. Ja, klar. Auf jeden Fall immer angeschaltet bleiben. Und ich finde es traurig, denn ich habe tatsächlich, liebster Martin, dieses grandiose... Jetzt bin ich Joe. Oh, nein. Ich gucke nur rüber und denke nur so, da sitzt er ja, wie immer. Und ich wollte gerade sagen, ich habe das Experiment verpasst. Aber du hast garantiert etwas viel Besseres, oder? Ja, und zwar ganz viele Wallpaper, nämlich ganze 50 Stück, die dann alles aus dem spacigen Weltraum zeigen, was wir so gefunden haben. Die sind in unserem Download-Bereich zum Downloaden. Und es geht weiter mit NetBeat ist... Und Unreal Freak sagt zum Beispiel, wie ein Sonnenstrahl im dunklen Wald. Ja, und da möchte ich gerne noch mehr haben davon in den Comments. Klar, ich glaube, da machen alle mit. Und jetzt zu einem Mann, der seine dunklen Gläser gegen Helle für den Tag gewechselt hat. Hallo, Hannes. Hallo. Die Augenringe sind... Ja, ich sage nur zwei Worte. Wolle, Mö, Ojoho, Ajoho, Wolle, Mö. Das waren ja mehr Worte, aber wir machen gleich Age of Empires. Ein Kultklassiker der Strategiespiele. Und ich hebe noch ganz kurz die Packung eines weiteren Themas hoch. Ja, Hannes. Uuuuh. Mehr sage ich nicht. Alles klar. Ich glaube, mir geht's gut. Jetzt weißt du, es hat wir nie hierher schicken. Das hat schon einen Grund. Stimmt, ich habe mich immer gewundert. Weil das Hirn funktioniert um die Zeit einfach noch nicht so richtig. Ja, richtig. Aber... Und die Sprache versteht keiner. Etwas, worauf ich mich sehr freue... Ja. ...möchte ich hoffen, dass du es jetzt präsentierst. Du hast nämlich einen grandiosen Artikel geschrieben mit ganz vielen Schottenfix. Ja, du bist all grandios. Der ist 18 Seiten lang. Ja, genau, so ungefähr drei Sätze habe ich schnell hingewirkt heute Morgen. Es geht auch um den Inhalt. Ja, genau. Es geht um die fetten Bilder, die wir von euch bekommen haben. Wir wollten unser Dream-Team sehen und zwar im Games-Look. Ihr solltet uns Collagen schicken. Und es ist mir schwer gefallen, es ist uns schwer gefallen, uns zu entscheiden. Aber wir mussten zehn aussuchen als Vorauswahl. Ja, und ich denke, es sind auch die zehn besten. Und die zehn gibt's jetzt. Ja, klicke ich mal weiter. Ich sehe hier gerade, du bist Kate Archer. Generell, du bist ja auch, war ja auch der Sinn, auf jedem der Bilder vertreten. Denn es sollte ja das Host-Dream-Team sein. Genau, und weil ich ja das einzige weibliche Persönchen bin, haben wir immer mich drin. Aber die Fahrung war halt eure Entscheidung. Und anscheinend habt ihr auch gesagt, wir wollen alle zusammen sehen. Ich habe ganz viele Gruppenbilder. Das ist auch nett. Das ist eigentlich auch mein persönlicher Favorite. Carsten als Sendung mit der Maus, Maus und ich als Elefant. Generell, Carsten und du hier habt, glaube ich, ihr führt. Also was die Fahrung angeht. Ja, ganz klar. Auch hier schon wieder. Zwar ein bisschen gequetscht. Ja, ein bisschen dätschig das Gesicht, aber ich kann damit leben. Und so einen dicken Hintern hast du auch nicht. Noch nicht. Das ist auch, glaube ich, im Original sieht das auch nicht so ganz aus. Das wurde ein bisschen gequetscht. Da natürlich auch ein bisschen Anvil, also alles Mögliche da. Aber das ist doch mein Highlight, oder? Auch, vor allem Carsten ist der Kleinste. Ja, du guckst am liebsten. Ja, gell. Guck ich ja immer. Ja, da waren wir es auch schon. Also zehn Stück, ich denke, da findet jeder dann sein Persönliches raus. Und wie gesagt, ihr müsst aber jetzt entscheiden, welche Collage die beste ist. Welches ist euer Powerhost-Dream-Team sozusagen. Und ihr entscheidet das im Vote. Das ist ganz wichtig, denn die Person, oder die Collage, die gewinnt, kommt in unser Gigabuch. Mit Bild und natürlich mit Artikel dazu. Und das heißt, ihr kriegt ein fettes Feature. Das Gigabuch wird geschrieben während P26. Also es gibt ganz viele Highlights aus unserer Geburtstagssendung im neuen Gigabuch. Und ich glaube, das wird richtig cool werden. Das wird richtig cool. Ich hoffe, ihr macht bei unserem Boot mit. Ich hoffe, ihr macht bei unserem Boot mit. Ich hoffe, ihr macht eine gute Idee. Ich hoffe, ihr machtore�. We'll follow the game. Loading. Commercials. Download. Complete. Musik Auf der Games Convention vor ein paar Monaten hatten wir den neuesten Vertreter der Age of Reihe, mit Herrn Bruce Shelley, Age of Mythology. Das Spiel ist natürlich in einer langen Reihe von Age of Spielen richtig schön entstanden, sag ich mal. Wie ein Universum expandiert. Es ist riesig kompliziert mittlerweile. Ich bin da die Ursprünge zurückgegangen ans Spiel, was schön simpel ist gerade. Ich zocke es gerade ein bisschen. Age of Empires, 1997, das allererste Spiel von Ensemble Studios. Wir steigen gleich mal ein bisschen ein. Ich bin im zweiten Zeitalter und gerade dabei ins dritte aufzusteigen. Und es ist so schön simpel. Man hat keine 3D-Grafik, keine Schwierigkeiten mit der Kamera. Es ist schön, isometrisch. Es sieht ein bisschen schlechter aus als Age of Kings, wo ja der zweite Teil war. Aber es hat die Zeit auch noch einigermaßen gut überlebt für ein Strategiespiel. Also gegen Civilization sieht es noch hübsch aus. Ich sammle hier gerade noch ein bisschen Nahrung. Ich kann leider noch keine Farmen bauen, da ich noch nicht im dritten Zeitalter bin. Aber es sollte doch bald soweit sein. Hier ist meine, ja, mein Haupthaus. Meine Bauergenerierungsstätte. So, jetzt habe ich abgegradet. Müssen wir mal schauen, wo ist denn hier ein Bauer. Da ist mal einer, der macht nichts. Es gibt ja so ganze tolle Features wie Bauern, die untätig rumstehen. Die gibt es hier einfach gar nicht. So, was können wir als nächstes bauen? Wir könnten eigentlich mal, haben wir Steine, bauen wir mal hier einen Tower hin. Ich kämpfe hier gerade gegen den Computer, habe leider keinen Gegner gefunden. Eddie hat Schiss gehabt, gegen meine Künste hier anzutreten. So, Mauern. Oh, wir haben nicht genug Foot. Ja, wir sollten echt mal Foot ranschaffen. Wo haben wir denn Foot? Was können wir eigentlich noch als alles bauen in dem Zeitalter? Gab ja noch nicht so viel damals. Hm, einen Stall habe ich schon. Ich habe auch schon die Bogenschützenfarm. Den Markt habe ich noch nicht. Den könnten wir eigentlich mit bauen. Damit können wir dann handeln. Das bringt zwar nicht viel, weil ich ja nur gegen die Computer spiele, aber richtig innovativ war 1997 wirklich dieses integrierte Wirtschaftssystem. Es war eigentlich nicht so komplex wie heute bei irgendwelchen Spielen wie Siedler oder so, aber es war auf jeden Fall zum allerersten Mal auch mit den Völkern und ihren verschiedenen Eigenschaften in die Richtung von Civilization, obwohl es Echtzeit war. Also obwohl es Echtzeit ist, ich spiele ja hier in Echtzeit. Wir könnten eigentlich auch gleich mal einen Reiter erschaffen und mit dem ein bisschen durch die... Oder wollen wir gleich... Oh, komm, wir gehen gleich aufs Ganze und machen eine Kavallerie. Bogenschützen könnte ich jetzt auch upgraden, aber ich habe nicht genug Namen. Hier ist mein Hafen. Ja, bringt nichts. Ein Hafen am See. Ja, wir könnten mal ein Fischerboot erschaffen. Ja, das ist auch typisch für Age of Empires damals gewesen. Und auch heute, wir können hier alles permanent upgraden. Hier, bessere Rüstung, bessere Pfeile, bessere Schmiede für die Pferde, bessere Schilde. Und so weiter und so weiter. So, da ist er schon, mein Reiter. Wollen wir mal kurz ein bisschen... Fog of War ist hier sehr hart umrissen, die schwarzen Grenzen. Da gab es ja noch nichts mit Shadern, mit Transparenzeffekten, 3D oder sonst irgendwas. Aber dafür läuft es auch auf jedem Popelrechner. Also ihr könnt das wirklich auf einem Handy um 166 Megahertz locker spielen. Was man ja nicht von jedem Spiel sagen kann heutzutage. Und dann diese Geräusche. Das Beste waren ja, wie ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, die Magier. Komme ich jetzt vermutlich leider nicht mehr dazu. Obwohl, können wir schon eine Kirche bauen? Können wir schon eine Kirche bauen? Nee, ne? Nee. Wir müssen erst noch ein bisschen... Obwohl, doch hier. Tempel, das machen wir noch schnell. Oh Mist, ich habe nicht genug Holz. Los, Leute, hackt Holz. Auf jeden Fall kann ich dann damit die Priester erschaffen, die dann mit ihren tollen Oloho, Ajoho, Olohoho, die Leute überzeugen konnten, was eine richtig fiese Waffe war damals. Einfach ein paar Priester erschaffen und damit dann die gegnerischen Einheiten übernehmen. Naja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter bauen. Ihr werdet vermutlich keinen Kampf mehr erleben. Der Computer ist ein Feigling, ich auch. Und deswegen zog ich es jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Gleich gibt es Indiana Jones und The Fate of Atlantis. Wir sind wieder vereint. Daniel. Alle drei zusammen. Fedei, Konisch. Alle drei zusammen. Genau, alle drei zusammen. Bevor wir weiter reden über unsere Homestory, nochmal ein kleiner Gruß von einer großen Frau. Wir haben ganz viele andere, ne? Wer ist noch dabei, ja. Willst du mal vorlesen, wer noch dabei ist? Hast du den Artikel da irgendwo? Ach, wir haben ja diesen Ordner, wo wir die eigentlich schon runtergeladen haben. Zapp. Band in den Namen, B3, Alfonso Losa. Bootsy Collins, Boy George. Oh Gott, Boy George. Können wir uns sehen, auch noch ganz schön angucken, haben wir keine Zeit. Boy George. Boy George kenne ich von früher noch, wo ich mir dann immer mit dem Lippenstück... Guck mal, sieht man die Fotos aus. Ja, ich glaube auch. Also alle könnt ihr euch runterladen und anschauen. Warte mal kurz, Markus, hau ab. Können wir den Markus ganz schnell zeigen? Das ist der dicke Markus, der damals den fetten Heiko umgebracht hat. Er hat schon ein Stück abgeschnitten, hab ich überhaupt nicht gemerkt. Was? Ja. Er hat schon ein Stück abgeschnitten, sagt er. Ich kümmere mich gleich drum. Was? Oh, der fette Heiko braucht wieder was zu trinken. Aber nur das beste Wasser. Äh, Fotostory. Ja. Wir haben Fotografen unfreiwillig in unsere Wohnung gelassen. Die haben da Kameras oder installiert oder Fotos gemacht und haben uns damit gestern morgen konfrontiert. Und es war schrecklich, was da offenbart worden ist. Es fängt ganz schön normal an, ne? Also das ist jetzt deine Küche. Mit viel Alkohol auf dem Kühlschrank. Portwein hast du, glaub ich, gestern Abend ausgetrunken, ne? Nicht ganz, aber bei der Help Night ohne Portwein ging nicht. Ich wollte danach noch eine Flasche Brandwein trinken, weil der Portwein leer war. Gibt's das Brandwein? Brandwein nimmt man um Verzerrung, reibt man sich mit ein. Ich glaub, man kann auch trinken, aber wer das trinkt, der frisst auch kleine Kinder. Emilys Kühlschrank. Das ist mein Kühlschrank. Wie man sieht, ist auch nichts drin, außer irgendwie Sojasoße. Aber sie haben so einen Marmeladenfetisch, hast du, ne? Ey! Ich passe jetzt auf den auf. Mensch, kitzte mich nicht so. Emily hat mit mir ja gewettet, ob der fette Heiko bis Weihnachten überlebt. Ja, und wenn ich gewinne, krieg ich... Was war das nochmal? Wir haben noch nichts ausgemacht. Doch, haben wir wohl. Nein. Doch, einen Christstern krieg ich. Die beiden dicken da unter sich schon wieder. Ich würde aber auch so gerne einen Christstern haben, so als weibliche... So, so, als Paarung. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Ich wollte mal ein Bild noch machen. Ah, nee, das nicht. Das ist der Vater von fette Heiko. Genau, der wohnt da nämlich bei mir. Hier. Das sind meine Bücher. Emilys Groschenromane. Trivial Literatur. Nein, irgendwo ist auch der... Das ist die Geschichte von... We are going to find our love. Nein, das hier, das hier, das Schwarze ist die Geschichte von... Moby Dick. Von Klavieren. Toll, ne? Und hier ist... Ja. Hier ist auch noch ein Buch über Journalismus. Hab ich gedacht, brauche ich, wenn ich beim Fernsehen bin, aber das brauche ich doch nicht. Wir müssen auch... Wir nicht. Oh, wir müssen aufhören. Ich gehe mir jetzt den Votava schnappen, der kriegt einen schönen Einlauf. Und ich kitzle noch den kleinen, fetten Heiko. Hey! Wir haben wieder einen Gast aus Saarbrücken, den Benjamin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Sehr gerne. Karl, Netzreporter in Saarbrücken. Du warst ja früher im Paar, ne? Und die Joey ist hier abhandengekommen. Abhandengekommen ist richtig, ja. Ich bin froh, dass sie hier ist. Wir haben sie gut aufgenommen. Für sie ist es toll, denke ich. Für euch ist es auch toll. Ja, auf jeden Fall. Joey ist eine super Kollegin und sie ist auch ganz lieb. Ich warte halt jetzt noch auf einen quasi Nachwuchs, wenn man so will, ja. Ja, ja. Aber bestimmt eine Dame, oder? Ja, natürlich. Das würde mich freuen. Ja, ja. Das würde mich freuen. Das ist aber rein journalistisch auch, wäre das, finde ich, wirklich besser. Aber die andere Seite, ganz klar. Ja. Am besten Vollbusig. So eine Männerfraktion ist halt auch nicht toll. Ich habe zwei Praktikanten, die beide Jungs sind. Die wollen ja auch ein Mädel dann da sitzen haben. Sonst sind wir dann wirklich nur diese Männerrunde. Jungen Rieger, Testosteronüberfluss. Irgendeinen Anreiz muss die Arbeit ja dann haben. Das sieht man schon bei Games. Auch, komm. Ein Problem. Die armen beiden Mädels, die müssen sich immer verstecken. Ja, aber die Ewa und die Alex, die kommen noch gut damit klar, oder? Die haben gute Ellenbogen. Ja, das haben sie auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Ich hoffe dir, ich wünsche dir auch eine solche Kollegin. Ja, ich wünsche dir. Schauen wir mal, ja. Ja, die Leute, die nicht in Saarbrücken wohnen, wissen ja nicht so genau, was ihr da macht und haben dich vielleicht auch noch nie gesehen. Deswegen hast du uns auch ein Movie mitgebracht, wo du uns ein bisschen deinen Arbeitsplatz und alles drumherum ein bisschen zeigst. Ja, es ist größtenteils eigentlich ein Movie über den normalen Tagesablauf bei MBC Giga Saarbrücken. Und ja, ihr müsst euch anschauen. Dann, oh, Moment jetzt. Mr. Masterplayer. Ja, ich bin gerade, war ganz überrascht, dass ich Play drücken muss. An dieser Stelle aber vielen Dank an meinen Praktikanten, den Altbjörn und an den Willi. Das sind die beiden in den Anzügen. Ja, richtig, genau. Oh, jetzt haben wir erstmal alles. Okay. Man, ich bin jetzt ruhig. Das hier war übrigens die Auftragsübergabe. Das heißt, unser Top-Thema wird dann quasi über einen Palm übertragen, in unserem Bistro nebendran übertragen. Wird mir das dann übergeben. Ich gucke mir das an, flitz ins Büro. Ja, die Leute glauben das nicht, aber so ist es bei mir. Ja, natürlich, natürlich. Das ist unser Praktikant, der Altbjörn. An dieser Stelle ein kleines Jö. Wir haben da viel Spaß, glaube ich. Absolut, absolut. An dieser Stelle dann natürlich auch der Willi, der dann direkt schon im Aufzug steht, in den zweiten Stock fährt, oben in die Redaktion bei uns. Er hat übrigens dieselben Aufzug. Ja, genau. Das Design des Gebäudes ist immer gleich. Das ist wahrscheinlich ein Giga-Aufzug. Wir sind fast wie eine nette Fastfood-Kette. Man kann uns überall erkennen. Richtig, ja, genau. Fehlt uns nur noch dieses Läckchen mit dem großen G auf der Fuß. Das ist die Redaktionskonferenz. Ich zeige Ihnen nirgendwo, was es geht. Projekt 26 ist klar. Sie machen nochmal die Geräte klar und gehen dann schon in Richtung, weiß ich nicht, Stadt, wo sie halt irgendwie was machen. Ich schicke sie dir gerne mal vorbei, ist kein Problem. Da kommen Sie übrigens gerade zurück. Der eine hat einen Tape, der andere hat die Kamera, sprich Bilder und natürlich auch ein Video dabei, das wir dann auch unseren verwöhnten Zuschauern immer wieder gerne zeigen. Wir kommen diese Art, wir kennen nur, dass diese selbst gedrehten Musiks immer ziemlich gut ankommen. Ja, absolut. Das ist auch so. Absolut, ja. Wir drehen mittlerweile richtige Filme, also ähnlich wie das hier. Hier werde ich dann auch gerade in die Regie geschleust, für mehr ins Studio geschleust. Die Maske brauche ich ja nicht zeigen, weil ich meine, für einen Jungen eine Maske zu zeigen, ist nicht so super. Dafür aber die Regie, die Praktikanten gucken, also schon, dass die Techniker ordentlich hier arbeiten. Gucken, also schon, dass alles läuft. Ja, richtig. Was ist denn besonders cool in Saarbrücken? Naja, es ist eigentlich so, dass in diesem eigentlich noch sehr kleinen Bundesland wirklich verdammt viele Sachen sind, ja, sie sind die Saarbrücken, verdammt viele Sachen sind, die man eigentlich selbst als Saarländer nicht weiß. Und das ist super spannend. Also man kriegt immer wieder was ganz Neues raus über das eigene Bundesland, über den eigenen Wohnort. Und das macht wahnsinnig auch viel Spaß, auch für die Leute, die natürlich zugucken, ist klar. Sehr coole Sache. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns feierst. Hat mich gefreut. Das Movie kann man sich doch bestimmt dann auch downloaden bei uns, oder? Ich denke mal spätestens am Montag entweder bei uns oder bei euch. Werden wir dann mal sehen. Also dann mal gucken bei Saarbrücken und dann sich das Ganze runterladen. Fand ich sehr schön auf jeden Fall. Ja, war ein bisschen Arbeit, sag ich mal. Hat sich gelohnt. Drei Stunden, hat er gesagt. Ja, so ein bisschen. Ich meine, wie gesagt, die Praktikanten haben da echt ganze Arbeit geleistet. Sehr schön, sehr schön. Lobt Sie nochmal an unserer Stelle. Gerne. Und wir freuen uns, denn wir feiern weiterhin Projekt 26. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Gewinner in Sachen Xbox Live Cup mit MotoGP. Und deswegen gehen wir ganz schnell runter zum Michael, denn der weiß mehr. So, jetzt sind wir wieder hier und es ist richtig spannend, denn es geht um den Tagessieger des Samstags und um die fette Xbox mit fetten Preisen dazu. Ich denke mir, die beiden finden es ganz nett von mir, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Sind wir hier schon mittendrin. Wir haben, lass mich kurz gucken, die vierte Runde jetzt in Angriff genommen. Insgesamt gibt es fünf Runden und der Micha liegt vorne. Allerdings Jali liegt nicht wirklich weiter hinter. Also wenn einer von unseren anderen Xbox Live mit Teilnehmern jetzt vielleicht den Micha mal umfahren würde oder sowas, dann könnte es vielleicht mal klappen, dass er Jalil aufholt. Ich will mich natürlich auch wieder bedanken bei allen, die mit sind. Unter anderem Seppi, Noxtron, Skaterfreak, Wolke 2, Lord, Swiss, Jaffa Cake und Demi. Noch jede Menge andere mehr, aber ich glaube, die waren fast alle auch gestern schon mit dabei. Also ich glaube mir, das Ganze macht euch da draußen auch viel Spaß. Das ist ja auch das, was wir hoffen. Aber hier wird es gerade richtig spannend. Und ich habe mir auch nochmal den Sven daneben geholt. Sven, ich meine, jetzt, wenn du es siehst, bist du traurig, dass du nicht dabei bist? Ja, natürlich, auf jeden Fall, allein schon wegen dem Preis. Aber ich muss ehrlich sagen, also wenn ich die Konkurrenz auf dem Stabber sehe, die spielen immer noch öfters und die waren noch schon keine einfache Aufgabe hier. Ja, also ich glaube, man kann froh sein, oder die können froh sein, dass sie nur gegeneinander spielen und nicht gegen die anderen treffen müssen, weil ich sehe hier gerade, Micha hat sich hingelegt auf Position 14 und Jalil immer noch auf Position 15, holt aber ein bisschen auch, weil er jetzt nicht ins Kiesbitt gefahren wird. Ich meine, ich könnte jetzt mal gemein sein und einen kleinen O-Ton mir zum Beispiel von Micha holen. Micha, wie geht's dir? Ja, der ist dann entsprechend. Die Leute labern mir dauernd irgendwas aufs Ohr und ich verstehe es nicht wirklich. Außerdem sagt mir das eigentlich, ich soll irgendwas sagen. Hallo, wer auch immer was gerade gesagt hat. Irgendwo erkennen wir das ja, dass die Leute gerne im Fernsehen einmal genannt werden. Aber wir haben jetzt die fünfte Runde. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern und wenn Jalil sich nicht ganz viel Mühe gibt, dann sieht das hier nach einem Startziel-Sieg von Micha aus. Ja, Jalil kommt jetzt gerade erst rüber, ist aber, Moment, jetzt, äh, ja, dann bist du vor ihm gewesen. Stimmt, du warst die ganze Zeit vor ihm, aber warum war denn bei ihm 14 angezeigt? Du hast gewonnen. Ich würde sagen, wir haben einen Sieger. Kurze Konfusion, irgendwie stand die ganze Zeit was anderes da oben. Allerdings, äh, kann ich dann jetzt nur dem armen Micha sagen, herzliches Beileid, du hast doch nicht gewonnen. Und Jalil musste gar nicht mehr auffüllen, sondern hat fantastisch gewonnen. Gratulation. O-Ton? Ähm, ja. Du willst deine Mutter grüßen, deine Schwester, deine Freunde und so weiter? Ich möchte meine Freundin grüßen, der ist im Moment nicht so wirklich begehrt, aber, ähm, ich liebe sie über alles. Das ist doch romantisch. Ich meine, eigentlich braucht der Junge da gar keinen Preis, vielleicht können wir die Xbox dann jemand anders da schenken, ich meine, wenn er so eine tolle Freundin hat. Nein, natürlich nicht, komm, wir machen jetzt das mal mit den Preisen. Als erstes werden wir vielleicht die, äh, in Anführungszeichen Verlierer beehren. Hier, einmal für dich, Sven, zwei Spiele, MotoGP und Mac Warrior, du hast zwar keinen, äh, Mac Assault natürlich, du hast zwar keinen Xbox, aber das kann sich ja vielleicht noch ändern. Dann gehen wir weiter zu Micha, hier, bitteschön, auch für dich zwei Spiele. Ich muss ja sagen, es war ein bisschen schade, aber, äh, ja, du hast letztendlich einfach nicht deine, deine Favoritenrolle bestätigen können. Macht aber nix, vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht nächstes Jahr und damit kommen wir zum großartigen Sieger, den Jalil. Einmal die zwei Spiele und dann natürlich noch viel, viel fetter. Hier. Die Xbox. Ich hoffe, dass du, äh, vielleicht auch ein begeisterter Xbox-Spieler wirst. Das Live-Kit bekommst du noch nachträglich zugeschickt, dann kannst du auch wieder mit deinen neu gewonnenen Freunden da vielleicht ein bisschen zocken. Ich hoffe, dass du da ein bisschen Spaß mit hast und, äh, ja, mit der Xbox eine Menge Freude haben wirst. Und ich denke mir, das Event war schon sehr, sehr cool. Gleich gibt es dann aber noch was richtig Fettes, nämlich dann geht es, wenn Jalil gegen den gestrigen Tages-Sieger Benni spielt, um wirklich die Krone im MotoGP Live-Cup. Gibt zwar keine Xbox mehr zu gewinnen, aber es geht um die Ehre. Und wir wissen alle, dass das den wahren Zocker am wichtigsten ist und deswegen bleibt er noch ein bisschen sitzen, kann noch ein bisschen üben. Und ihr solltet auf keinen Fall verpassen, wenn in einer Stunde hier wieder dann das endgültige Finale Tagesliga-Freitag gegen Tagesliga-Samtag stattfindet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Giga.de gibt es eine neue Aktion, die heißt Giga Global. Wir haben Botschafter auf der ganzen Welt und jetzt werde ich feierlich eine neue eröffnen. Auf Giga.de surfen, dann auf Giga Global surfen. Dann könnt ihr da teilhaben, denn wir haben einen neuen aktiviert und zwar Luigi Burgi. Den klicke ich mal an. Auf seine Seite kann ich surfen und das ist die Seite von Luigi Burgi. Und der zuständige Netzreporter von Luigi in Italien ist der Hussein. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass der Hussein jetzt noch schläft. Schließlich hat er ja die ganze Nacht während der Help Night moderiert. Also liebe Grüße an Hussein, wenn du das jetzt zufällig gerade vom Bett aus siehst. Ich rufe jetzt mal deinen Luigi an. Okay. Hallo Luigi. Hallo, wie geht's? Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt ab jetzt sofort Giga Botschafter für Hussein in Italien. Sehr gut. Ich freue mich so viel mit euch, damit wir mitmachen können. Es ist wirklich gut. Ja, das finde ich ganz toll. Also man hat ja auf deiner Seite drei Webcams und da sehen wir den Kanale Grande. Ja, Venedig. Ja, die schöne Venedig. Und Turin. Jetzt ist es in Norden Italien sehr schlechtes Wetter gehabt. Und so, vielleicht könnt ihr auch auf die Webcam sehen, dass, also wir haben einige Probleme gehabt. Genau. Und das kann man auch in deinem Log, in deinem ersten Artikel lesen. Wenn ihr also auf Story klickt, könnt ihr Luigis ersten Weblog lesen und da stellt er sich kurz vor. Und dann geht es um, wie gesagt, das nicht so glückliche Ereignis in Norditalien. Wie sieht es denn da jetzt gerade in diesem Augenblick aus? Jetzt heute, es ist seit, äh, einem schönen Tag, eigentlich. Okay. Nur heute. Aber es hat wirklich drei Wochen lang sehr viel Regen gehabt und sehr viele Probleme, sehr viele Leute in ganzer Norditalien, dass nicht in ihrem Haus leben können. Und also wir hoffen, dass es so bleibt. Also gutes Wetter, sodass die Situation besser wird. Okay. Ein gutes Omen, schönes Wetter in Italien. Ich danke dir, Luigi. Du wirst mit Hüsin ab jetzt für help der neue Giga-Botschafter sein. Herzlichen Glückwunsch und tschüss nach Italien. Danke, danke, vielen Dank an alle. Ja, tschüss. Tschüss. Und wenn ihr jetzt mit Luigi chatten wollt, dann ab in seinen Giga-Global-Chat. Da ist er nämlich jetzt für euch 30 Minuten. Viel Spaß. Nächste Freunde, stand zusammen. Ich umringt von Köln an. Eine Premiere, das gönne ich mir aber heute, am Geburtstag von NBC Giga. Die Höhner sind im Studio, im Stall, wollte ich schon sagen. Wir haben gesagt, das ist der Peter, das ist der Hannes. Das ist doch einfach, Frau Höhner zu holen. Das ist einfacher, wollen wir so viel merken. Ihr habt ein neues Album. Oh, jetzt haben wir es natürlich schon signiert. Emily hat mich nämlich gebeten, dass die Höhner unbedingt für die Eltern der Schwibbschlägerin, des Cousins dritten Grades, das neue Album signieren. Also ohne die Unterschrift gibt es das überall im Handel. Ja. Und auf eurer Website kann man es bestimmt auch bestellen. Und bei Ebay und überall. Auf Ebay, das bald auch auf Ebay. Und ein Poster, das muss ich jetzt nochmal kurz zeigen, weil Poster gibt es so selten von Musikgästen. Hier nochmal, Döner in Jans Joos, wie der Kölner sagen würde. Richtig? Ja, muss so, so ein bisschen, das liegt so. Oh, oh, jetzt stimmt es schon bei mir. Das liegt bei Ebay, weil das kostet nichts. Aber signiert würde es was kosten. Eventuell. Muss ich mal gucken nachher, ob sie das signieren. Ihr habt auch eine neue Website, die ist vorgestern neu gestartet worden. Ja, ganz neusinnig, aber immer aktualisiert. Aber so ein paar Sachen dabei. Ja, ja, schon aktualisiert. Ich habe dir die Maus anvertraut. Oh ja, komm. www.höhner.com Genau, hier geht es zur Homepage. Und das Aktuelle dabei ist, dass wir unter Herzlich Willkommen jetzt gestern erst mitgeteilt haben, dass wir auf Tour gehen im kommenden Jahr mit der Höhner Rockin' Roncalli Show. Da wären wir nämlich wieder einmal im Zirkus. Watt Zirkus. Wir sind wirklich alle gemeinsame Sachen. Oh, das grüne Mikro geht nicht. Kriege ich einen Ersatzmikro. Geht das gelbe? Gelb tut's. Wunderbar. Das grüne Mikro geht schon ganz am Tag nicht. Also was ich jetzt gesagt habe, war, dass wir also auf der Homepage gerade aktuell darüber informieren, dass wir auf Tour gehen im kommenden Jahr. Beginnen wir mit der Höhner Rockin' Roncalli Show in Aachen. Wie kam die Zusammenarbeit zustande, Roncalli und Höhner? Ähm, Kindheitstrauen. Also der Bart, das erinnert natürlich so ein bisschen spontan sofort an, wie heißt der nochmal? Bernhard Paul. Genau. Und vor 25 Jahren war das schon eine besprochene Sache. Wir müssen mal was zusammen machen. So lange hat's dann gedauert, jetzt endlich ist es soweit. Seit zwei Jahren gibt's die Show und im Jahre 2003, also gehen wir erstmal nicht damit auf Tour und beginnen in Aachen. In Aachen kommt vorbei, ihr habt nur zwei Wochen Zeit, jeden Tag, Sonntags auch's zweimal. Wollen wir noch mehr gucken, was es dann noch so gibt? Ja, ja klar, weil ich hab auch gesehen, eben, es gibt Videos von euch. Ja, wir haben jetzt so ein kleines Tagebuch mal angelegt, also die Session beginnt ja jetzt. Die Ecke, die sehe ich oben auch. Genau, Elfter im Elfen beginnt jetzt und wir haben am Elften im Elfen, ich klicke das einfach mal an, weil das muss noch so ein bisschen zwischenspeichern. Da ist der Janus. Elfen im Elfen geht wieder los! Ja, und dann rufen wir auf, 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 ein Entwilbeköln! Viva Colonia! Viva Colonia wird der Knaller. Viva Colonia, das lass ich nochmal durchgehen, weil ja heute unser Geburtstag ist. Aber wie haltet ihr eure Stimmbänder fit während der Session? Ich meine, das ist ja ein Gebrülle, ein Gegröle, ein Gefeiere. Also im Normalfall singen wir schon. Ja, natürlich, also wenn ihr auf der Bühne seid, dann singt ihr auch. Aber dazwischen wird natürlich auch gegrölt und gejubelt. Ja, man muss immer lange schlafen, viel Tee trinken, kein Alk. Nein, eben auch kein Alkohol. Das ist der Trick. Genau. Deswegen? Kein Alkohol, außer Kölsch ist ja kein Alkohol, aber man muss es schon so ein bisschen zurücknehmen und nicht mehr, ich rauche jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr, es hilft sehr. Okay, also auf die Stimmbänder schon achten, die ganzen pflegen. Was gibt's noch? Ganz kurz, Jäcke, Ecke, drei Sekunden haben wir noch. Es lohnt sich einfach mal reinzugucken. Also bei uns gibt's dann also natürlich die E-Cards zu verschicken, bei uns trommelt auch das Sansebarhuhn und es gibt eine ganze Menge auf der Homepage anzuschauen, auch das Forum, ab und zu chatten wir auch, Downloads, Spiele, man kann auch hier ein Kartenspiel, ein extra Höhner-Kartenspiel haben wir auf der Homepage. Also es gibt eine Menge zu gucken. Hätte ich nicht gedacht, dass die Höhner so Internetjacks sind. Es gibt einen Link zu einer Fan-Homepage, also lohnt sich einfach mal reinzugucken. www.höhner.com.com Und was hören wir jetzt gleich von euch, vom neuen Album? Lass uns was hingehen, ich schlage vor, dass wir unsere Hommage an die Damenwelt hier präsentieren und das ist ein Lied, das da heißt, dicke Mädchen haben schöne Namen. Das ist ja super, weil unsere Palme heißt fette Heiko. Gleich, gleich, gleich der Höhner bei uns hier im Studio. Wenn ihr Fragen habt, ja, geht auf die Seite höhner.com. Geile Seite. Danke euch. Die Geburtstagssendung Projekt 26 hat einen eigenen Titelsong. Ihr hört ihn immer wieder zwischen unseren Takes, Follow the G. Und der wurde eingesungen von den Weather Girls. Wir sind ganz, ganz stolz darauf. Und das war eigentlich erst vor knapp einer Woche, eigentlich noch nicht mal einer Woche, dass sie diesen Song gesungen haben. Und wir waren natürlich im Studio dabei in Frankfurt. Und ihr bekommt ein kleines Making-of zu sehen. Viel Spaß dabei. Ich versuche, uns zu singen, einige Adlibs in der Song, aber, you know, die Song ist irgendwie busy, also ich versuche, mich durchzuführen. Wir werden arbeiten. Wir werden mit ihnen 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 얘기. Wir werden mit ihnen arbeiten. Wir werden mit ihnen vorbereitet. See, those two are easy. It's that third one when she goes back. Follow the G, 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 G. That's the word. G, G. So you gotta listen. We follow the G. We stand side by side. We follow the G. So we will last it now. We never, forever. Live your life as happy as can be And take your chance Cause living is for free We follow the G We follow the G Don't stand behind We follow the G Get out there on that table All right, now it's time to do your best We follow the G We're full of pride We follow the G Stand side by side We follow the G So we will last it now We never, forever We are full of pride Stand side by side We follow We follow the G Follow the G Unser Titelsong für Projekt 26 Ihr bekommt ihn exklusiv im zweiten Gigabuch Also braucht ihr nicht mehr lange drauf warten Und ich hoffe, ihr habt Spaß damit Ich finde, der Song muss auf die Nummer 1 in den Charts Und deswegen solltet ihr ganz oft in den Diskotheken, ja Die DJs fragen Hey, hast du nicht follow the G? Ja, vielleicht finden die das irgendwann Wir haben noch etwas zu vergeben Nämlich einen virtuellen Preis An PK zu Hause Denn er war der einzige Chatter, ja Der heute Nacht, vor allem im NetBeat-Chat Ungefähr bis jetzt 23 Stunden oder 22 Stunden durchgehalten hat Also herzlichen Glückwunsch von uns hier Und ans Franz Butler natürlich auch Denn er hat, glaube ich, so an die 13 oder 17 Da konnte er sich so nicht ganz einigen Wurde er sich nicht ganz einig? Ist egal Schon ein bisschen spät heute, so Nach ein paar Stunden Das wollte ich unbedingt loswerden Ja, die zwei Chatter der Stunde Des Projekts 26 Und wir haben noch einen Bilderschicker Des Projekts 26 Und zwar ist das Ateros Er hat nämlich 40 Fotos gemacht Und die allerbesten hat er uns geschickt So sehen sie aus Und die werdet ihr demnächst natürlich auch finden Dort, wo alle Bilder von euch zu finden sind Nämlich, wenn ihr auf GIGA.de geht Beim Projekt 26 hier auf Backstage klicken Dann bei TV Shots und dort findet ihr von jeder Stunde die Bilder Und ganz unten gibt's die NetBeat Features Zum Beispiel hier gibt's eure Bilder im NetBeat Hier sind eure Bilder drin Dann natürlich NetBeat ist Martin und Joe Hier Martin und Joe Bilder Und NetBeat ist Spaß, das haben wir euch noch gar nicht gesagt Da findet ihr natürlich noch, wie so ein Tag bei NetBeat abläuft Und warum wir immer so lustig sind Da ist das Geheimnis verborgen In NetBeat ist Spaß Könnt ihr gespannt sein drauf Was hab ich noch? Ach ja, schon lange versprochen, immer wieder angeteast Wallpapers gibt es 50 und zwar richtig spacige Da geht ihr am besten auf den fetten Artikel im NetBeat Da heißt über 50 fettes Space Wallpaper Klickt euch durch die Shots & Pics Und merkt euch dann hier zum Beispiel Space Picture 1 Den Namen Ja, oder aber von dem Bild zum Beispiel Space Picture 2 Das dritte ist die Nummer 3 Und das vierte, wie soll es anders sein? Nummer 4 Hier könnt ihr also alle 50 durchklicken Natürlich unter den Shots & Pics beim Artikel Und wenn ihr dann hier in diesen Download-Bereich geht Hier am Rand ist der jetzt nur für Projekt 26 Dann kommt ihr auf eine Seite, wo ihr NetBeat raussucht Und dann hier unten das zweite sind die Wallpaper Und wenn ihr da draufklickt Dann findet ihr nicht nur die Leiste, die gestern Nacht schon da war Sondern jetzt alle 50 Wallpaper angehängt Die ihr euch runterladen könnt Ist das grandios oder ist das grandios? Wir haben das eigentlich dem Martin zu verdanken Ihr habt es dem Martin zu verdanken Und unserem coolen Praktikanten Daniel Das musste jetzt hier mal gesagt werden Ganz viele schöne Sachen habe ich noch bekommen Der NetBeat ist Und Henriette hat zum Beispiel gesagt Der NetBeat ist einfach nur cool Martin und Grit Da hat die Henriette ja gut aufgepasst, würde ich sagen Außerdem, der NetBeat ist der beste Bereich, den es Giga gibt Und einfach nur cool Und ich hoffe, das bleibt so Und wo ihr die ganzen Sachen posten könnt Euch wiederfindet und so weiter Wisst ihr ganz genau Auf GIGA.de Fast haben wir es geschafft Und das ist Höner mit ihrem Album Die ersten 30 Jahre Genau Und daraus spielen sie jetzt den Song Dicke Mädchen Dicke Mädchen Haben schöne Tage Heißen Toska Rosa oder Karne Dicke Mädchen Hat der Himmel geschickt Dicke Mädchen Dicke Mädchen Derر Musik Action, Sports, Adventures und Fun. Die heißesten Spiele auf eurer Lieblingskonsole. In der ersten Dezemberwoche täglich von 20 bis 22 Uhr. Läuft. Kommercials. Download. Complete. Musik 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 Das sind zwei Items, die ihr bei Projekt 26 auf Charity ersteigern könnt. Eine gemeinsame Aktion von NBC, Giga und Ebay. Deswegen steht da Olli jetzt hier. Hallo. Na, also wir schauen doch mal, wie die Zwischenstände der verschiedenen Items sind. Dieser ist glaube ich ausgelaufen. Genau, der ist vor genau 25 Minuten ausgelaufen. Das war der Gamecube von Tom Novy, signiert. Genau, schauen wir doch mal rein, wer den ersteigert hat. Kryptik Pete ist der glückliche Käufer. 186 Euro, also eigentlich ein ganz ordentlicher Preis. Ja, und der Erlös geht natürlich komplett an Vernetzte Welt für Kinder. Das ist eine ganz tolle Einrichtung. Da können Kinder miteinander chatten, die im Krankenhaus sind, miteinander spielen. Also eine super Sache. Und ihr könnt aber noch Sachen ersteigern auf Ebay. Schauen wir doch mal, was wir da noch haben. Diese Playstation 2, genau. Das ist das nächste Produkt, was ausläuft. Genau, die läuft aus in... 34 Minuten und 58 Sekunden. Wir haben momentan schon einen stolzen Preis von 258 Euro. 47 Gebote bereits seit wenigen Tagen. Playstation Hase ist der Höchstbieter, also ein absoluter Fan. Und aus gutem Grund, weil diese Playstation 2 ist geairbrushed mit einem aktuellen Harry Potter Design. Man kann sie nicht kaufen im Handel, sondern nur hier bei den Artikeln von NBC Giga. Unglaublich, oder? Wenn ihr mitbieten wollt, dann surft auf die Seite Projekt 26 Charity. Dann landet ihr auf Ebay, wo ihr dann mitbieten könnt. Dann müsst ihr nur noch den Item raussuchen. Das Item, was ihr haben wollt, zum Beispiel hier Harry Potter. Scrollt ganz runter und dann... Genau, dann ist es sehr wichtig, dass ihr Ebay-Mitglied seid, weil nur diese können mitbieten. Geben dann einfach ihr Höchstgebot hier unten ein in das kleine Fensterchen. 259 Euro wäre der nächste Biet-Schritt. Oder ihr meldet euch an bei ebay.de. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ungefähr 35 Minuten, bis der Artikel ausläuft. Also alle ran an den Computer und mitbieten. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Items, die ihr auf Ebay ersteigern könnt, für einen guten Zweck. Also bietet fleißig mit. Projekt 26 bei NBC Giga, von uns auch liebevoll Projekt 26 genannt, ist in diesem Augenblick, also in ein paar Minuten, übrigens genau 24 Stunden alt, ja? Ich weiß nicht, ob das irgendwem von euch schon aufgefallen ist. Seit 24 Stunden senden wir jetzt für euch nonstop. Ich finde, dafür haben wir einen riesigen Applaus verdient. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, sehr nett von euch. Vielen Dank, ja. Bei Update gibt es jetzt und damit auch schon genug gesabbelt, den zweiten und damit vorerst letzten Teil unserer vierteiligen Trilogie Update der Film. Ab. Bitteschön. 17.59 Uhr und 30 Sekunden. Wir sind mittendrin im Kompetenzzentrum des Kompetenzteams von Edmund Stoiber in der Parteizentrale der CDU. Okay, läuft. Wer fängt denn an? Ja, läuft. Du fängst an, oder? Ja, er fängt an. Kann man die Tür da vorne zumachen zum Treffenhaus? 37 Prozent SPD, 39 Prozent Union, 9,5 Prozent Grüne, 7 Prozent FDP. Dieser ganze Bereich wäre abgesorfen im letzten Jahr. Hätte es nicht das Kanzler-Sixpack gegeben. Das Kanzler-Sixpack. Kanzler-Sixpack. Und wer war da der Macher? Ich habe die Umfragen gemacht. Dafür gab es die meisten Punkte. Ich war es mal wieder. Ich. So, heute stellen wir mal die Kanzler-Sixpack-Frage an eine... Jochen, gib mir eine Antwort und dreh nicht dumm. Randgruppe. Ach, Randgruppe. Alles klar. So, liebe Kanzler-Sixpack-Freunde. Ich müsste erst mal den Schwenk machen. So, liebe Kanzler-Sixpack-Freunde. Heute stellen wir mal die Umfrage an eine Randgruppe. Und zwar an den gemeinen Gamer. Kommt einfach mal mit. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie er versucht hat, bei dem Games-Container den Schlüssel reinzustecken? Das war lustig. Jochen, wir sind nach uns gesperrt. Der Schlüssel geht hier nicht. Wieso geht mein Schlüssel nicht? Ja, ist der Schlüssel dabei. Latte oder nicht? Das ist hier die Frage. Stichwort TV-Duell. Christoph und... Christoph und ich sind da hingefahren. Das war toll. Also, wer mit wackeligen Kniden da reingeht, hat schon verloren. Mal gucken, wie die beiden Kandidaten da miteinander umgehen. Ich hoffe, dass es nicht zu viel reglementiert ist, dass auch noch ein bisschen Spannung bleibt. Ich bin eingeladen von Bekannten und ich bin natürlich super neugierig, wie es wird. Es ist das erste Mal und ich bin natürlich auch hier, um die Partei zu unterstützen, die ich will. Ich bin natürlich schon ganz schön spät. Tschüss. Jetzt sind sie weg. Ich hoffe, so bleibt's. Ich hab keinen Bock mehr, ja? Das geht mir jetzt alles auf den Keks hier. Ich bin der Chef und sage, wann Schluss ist. Schluss! To be continued, wie ihr lesen konntet. Also vielleicht war es doch nicht der zweite und letzte Teil unserer vierteiligen Trilogie. Vielleicht kommt noch was. Für heute ist erstmal Schluss. Aber es gibt gleich noch, und damit verrate ich, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, eine Weltsensation. Und das in der nächsten kommenden Stunde bei NBC Giga hier bei Update. Dranbleiben! Projekt 26! Wir feiern. Und noch gibt es zwei Stunden. Zwei Stunden, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Ja, genau so viele Augenringe habe ich. Wie follow the G, sozusagen. Und natürlich wird es in dieser Stunde wieder spannend. Es gibt ganz tolle Themen. Und ich glaube, der Stars-Bereich, der enttäuscht uns nie. Geht gar nicht. Hallo! Amy, wir geben uns auf jeden Fall immer total Mühe. Ja, ich muss warten, bis das Rotlicht angeht, Mensch, Leute. Ja, 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 ja. Ich bin ja öfter mal nicht da, ne? Und das hat ja einen Grund. Nicht, weil ich immer nur beim Zahnarzt bin. Das kommt schon mal öfter vor. Aber manchmal bin ich auch mit irgendwelchen Stars unterwegs. Und da habe ich mal gedacht, ich zeige euch mal, wie das so abläuft. Und was man so machen muss im Vorfeld und im Nachfeld quasi, ne? Und Daniel, was Daniel so machen muss, wäre ein Besseres. Also ein Special über Specials quasi. Ja, ihr seid ja sowieso Specials, Specials. Ja, und Sport & Fun ist ja auch wieder da. Habe ich eben gerade bei einem kleinen Blick gesehen. Haben die auch Themen? Ja, was denkst du denn? Habt ihr Themen? Kollege. Ja, habt Themen. Nicht nur Deutschland sucht den Superstar. Nein, wir von Sport & Fun suchen auch den Superstar. Wir haben so ein paar heiße Kandidaten, die wollen gleich vorsingen. Und ich bin mal gespannt. Wir haben den Dieter eingeladen. Wir haben den Typen vom Radio eingeladen. Aha. Und wir haben den Plattenboss eingeladen, der nicht den Ton sagt. Ja? Cool. Wir haben eine heiße Jury und wir haben Kandidaten. Wir suchen den Superstar. Dann habt ihr ja alle dabei. Du kannst dabei sein, wenn du willst übrigens. Sehr cool, sehr cool. Bewerbungen laufen noch. Ich freue mich darauf. Und der Tom hat eben schon den lustigen Jochen gezeigt. Und was kommt jetzt? Macht eine 24-Stunden-Sendung Psychopathen? Ich glaube, nein. Wie immer. Ah, nein. Simon. Verzeihung. Der ist eklig. Ich bin abgeschweift. Es gibt eine Weltpremiere gleich bei Update bei uns in dieser Stunde. Ich verrate noch nicht was, aber ich darf schon mal so viel sagen. Es ist ein Knaller. Ein Kracher. Es ist ein Bonbon vom Allerfeinsten. Hm. Lecker. Ja, jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille. Jetzt kommt doch normalerweise Megaradio, oder? Ja, kommt ja auch. Habe ich da recht? Da hast du recht. Ich habe so kraft die Checker-Skills hier. Ein grünes Ballöhnchen für Niskega. Ein rotes für Megaradio macht mit der Sahnetorte, die da schon dran klebt am grünen. Das Geburtstags-Super-Sonder-Multimedia-Projekt P26 auch im Radio bei Megaradio. Wir sind auch noch bis 17 Uhr live dabei. Also dreht an eurem Radio rum und sucht uns da mal. Fast deutschlandweit jetzt im Kabel. Also probiert es aus und gewinnt coole Preise bei uns in den nächsten beiden Stunden. Schaltet ein. Fein, wir gehen auch gleich rüber zu Martin. Bei mir gibt es gleich ein Experiment des Jahres, das allerletzte von allen. Eine große Materialschlacht mit Öl, Eiern, Wasser, Salz und Flaschen und sowas alles. Und ich hoffe, es wird gelingen. Ja, da schmeißt du hoffentlich nicht mich mit. Dich? Ja, höchstens danach. Aber das hast du doch gerne, so ein bisschen Öl auf der Haut, oder? Klar, das haben alle Frauen gern. Und dann auch der Kollege Etienne vom PC- bzw. Games-Bereich. Sag mal, Simon, was sagt dir dieses Zitat? Ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Oder ich hasse Schlangen. Das kann doch nur Monkey Island sein. Genau. Oder Indiana Jones. Ja, eines der geilsten Reventures, das jemals kreiert wurde. Das jemals kreiert wurde, werde ich jetzt gleich mit dem Hannes hier akribisch durchspielen. In drei Minuten. Da freue ich mich sehr auf. Oh, super, super, super. Das ist bestimmt im Detail. Ja. Und wir haben Gäste. Sehr schön. Die NMC Experience für die zweite Staffel, sozusagen. Die zweiten Teil unserer Birthday Show. Schön, dass ihr da seid. Und ihr seid auch so viele. Oh, da ist auch jemand. Da sind ja Leute, die kommen mir ganz sympathisch vor. Kommt mal nach vorne, ihr beide. Kommt, hm? Ihr Hübschen. Ihr seid so nett. Ja, du auch. Du mit dem Hut. Keine Angst. Die Sumi beißt nicht. Sehr schön. Okay. Ihr nehmt euch einfach ein Mikro und erzählt uns einfach vielleicht reihum, wo ihr gerade herkommt und wie ihr heißt im Chat und im richtigen Leben. Ja, also im richtigen Leben heiße ich Alexander Legge in der Community Aller und komme aus Bad Wildung. Also ich bin der Matthias Schmidt. Ich komme auch aus der Nähe von Bad Wildung. Ja, und einen Nickname habe ich gar nicht. Noch nicht? Noch nicht. Kann ja auch noch kommen. Machen wir gleich hier. Tja. Ja, also ich bin der Robert Hasper, komme aus Berlin und in der Community bin ich bekannt als Mystery-Robert. Ich bin die Anne, komme aus Stadt Rota und im Chat heiße ich Antibiotika-Sow. Und dich kennen wir auch schon. Ja, den Namen kann man sich auch leicht merken. Ich bin der Pascal Frank, komme auch aus Berlin und ich habe auch noch keinen Gebläden, aber in Mache. Es kommt noch. In Mache. Also ich bin Robin, komme aus Flensburg und heiße in der Community Cyberflash. Und ich bin Steffi, ich komme aus Stuttgart und im Chat heiße ich Steffi mit drei I. Oh, mit drei I. Aufgepasst. Hallo, ich bin der Lukas aus Rating und im Chat gibt es mich bis jetzt noch nicht. Ratingen! Und, aber mal gucken, vielleicht kannst du noch werden. Hallo, ich bin der Richard, auch aus Rating mit Lukas und in der Community heiße ich Nielix. Nielix. Und der Mann mit Wut? Ich habe wirklich ein Leben heißen, ich heiße ich Wilhelm Wieben und mein Liebname ist Wechselbart. 65, gell? Wechselbart 65 und halb. Ich komme aus großen Kneten. Freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir feiern noch zwei Stunden und ihr hoffentlich mit. Ne? Auf jeden Fall. Sehr cool. Die NMC Experience für unsere Birthday Show und wir kommen bald, bald, bald zum Finale. Einen Tag haben wir schon gefeiert. Einen Tag haben wir schon gefeiert. Wir machen uns nicht. Die Bist, Cywing! Du, mein Giga Games! Action, Sports, Adventures und Fun. Die heißesten Spiele auf eurer Lieblingskonsole. In der ersten Dezemberwoche täglich von 20 bis 22 Uhr. Loading, Commercials. Download, Complete. Und da sind die NMC Jahre. Ich find, die NMC. Deutschland sucht den Superstar, das war gestern und das ist ja mega out. Heute wird Sport und Fun aktiv und wir suchen den wahren Superstar Deutschlands. Wir haben einige Kandidaten, die sich bereitgestellt haben, die jetzt versuchen werden, diese Showbühne hier zu nutzen, um möglicherweise ganz, ganz, ganz groß rauszukommen und ich würde sagen, der erste Kandidat... Wir müssen uns ja kurz vorstellen, das ist die Jury übrigens, der Plattenboss, der nie was sagt, wir haben die, der... Ey, 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 das ist total bekannt, wer ich bin, ey. Und wir haben natürlich mich, den Radiomoderator, den wo keiner erkennt. Ganz genau. Und der erste Kandidat, der da jetzt mal reinkommt, das ist, glaube ich, Chicken, Daniel. So, bitte schön. So, bitte schön. Drei Sekunden Zeit, was denkst du? Ich hab was vorbereitet, und zwar den toastenden Fingerhut. Ja, 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 das ist mir egal, fang an, ich hab meine Zeit nicht im Lotto gewonnen. I am an Adonai, me and my Adonai. I am a Rasta, yes, I am, I am Dominic's number one. Also mir reicht das. Ich hatte aber noch einen Tanz vorbereitet. Ich hatte noch einen Tanz vorbereitet. Hast du noch was mitgebracht? Ich hatte noch, ich hatte noch, okay, eins, zwei, ja, ja. Also ich, ich bin nicht so überzeugt. Ey, 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 sag mal. Warte mal, Dieter, warte mal, Dieter, sag mal, willst du mich verarschen? Lass, lass mal die nächsten Kandidaten reinmachen. Aber das ist der toastende Fingerhut. Ey, das ist, ey, das ist mega schlecht, das, ey, du bist, ey, du bist mega untalent. Ey, ey, geh lieber. Ja, ey, also fürs Radio, reine Stimme. Danke fürs Kommen. Verschwendest meine Zeit. Ich hab dein Buch nicht gelesen. Danke fürs Kommen. Ja, danke. Danke, ich glaube, die nächste junge Dame kommt, jetzt Emily. Ja, wir könnten mal wieder was mitbrusten gebrauchen. Wir brauchen mal eine Frau hier, mal gucken, was diese Frau so kann. Dieter, du kannst besonders aufpassen. Hallo, du bist... Hi, Dieter. Du bist wer? Die Emily. Emily. Hallo. Hallo, Emily. Hallo. Emily, was singst du? Ja, ich hab gedacht, weil heute so ein ganz besonderer Tag ist, sing ich mal was ganz besonderes. Ja. Sing mal. Komm, los geht's. Ich hab auch dabei ein Show-Act, ja. Gut. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ich find, der hat keine Ausstellung. Happy Birthday, dear Kiga. Happy Birthday to you. Also, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was meine Kollegen sagen würden, ich weiß jetzt gar nicht, was meine Kollegen sagen würden, aber ich finde, du hast mich total berührt, ne? Hier hast du mich total berührt. Du hast ne super Stimme. Sag mal. Sag mal. Also, von mir kriegst du ein klares Ja. Darf ich mal für dich kochen, Dieter? Von mir kriegst du ein klares Ja. Darf ich mal für dich kochen, Dieter? Der nächste Kandidat dann bitte. Mega gut. Ja? Der nächste bitte. Mega gut. Ey, die war mega gut. Da kommt der nächste Ja. Hallo. Ey, wer bist du denn? Ich bin Martin aus Düsseldorf. Oh, der ist ein bisschen... Hallo Martin. Ich hab zu Hause das schon geübt und ich wollte vorher sagen... Ja, komm, fang einfach mal einfach. Auch wenn ihr sagt, ist schlecht, ich mach auf jeden Fall weiter. Ich weiß, dass ich gut bin. Ja, komm, auf. Okay, jetzt. Ey, fang an. Dass wir Fortunen sind, Heidi Heido. Nein, nein. Moment, Martin, Martin, Martin. Das weiß ein jedes Kind, Heidi Heido. Wir reißen Bäume aus, Heidi Heido. Martin, das ist für mich. Wir sind schon schlecht. Komm mal bitte raus. Das geht ja gar nicht. Willst du mich verarschen? Also ich hab das gestern schon mal gesungen und da wurde mir gesagt, das ist gut. Ne, also danke. Ich mach aber trotzdem weiter. Ja, mach mal. Viel Glück. Viel Glück. Ich verstehe es echt nicht. Ihr habt doch selber keine Ahnung, habt ihr doch nicht. Viel Glück. Wir haben noch eine junge Dame, die bitte jetzt zum Casting. Ey, wir haben aber keine Zeit. Doch, wir müssen noch. Wir haben noch Uta. Ganz schnell. Ey, du bist Uta? Ja, das ist Uta. Uta, sing mal. Uta, komm, schnell. Du hast nicht viel viel Zeit. Sing mal, Uta. Wer hat denn hier vorher gestern? Sing mal. Uta. Ey, das ist super. Sehr schön. Ey, das berührt mich auch. Ey, du hast hier unterschreiben. Ey, danke. Du hast geschehen. Ey, danke. Du bist dabei. Du bist dabei. Ey, super. Wer ist das da? Ey, die war super, super war die. Wer ist der? Schönen guten Abend, die Damen und Herren. Ich heiße Carsten Burkhardt und ich würde auch gerne etwas vortragen heute dem netten Publikum. Aber bitte schnell. Aber ganz, ey, ey, nicht los. Ich werde das leider nur mit den Ohrenstöpseln, weil ich muss ja wie gesagt einen Walkman anmachen und dann geht das mal. Ja. Ich tanze dazu ein bisschen, wenn es beliebt ist. Dann kannst du vielleicht mal anfangen. Hey, Baby. I'm so crazy about you, du geiles Stück. Hey. Ey, der hat was. Ey, der hat was. Aber das will man auch. Die wollen die Kinder hören, aber nicht im Radio. Das wollen die hören. Das wollen die hören und wollen die sehen. Ey, du hast hier. Wiederkommen, würde ich sagen. Ich stehe noch ein bisschen so dabei. Ja, auf jeden Fall wiederkommen. Ey, du hast dir jetzt auch total Mühe gegeben, ne? Total Mühe gegeben. Ey, das finde ich super. Ich würde mich so gern auf den Laufstück. Ich, also ich finde, du solltest echt wiederkommen. Ey, echt, echt wiederkommen solltest du. Ja? Ey, du bist, ey, du, das echt, das, ey. Ey, wir müssen uns auch mal fragen. Dazu kommt, dazu kommt. Ey, ganz stark. Wir überlegen uns das, Uta oder er. So, wir müssen in die Werbung, glaube ich, oder? Wir müssen erstmal in die Werbung. Ich tanze nur noch so ein bisschen, wenn es beliebt wäre. Und, ähm, tanze. Danke, ja. Und gleich, äh, gleich fällen wir das Urteil. Genau. Und dann gibt es hier den Live-Auftritt vom, äh, vom Megastar. Vom Megastar. Vom Gigastar. Vom Gigastar. Vom Gigastar. Vom Gigastar. Giga-Megastar. Danke. Ja, danke. Ja, ich mach das jetzt wohl alleine. Daniel, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, wir haben jetzt das Thema Specials über Special-Herstellung. Denn, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder auch Daniel und Interviews machen, draußen in der großen, weiten Welt, dann bedarf dieses Vieler, viel Vorplanung. Und da hab ich mich mal hingesetzt und alles aufgeschrieben, was da so passiert, was man machen muss. Zum Beispiel, dass ich zuerst, ich mich mit der Booking-Abteilung zusammensetze und irgendwelche Stars raussuche, die überhaupt irgendwas machen. Welche Alben rauskommen, welche Filme rauskommen und, und, und. Und dann telefonieren wir uns die Finger wund und finden dann raus, ob diese Stars überhaupt in Deutschland sind. Denn, manchmal kommen zwar Filme raus oder Alben, aber die Stars kommen nicht nach Deutschland. Und das ist natürlich sehr traurig. Da fehlt nämlich zum Beispiel, dass Ben Affleck mal kommt und mit mir ein Interview macht. Ich hab hier jetzt mal in diesem Text so getan, als hätte ich mal mit Ben Affleck ein Interview machen können und hab dann immer erklärt, was alles so passiert, dass man so in den Flieger verpasst und bla, bla, bla. Und hier bei den Shots & Picks könnt ihr so euch mal anschauen. Das bin ich mit Jessica, wo wir mal gucken, was so überhaupt im Netz zu finden ist über die großen Stars. Das ist der Morten, der telefoniert und sucht mal Leute raus. Das ist Jessica, die telefoniert dann auch nochmal ein und guckt, ob die Leute in Deutschland sind, wann sie da sind. Und dann kommt dann noch der Stefan, der telefoniert auch nochmal. Und das ist echt ganz schön viel Arbeit. Dann geht's weiter mit mir, die auch mal telefoniert, weil es muss auch mal sein, zum Beispiel wenn ich ein Flug buche oder so, oder vielleicht rufe ich auch mal an und frage mal nach, ob es da Lust hat, für ein Gigant Interview zu machen. Oder hier, da muss ich recherchieren. So sieht das dann aus. Dann gucke ich mal in so ein Blatt Papier rein und lese mir das dann durch. Naja, ihr wisst schon, ich habe jetzt alles Mögliche da reingetan, von meinem Flug nach Berlin und mein Interview mit Ben Affleck, alias einem aus unserem Team, wer das ist, könnt ihr selbst nachschauen. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Specials über Specials im News-Bereich bei MSI Giga zum Projekt 26. Wir haben gleich schon ein nettes Geschenk bekommen von unseren Giga-Friends. Und zwar diese Tafel. Und da haben die also richtig Mathe gemacht, ne? Ja. 1429 Tage senden wir schon. Ist das jetzt Giga? Ja. Oder Giga Games? Nein, es ist Giga. Giga. Natürlich, klar. 1021 Sendungen. 5105 Stunden, wow. Moment, wie viele Nullen sind das? 306.300 Minuten. Und jetzt? Jetzt kommt die richtige Mathematik. Da fehlt aber eine Null, oder? Ne, das stimmt. Was? 18.378.000 Sekunden. Ja, 1000 Sekunden. Und eine mehr ist jetzt eben dazugekommen. Ja. Ja, großartig. Pascal und Robert haben uns das geschenkt. Konnte bei uns nie jemand ausrechnen. Wir haben es immer versucht. Stimmt. Wow. Genau, da steht wow und das meine ich auch. Das habt ihr echt gut ausgerechnet. Und vielen Dank für diese Tafel. Wir werden die mit Stolz bei uns platzieren irgendwo. Natürlich. Und wir sind auch stolz, dass wir immer näher unserem finalen Ziel kommen, 26 Stunden durchfeiern. Wir haben heute ja eigentlich Geburtstag, 30. November. Ja, aber selten. Lass mich nochmal an deinen ersten. An den ersten Geburtstag? Tag, nee, deinen ersten Tag. Deinen ersten Tag überhaupt beim Moderieren. Ah, der war schlimm. Als Giga Games. Lass uns einfach ein Tuch des Schweigens über diesen dunklen Tag. Nein, da warst du ja nicht am ersten Tag von Giga Games dabei, ne? Äh, nein, nein. Du bist ja später dazu gekommen. Aber wie war denn dein erster Tag? Also mein erster Tag war eigentlich ganz gut da. Nein, nein, nein. Deine erste Moderation. Nein, nein. Also mein erster Tag war Giga. Da kam ich dann rein. Nein. Jetzt erzähl. Wir alle haben, es gibt Unmengen Videobeweise von diesem grandiosen schlechten Auftritt und der war richtig schlecht. Der Witz ist, ich hatte zwei Sachen. Ich hatte eine Vorstellung, die habe ich verbockt, weil ich alles auswendig gelernt habe und dann hatte ich ein Take, das habe ich so komplett drei Stunden lang auf dem Klo auswendig gelernt und dann habe ich es so langweilig vorgetragen, weil ich es auswendig konnte, dass wahrscheinlich jeder abgestaltet hat. Also das waren meine großartigen Takes, der Beginn einer Riesenkarriere. Aber dass da Potenzial war, beweist du ja heute, dass du immer noch da bist. Weil keiner meinen Job bringt. Ah, das glaube ich. Das glaube ich nicht. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde das cool, dass wir das zusammen machen. Ja, freut mich auch. Wir feiern zusammen und wir feiern zweiten und vierten Geburtstag und ihr feiert hoffentlich immer noch weiter mit. Bei uns dreht sich immer noch alles um den Xbox Live Cup mit MotoGP. Du brauchst keine Angst haben, kriegst du ihn. Einfach in die Kamera. Einfach in die Kamera. Immer in die Kamera. Ich kümmere mich später nochmal drum, Simon. Wie gesagt, MotoGP, Xbox Live Cup mit dem Michael und der hat jetzt das große Finale für euch. So, jetzt ist es so, jetzt ist es so weit. Wir sehen uns und wir sehen jetzt gerade, wenn wir mal ins Rennen schalten, dass er just in diesem Moment an Krautschow vorbeizieht. Wir haben es jetzt auch so gemacht, dass nur die beiden gegeneinander fahren. Das andere sind alles Computergegner, weil wir jetzt auch wirklich für Chancengleichheit sorgen wollten, weil ja ein paar von den netten Xbox Live Spielern immer mal wieder unsere Kandidaten hier rausgekickt haben. Deswegen im Moment nur Gigagames und Krautschow auf dem Weg zum Ruhm. Und in diesem Moment zieht Krautschow auch wieder dran vorbei. Unglaublich, ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich muss sagen, ich hätte doch Formel-1-Moderator werden sollen. Auf jeden Fall sieht es wirklich sehr, sehr spannend aus. Also die beiden sind, glaube ich, doch relativ gleich gut. Jetzt hat es Krautschow wegen einem Sturz etwas nach hinten verschoben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall noch aufholen wird. Wir sind wieder auf dem Sachsenring, haben diesmal das schlechte Wetter allerdings aktiviert, damit das Ganze auch ein bisschen an die tatsächlichen Bedingungen im Moment in Deutschland angepasst ist. Dadurch natürlich andere Voraussetzungen für beide. Also Jalil hat es, glaube ich, noch gar nicht im Regen gespielt. Er schüttet den Kopf. Ich glaube, das ist eine Bestätigung. Dafür schlägt er sich aber wirklich verdammt gut. Und wir gucken gerade mal. Ich hoffe, dass wir es wirklich noch jetzt innerhalb von der letzten Minute hinkriegen. Wir sind Runde 2 von 3. Oh, das sieht schlecht aus. Aber ich hoffe mal, dass wir zumindest eine so eindeutige Führung sehen, dass wir den Gewinner hier schon erahnen können zumindest. Ich glaube, ein Fazit kann man ziehen von den beiden Tagen. Es hat eigentlich allen Spaß gemacht, auch wenn sie wirklich nur zum ersten Mal sogar an der Xbox saßen. Und mit der ganzen Xbox-Live-Geschichte haben sie dann wirklich eine Menge Spaß gehabt. Und die ganzen Xbox-Live-Leute da draußen, vielen Gruß nochmal an dieser Stelle. Ich denke mir, wir sehen uns in Zukunft noch ein bisschen häufiger. Schade, dass wir das jetzt wirklich nicht mehr ganz hinkriegen. Wir können jetzt wirklich einfach nochmal schauen, wann er als nächstes über die Ziellinie kommt. Krausche zieht wieder dran vorbei. Ich glaube, wir können definitiv nicht zum Ende kommen, weil die drei Runden noch nicht vorbei sind. Wir werden warten. Ich werde euch dann nachher, dann im letzten Konsolentake, das Endergebnis sagen. Hier sieht wirklich im Moment sehr, sehr, sehr spannend aus. Und das lohnt sich definitiv für euch, dran zu bleiben. Denn beim nächsten Konsolentake gibt es dann das Endergebnis. Das war's vom MotoGP Live Cup mit den beiden Gladiatoren, Krautscho und Gigagames aka Benny und Jalil. Die beiden haben eine Xbox und ich denke mir, werden auch in Zukunft eine Menge mit der Xbox spielen. Solltet ihr vielleicht auch mal. Solltet ihr vielleicht auch mal. We're probably the key. Loading commercials. Download complete. Musik Jetzt habt ihr das gelesen Den Artikel Biga Global Eine neue Botschaft wird eröffnet Und zwar eine ganz besondere Wie wurde davon? Inside! Die beste Botschaft Genau und wir freuen uns, dass Thomas unser neuer Botschafter In Rio de Janeiro ist Und ich glaube Seine Seite ist nicht nur aktiv Sondern ich glaube er ist auch aktiv Am Telefon Ja, ich bin aktiv am Telefon Hallo Thomas Hi Vanessa, Tudu Bain Hi Tudu Bain Herzlichen Glückwunsch Du bist jetzt Gigabotschafter von Inside Ja, herzlichen Glückwunsch für euch Wir freuen uns, ja Absolut, du klingst nett und du siehst auch Sehr sympathisch aus auf dem Bild Wie bist du denn nach Brasilien gekommen? Ich bin Ich bin Hab mich beworben an der deutschen Schule Hier in Rio Wollte schon immer ins Ausland Speziell nach Brasilien Weil ich das von Urlauben Und auch von Freunden hier kenne Und das hat dann Auch zur richtigen Zeit Im richtigen Moment geklappt Und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres hier in Rio Knappes Jahr hier Super Und du hast auch schon einen Artikel geschrieben Den ersten Weblog Da geht es um ein Fußballspiel Da geht es um ein Fußballspiel Ja, ein ganz besonderes An das wir uns alle Auch in Deutschland alle erinnern können Und zwar am 30. Juni Das Endspiel der Fußball-WM Ja, da können wir uns alle dran erinnern Das wissen wir noch Ich auch Wie alle Ja, hier in Rio In dieser Zeit war ich auch gerade hier in Rio Und Hab also auch hier diese ganzen Erlebnisse live Vor Ort miterlebt Mit den Brasilianern Dann mich natürlich auch gefreut Und Dann Die Party Die also eine knappe Woche Dann hier in Rio ging Miterleben können Ja, das Live und auch dann an der Copacabana Super Das kann man sich alles durchführen Der erste Teil Der müsste schon online sein bei euch Genau, der ist schon da Da kannst du sozusagen Und der zweite Teil kommt dann noch Genau Und jetzt Ab jetzt bist du auch noch im Chat Und kannst mit den Giga-Fans sprechen Über dieses Erlebnis Und vielleicht noch etwas Was kommt Genau Und ich freue mich, dass du ab jetzt Giga-Botschafter Oder wir alle freuen uns Wir freuen uns Absolut Wir freuen uns Und sagen Tschüss noch mal sehen Welcome und Tschüss Ciao Und eine schöne Party für euch Danke Tschüss Ciao Und für alle Giga-Fans natürlich viel Spaß jetzt mit Thomas im Chat Total nett ist er Viel Spaß Ja Noemi ist da Schön, dass du da bist Ich freue mich auch Wir ersetzen mal Nicole da Silva Das war keine gute Idee Gregor Aber danke trotzdem Wir ersetzen mal Nicole da Silva Die ich jetzt noch als Hintergrundbild hab Durch ein Wallpaper von dir Deine Website erreicht man Der Airbase Siehst du, deswegen sagte ich Gregor War keine gute Idee Airbase-media.com Genau Ich muss mich jetzt entscheiden Das finde ich schön Das hat so ein bisschen so einen Graffiti-Stil Das ist aber auch Ist das eine Lederhose? Ja Dann nehme ich das Dann nehmst du es Kled ganz kurz Wir sind sofort da Erzähl doch mal, welchen Song hören wir gleich von dir When Angels Kisses Das ist meine neue Single Die am 9.12. im Laden erhältlich ist Wir werden wahrscheinlich auch in wenigen Sekunden Eine Single zum Zeigen bekommen Ansonsten müsst ihr halt warten Bis sie in den Läden zu erhalten ist Und ich gucke mal kurz Ja Wunderbar Fantastisch Passt auch total gut Ansonsten gibt es auf deiner Website Natürlich auch Tour-Dates Steht da was an, aktuell? Ja, wir machen jetzt eine Dezember-Tour Und da bin ich sehr, sehr viel unterwegs Bist du denn Weihnachten auch nicht zu Hause dann? Ja, der erste Weihnachtstag ist auch schon gebucht Also ich weiß noch nicht genau Wie es dann bis Ende des Jahres aussehen wird Aber Weihnachten, Silvester und so Bin ich schon unterwegs, denke ich Achtung, ihr da draußen Achtung, jetzt kommt die Wichtigste Was sagt denn dein Freund dazu? Gute Frage Keine Zeit Keine Zeit für einen Freund Ich muss dich enttäuschen Ich höre die ersten Sektkorken in der Regie knallen Da lassen wir das Also Tour-Dates kann man sich das anschauen Multimedia gibt es jede Menge Videos Genau Zum Beispiel auch You Ich glaube das war auch der Song Mit dem du das letzte Mal bei uns warst Genau Bei Emily dann Die eben versucht hat Ihre Karriere als Sängerin durchzubauen Oh, danke Ah, da ist sie doch schon Den nehmen wir jetzt Ich brauche einen Kameramann Der zeigt deine schönen Augen Achso Der hier Der große, braune Der zeigt deine CD Die gibt es ab wann? 9.12. 9.12. Überall im Handel Also bald Glück haben 5, 7 Tracks 7 Tracks Und das Video Das Video ist drauf Oh mein Gott Das ist so unglaublich Ich glaube wir gucken uns ein paar Fotos an Auf der Website Ja Denn Fotos finde ich auch mal sehr spannend Hast du ein paar Lieblingsfotos? Also man sagt ja von sich selbst selten Das ist ein schönes Foto von mir Also wenn man nicht gerade arrogant klingen will Aber hast du eins Ne, aber genau das wollte ich dir jetzt eigentlich sagen Also wenn ich jetzt da ein Lieblingsfoto ganz schwer Also Okay, dann suche ich das aus Okay Don't break my heart Das ist schon ein bisschen älter Mal gucken wie du 1999 Wow Danke, danke dir Dass du die alten Kamellen genommen hast Ach das ist aber hier Also ich finde das wunderschön Gucken Klingen wir hier mal auf Next 99 Wie alt warst du da? Du bist noch so jung, dass ich das fragen darf, glaube ich, oder? 99 war ich 21 Okay Ein im Sinne Ja Wir gehen mal ganz kurz zurück Es gibt hier noch ganz, 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 ganz viele Fotos Und ganz viel zu sehen Airbase-Media.com Gleich hören wir dich Noemi Ja Schön, dass du da bist Ich danke Und programmiert schon mal eure Videorekorder Gleich der Show-Act Noemi Peter Äh, das war total schwierig, dass wir uns das überlegt haben Ähm, mit wem gewonnen hat jetzt Äh, aber wir haben, glaube ich, ein Dochen, ähm, also letzten Endes Ähm, haben wir uns das überlegt Und sind zu einem mega, mega übereinstimmenden Urteil gekommen, ne? Ja, vor allem giga übereinstimmend Und vor allem auch gut fürs Radio Selbst auf WDR 4 dürfte dieser Song mit dieser Gruppe dann irgendwann mal laufen Geh ich einfach mal davon aus Ey, die bringen wir ganz groß raus Ey, ich hab mir da schon so ein Konzept, ne? Überlegt, die bringen wir ganz groß raus, ne? Sind die fertig? Ich weiß nicht genau was Bitte? Sekunde Geh gleich los auf jeden Fall Ist, äh, eine mega erste Weltpremiere Ja, und natürlich bei uns heute Projekt 26 So ne Primäre gibt's sonst nirgends Das ist übrigens mega lang, Alter Das ist mega lang So, geht los Viel Spaß Giga Allstars Mit was fürm Lied denn? Ich hör nix und seh nix Wir müssen das Karo Aus Klasma Ich seh keinen Text Ich geh gleich aus Wir seh den Text nirgendwo Vielleicht geht's los Hier ist es auf Feld Wo ist das? Do it's cool Never do I listen to what my parents tell In the fight you'd met and me Irregular dinner In a part of my dream Äh, äh, wenn wir Oh, ist it my own thing In der Stiftung, ne war halt Das war ein bisschen, ne? Futter Beet, beet, beet 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 Beet Das ist ja toll Und dann lass ich den Weg Das ist ja toll Das wird mir auch gut Das heißt Wo jetzt? Do you? No matter what they say Do you? No matter what they say Do you? No matter what they say And my mind always Don't stop Until you get around Hey, hey If I see something that I like I go and grab it Grab it And if you can't get it On a blue time day Mcmere, Mcmere Do you? No matter what they say Do you? Shocker Heute geht ab, ey, das find ich so toll. Ich weiß nicht, ey, du Geil, du Geil, du Geil, du Geil, du Geil, du Geil, du Geil. Ja, 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 ja. Hallo, wer war das eigentlich da gerade? Also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ich habe ihn ja nie vorher gesehen. Das ist mein Stuhl. Ich habe einen falschen Stuhl. Auf diesem Stuhl kann ich keine Experimente machen. Moment. Danke. Das war ein Stuhl, der so niedrig ist, dass ich selber nicht mehr an den Tisch komme. So, wir haben ein Experiment des Jahres, das letzte, um genau zu sein. Und die wichtigste Komponente steht hinter mir. Deswegen Entschuldigung. So, denn wir müssen einen kleinen Versuchsaufbau starten. Welchen genau, werde ich jetzt selber nochmal schnell nachlesen. Könnt ihr auch zu Hause. Nämlich unter dem Artikel Experiment des Jahres 3. Ja, hier steht alles Wichtige. Ganz großes Rätsel-Ei. Wir haben also erstmal Wasser. Da hinein muss Salz. Ja, ganz normales Markensalz. Man hätte auch mehr Wasser nehmen können. Das ist ja schon gesalzen. Hatten wir aber leider gerade nicht zur Hand. Ja, deswegen Salz hinein. Ich denke, das dürfte reichen. Dann ein bisschen umrühren. Und jetzt kommt auf diese große Sülze Öl. Ja, handelsübliches Speiseöl. Salatöl oder was man sonst bei der Mutti im Schrank findet. Ja. Dann das Öl hinein. Man könnte auch vorher, wenn es eine neue Flasche ist, die Flasche aufmachen. Das erleichtert die Sache ungemein. Und jetzt das Öl obendrauf. Und Experten wissen natürlich, das Öl setzt sich über dem Wasser ab. Ja, das ist die spannende Sache. Dabei, das ist aber noch nicht des Rätsels Lösung. Das sage ich direkt. Ja. Und wenn man schon dabei ist, direkt nochmal einen kräftigen Schluck. Dann ist das Wochenende nämlich auch schon gerettet. Moment. Gerade bei Verdauungsproblemen sehr gut angesagt. Besser nicht nachmachen, ja. So. Jetzt kommt in das Ganze ein Ei. Und zwar ein rohes Ei. Und die große Frage ist, und jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Punkt. An welcher Stelle bleibt das Ei? Bleibt es im Öl? Bleibt es im salzigen Wasser? Oder etwa in der Mitte? Ja. Das könnt ihr in den Comments-Bereich posten. Ich werde es natürlich jetzt sofort machen. Und den Mantel des Rätsels lüften. Eben, Hose-Take mit Walter. Erklärung. Vermutung. Roter Fruchtzwerg. Ich gucke mir das direkt mal an. Moin, Martin. Ich denke, das Ei schwimmt zwischen Öl und Wasser. Erklärung. Die Dichte des Wassers dürfte durch das Salz größer sein als die Dichte des Eis. Deshalb schwimmt es auf dem Wasser. Bist du eigentlich noch ganz dicht? Die Dichte des Öls sollte noch geringer sein, sodass das Öl über dem Wasser und über dem Ei schwimmt. Ist richtig. Wir können es ausprobieren. Roter Fruchtzwerg. Hut ab. Sehr gute Lösung. Zack. Ganz gut. Moment. Da ist was schief gelaufen. Wir haben keine Zeit mehr. Alle Eier einfach rein. Es müsste eigentlich in der Mitte schwimmen. Oder habe ich die falschen Eier benutzt? Schade. Keine Zeit mehr. Vielen Dank. Gleich nochmal. Wir haben wieder einen musikalischen Gast bei Projekt 26, die süße No Amy mit ihrer zweiten Single. Ja, und sie präsentiert uns ihre Single When Angels Kiss. Viel Spaß. Wenn angels kiss and swallows cry, one day will come, we'll learn to fly. The broken wheels burn alive. Die schwimmig weiss. K рек 우리가 drauf, all night fühlen,Trга. Die schwimmig weiss. Wir wollen die GIGA-GAMES! Die PS2-Wing! Nur bei GIGA-GAMES! Action-Sports-Adventures & Fun! Die heißesten Spiele auf eurer Lieblings-Konsole! In der ersten Dezemberwoche täglich von 20 bis 22 Uhr! Loading Commercials Download Complete 8 bis 23 bis 23 Uhr! 3 bis 24 Uhr! 3 bis 24 Uhr! Panis Sassen und B mamben! 1 bis 24 Uhr! 10 bis 28 bis 24 Uhr! Amhi das психotisch! Projekt 26 Charity, Ebay und NBC Giga machen gemeinsame Sache für einen guten Zweck. Deswegen steht der Oliver von Ebay hier. Hallo. Wir haben die Aktion Projekt 26 Charity ins Leben gerufen. NBC Giga hat ganz viele Items besorgt, unter anderem diesen... Ja, was soll man dazu sagen? Einen Terminator-Kopf in Originalgröße aus Metall. Und ich muss sagen, Etienne ist eben schon der Unterkiefer ausgerenkt. Der wollte am liebsten den gleich mitnehmen, aber... So einfach geht das nicht, ja? Nee, da musst du ordentlich in die Tasche greifen, Etienne, für den Kopf. Ja, Etienne überlegt, ob er mitsteigert, ne? Bis 800. Bis 800 geht Etienne. Okay, gucken wir mal. Wir gehen mal rauf, wo der Terminator-Metallkopf Dawn of Age steht. Bei 685 Euro, noch 35 Minuten und 37 Sekunden, bereits 59 Gebote. Der Höchstbieter momentan ist Vamp Hunter Xizor und der ist bereit 685 zu zahlen. Wir haben jetzt hier ein Gebot schon im Saal von 800 Euro, also da ist noch ein bisschen Luft. Genau, und zwar kann Etienne sich jetzt auch einloggen, sozusagen, auf Ebay. Wenn er bereits bei Ebay registriert ist. Weil das muss man sein, um mitzubieten. Wenn ihr registriertes Ebay-Mitglied seid, einfach in dieses Gebotsfeld euer Maximalgebot noch circa eine halbe Stunde eingeben. Wenn ihr noch nicht bei Ebay registriert seid, dann könnt ihr das ganz einfach bei ebay.de machen. Das hat auch den Vorteil, dass ihr bei Ebay auch noch andere Sachen kaufen und verkaufen könnt. Also eine super Sache und vor allem hier bei den Auktionen von NBC Giga geht das Ganze auch für einen guten Zweck. Genau, und zwar Charity heißt das Projekt, der ganze Erlös geht für vernetzte Welt für Kinder. Und das ist eine ganz tolle Aktion, da können Kinder in Krankenhäusern zum Beispiel miteinander chatten, spielen und viel Spaß haben. Deswegen, für einen guten Zweck, bietet mit, es gibt noch viele andere, außer diesem Terminator-Kopf. Und wie gesagt, 800 Euro von Etienne geboten, rauf auf Ebay und Projekt 26 Charity. Mitbieten. Ich hatte euch vorhin schon eine Weltpremiere angekündigt für den Verlauf von Projekt 26, unserer schnuggeligen kleinen Familiensendung für die ganze Familie, die ja, muss man sagen, gleich ihren Endspurt antreten wird. 25 Stunden sind fast voll. Nach meinen über fünf Minuten beginnt die Titelstunde, ja, die 26. Stunde von Projekt 26. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und ich möchte mit euch zusammen jetzt mal auf Giga.de gehen. Das ist soweit ja, hoppla, falsch, so da wollte ich hin. Das ist ja soweit erstmal noch nichts, nichts umwerfend Besonderes für euch, euch auf Giga.de aufzuhalten. Aber, wie ihr seht, ja, gibt es auch nach wie vor einen Update-Bereich, da kann man sich reinklicken. Und da findet ihr, stellt eure Politiker-Fragen von gestern beispielsweise, ihr findet hier die erste Weltpremiere, Update der Film. Ja, ihr auf dem Laufband, eure Grüße auf unserem Laufband, bastelt eine Foto-Love-Story, das könnt ihr nach wie vor machen. Unter diesem Artikel gibt es Shots & Picks mit Sprechblasenbildern, die natürlich unausgefüllt sind, das sollt ihr tun. Und zwar sollt ihr diese Bilder zu einer richtigen Story verknüpfen, da warten wir auch gespannt drauf. Und unten findet ihr, Minister Twister at Update. Da gehen wir mal drauf. Minister Twister, was könnte das sein? Wenn ihr euch den Artikel durchgelesen habt, habt ihr sicherlich schon gemerkt, dass es sich dabei um den Nachfolger handelt, unseres legendären Kanzler-Six-Packs. Da gibt es einen Link, der heißt Let's Do The Twist. Da würde ich jedem von euch empfehlen, einfach mal drauf zu klicken, weil dann kommt ihr hier hin und da seht ihr, hey, da oben gibt es noch einen Kanzler-Six-Pack-Button. Aber Kanzler-Six-Pack war ja unser Online-Spiel zur Bundestagswahl. Und die Bundestagswahl ist gelaufen, daher ist unser Kanzler-Six-Pack auch durch. Aber hier unten gibt es einen neuen Button und der heißt Minister Twister. So, wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr schon mal etwas, das ein bisschen anders aussieht. Wir haben uns nämlich einfach überlegt, jetzt nach der Bundestagswahl können wir ja so ein erfolgreiches Spiel wie unser Kanzler-Six-Pack nicht einfach so beenden. Es musste also einen Nachfolger geben. Wir haben lange nachgedacht, wie der aussehen könnte. Und hier findet ihr ihn, ja, das ist der Minister Twister, denn natürlich nehmen wir für unser Spiel nach der Bundestagswahl auch die echten Minister, die wir jetzt haben. Es sind 13, wenn ihr mal hier schaut, könnt ihr nachzählen, kommt ihr auf genau 12, ja. Da fehlt uns im Augenblick noch unser Verteidigungsminister, der Herr Struck, aber dessen Kopf wird noch nachgeliefert. Und was ihr auch sehen könnt, ist eine kleine Veränderung zum Kanzler-Six-Pack. Es gibt hier in unserem Minister-Kabinett, ja, in unserer Minister-Reihe nur noch 5 freie Plätze, die ihr besetzen müsst. Dafür aber schöpft ihr aus dem vollen Leben, ihr schöpft sozusagen aus diesen 13 Ministern. Was auch auffällt, ist dieses ja unauffällige Hinweisschildchen hier unten, da wo steht, coming soon. Denn so sehr wir auch wirklich uns beeilt haben und so sehr wir uns gewünscht hatten, dass wir euch dieses neue Spiel heute schon in Vollendung präsentieren können, zu unserem Geburtstag, genauso leid tut es mir sagen zu müssen, ganz hat es nicht geklappt, aber es kann sich wirklich nur noch um einige Tage handeln, bis wir starten können mit dem Minister-Twister und ihr könnt euch hier schon mal durchlesen, wie gesagt, wie das Spiel funktionieren wird. Es wird wieder jede Menge Extras geben, wo ihr Punkte sammeln könnt, ihr werdet voten können und was ganz neu ist, wir haben das Experten-Gremium. Und das verteilt am Ende jeder Woche Daumen hoch, neutrale Daumen und Daumen runter für unsere Politiker. Und je nachdem, welche ihr in eurem Team habt, ja, mit Daumen rauf, okay oder Daumen runter, kriegt ihr Punkte oder bekommt Punkte abgezogen. Minister-Twister hat Update, lest euch schon mal durch, wie es geht, in wenigen Tagen werden wir damit starten. Euch viel Spaß dabei. Projekt 26. Der wohl längste Fernsehmarathon, den sich je ein Fernsehsender getraut hat, oder zumindest getraut hat, seinen Moderatoren zuzumuten, nähert sich langsam aber sicher dem Ende. Eine Stunde noch. Das heißt, nochmal richtig schön ranklotzen, nochmal alle fetten Themen rauspoolen aus den Rechnern, was es eben so gibt. Und da fange ich einfach mal bei Stars an, denn die haben sich garantiert was ganz Tolles ausgesucht. Ja, für die letzte Stunde NBC Gigaprojekt 26 haben wir das Huba Huba Tup Tup Lied oder so ähnlich, das ist ziemlich, Anime Karaoke. Also, ich weiß, eigentlich wollt ihr uns nicht mehr singen hören, aber wir machen es trotzdem. Und wir haben einen coolen Gast, Miki Krause, ist in the house and he will perform a new song. Coole Scheiße. Also so heißt der Song nicht, aber könnte man eben so heißen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall Spaß bringen und da sind wir auch gleich bei Sport & Fun. And then you save the best for last. Ich glaube, ich kann ohne Übertreibung behaupten, dass diese Stunde nochmal alles toppen wird, was der Sport & Fun Bereich bislang gebracht hat. Auch wenn es schwer sein wird. Ja, der letzte Show-Eck war doch schon so. Wir werden es versuchen. Bis gleich. Was machen denn meine lieben Leute bei dem Update-Bereich heute? Ich kann mich der Görchen nur anschließen, es wird nochmal richtig heiß werden in der letzten Stunde. Wir geben nochmal alles und versuchen tatsächlich diesem Tag ein Sahnehäubchen aufzusetzen. Oh Gott, da bin ich ja wirklich gespannt. Also ich bin sowieso, die letzte Stunde wird glaube ich, ach, der Hammer. Und auch bei Megaradio wird es nicht anders sein. Allerdings. 25 Stunden lang haben wir jetzt megamäßige Preise rausgehauen und das wird auch in der 26. Januar sein. Also tun wir das auch gleich. Geht ihr erst noch schnell auf unsere Website auf megaradio.net. Tragt euch ein, übermittelt ein paar Grüße an euch, ihr Geburtstagskinder. Und dann könnt ihr auch gleichzeitig damit was gewinnen. Fette Megaradio-Pakete. Alles das jetzt bis 5 live. Wunderbar. NetBeat, nachdem das großartige Experiment hier eben so fabulös geklappt hat. Was hast du Neues für uns? Gleich werden wir nochmal richtig auf den Putz hauen. Wir, das heißt Joey und ich werden hier gemeinsam sitzen. Und ich weiß noch nicht, was wir machen, um das Ganze überhaupt noch zu toppen. Vielleicht ziehen wir uns einfach aus. Ja, das wäre nicht los. Mehr Eier, genau. Genau. Und ja, ich denke, das ist mal was, was wir uns vorgenommen haben. Okay, und dann gehen wir zum lieben Karsten. Hallo. Hallöli. Ja, wir sind fertig mit dem Xbox Live Cup und MotoGP. Das heißt, bei uns geht es weiter mit der History der Konsolen. Das heißt, wir haben noch ein Spiel für das Sega Master System und zwar Star Wars. Vielleicht haben wir auch Shinobi. Muss ich mal gucken. Okay, cool, 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 cool. Also wird die Stunde... Du hast das ausgedacht. Ja, aber die letzte Stunde wird genauso vollgepackt mit tollen Sachen wie alle anderen anderen 25 Stunden auch. Wir haben natürlich unsere Aktion, die noch weiterläuft, ne, im Zeitbereich. Wir suchen das Stream-Team. Da klicke ich da mal drauf. Genau. Im Zeitbereich. Ihr habt uns Collagen geschickt und wir mussten dann leider zehn aussuchen. Ich hätte gerne mehr ausgesucht, aber die zehn, die wir in der Vorentscheidung sozusagen ausgewählt haben, sind jetzt online. Und ihr könnt im Vote entscheiden, welches euch am besten gefallen hat, welches Bild. Und das kommt dann auch gleich in den Vote. Ihr könnt abstimmen und die beste Karikatur, die beste Collage kommt ins Gigabuch. Also haltet euch ran. Der Countdown läuft. In dieser Stunde wird's entschieden. In dieser Stunde wird's entschieden. Wir haben sie alle. Vor der Kamera oder im Netz. Hier im Stars-Bereich findet ihr alles, was euch interessiert. Specials, Guests, DVD-Area und vieles mehr. Nur bei Gigastars auf giga.de Supported by Vibetail. Kommunikation ist alles. Loading, commercials. Download, complete. Auf Wiedersehen. 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 Ihr wollt mich nicht reden hören. Ihr wollt uns singen hören. Wir singen was ganz Besonderes. Ginai in the Boogroom live. Kommt aus dem Hybrid Studios oder so ähnlich. Das ist total cool. Könnt ihr euch... Von den Fans in unserem Animanga-Forum in der Giga-Community. Von den Giga-Friends. Und ihr könnt euch bei uns runterladen. Bei uns im Stars-Bereich. Achtung, fertig. Wir singen jetzt alle. Gebt euch Mühe. Jochen singt auch. Tschüss. 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 Tüß. Wahrscheinlich. Tschüss. ... Na, du singst gar nicht. Annamen, 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 Annamen! Annamen, Annamen! Annamen, 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 Annamen So, Dr. Jones ist da. Ist übrigens die englische Version, wie wir hier unschwer erkennen können. Ich hab damals die deutsche gespielt, ich lamer. So, jetzt müssen wir hier ein paar Sachen anklicken. Jetzt hab keiner funeral Ohren. Das ist kompetent. Achtung und nein. Oh, das ist wieder umgekehrt. Er lebt doch noch, oder? Ja, ja, geht gleich weiter. So, er lebt doch. Ist er das? Ja, es ist er. So, nein, 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 ich wollte doch nur, oh nein. Nein, er ist nicht tot, Achtung. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wollen wir mal schauen, mich hier anschauen. Achtung, Achtung. Ja, ja, ja. Ach ja. Tja, drei Tote gestorben. Ich glaub, ich hab noch sechs Leben vor mir. Ich werd das Spiel jetzt noch ein bisschen zockern. Die Jungs werden noch ein bisschen mit mir mitbrüllen. Ein geniales Adventure. 92 kam's raus. Und jetzt kommt, glaub ich, mir kommt jetzt Update. Update. So, habt ihr's gemütlich, Kind, ne? Das ist schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, ich hab mir, ich hab mir überlegt, wenn wir, nein, nein, nicht singen, nicht singen. Bitte nicht singen. Bitte nicht singen. Bitte nicht singen. Ich hab mir gedacht, wenn das schon keine offizielle Rekordsendung hier ist, dann stellen wir immerhin einen kleinen Rekord auf, nämlich der Rekord des Quiz, bei dem die meisten Antwortgeber gleichzeitig in einem Quiz möglichst viele unterschiedliche Antworten geben. Ja? Also, ich hab mir überlegt, wir nehmen den Chat einfach auch noch mit dazu, damit die auch noch ihre Antworten geben können. Aber ich glaube, ich glaube, unser... Scheitert recht. Ich glaube, unseren Server hat's endgültig in die Knie gezwungen. Das wäre nicht erreicht worden. Also, wir fangen mal... Wir fangen mal erst... Das ist hier dieser großartige Check, dieser Server-Check, aber... Der ist so weit weg. Ich glaube, nee. Also, wir fangen einfach mal so an, ja? Wir fangen so an, ähm, mit der ersten Frage. Ich bitte um ausschließlich richtige Antworten, ja? Ah. Ah ist fast richtig. Ah, sie stießt auf meinem Fuß. So, geht los. Und nimm die Karten. Und wenn das nicht geht, dann nehme ich die Karten. Danke, Emily. So. Ah, nee, da. Wir machen zum Aufwärmen schon mal so Fragen wie, ähm... Gregor guckt... Wie weit ist die Erde von der Milchstraße entfernt? Drei. Drei. Viel zu weit. Weit. Sieben. Die hat gewonnen, die hat weit gesagt. Richtig, Emily. Du hast gewonnen. Weit ist richtig. So. Ähm, ähm, ich mach's andersrum. Ich sage die Antworten. Ihr müsst die Frage dazu wissen. Antwort ist, beides ist richtig. Wer ist... Was ist Thomas? Nee. Ist Thomas... Ist Thomas... Ist Thomas... Ist Thomas... Richtig. Oder ähnstlich. So, gewonnen. So, ähm, nächste Frage. Achtung, jetzt wird's schwierig. Ähm, ähm... Tiere 600. Ähm, das ist eine Scheißfrage. Ähm, hier. Aber super ist das hier. Antwort Nummer zwei. Ja. So, Achtung. So, die Frage. Ähm, war Dürer verheiratet? Ja. Ja. Das ist richtig. Juhu. So, äh, nächste Frage. Wie nennt man die Technik, in der die berühmtesten Ikonen gemalt sind? Ich gebe Antwortmöglichkeiten vor. Wie nennt man die Technik, in der die berühmtesten Ikonen gemalt sind? Ich sag das mal aus. Ähm. Kamasutra. Antwortmöglichkeit eins. Antwortmöglichkeit eins. Goldgrundmalerei ist das älteste fotografische Verfahren. Antwort, Antwort zwei. Ich sag das ist Goldgrundmalerei. Antwort zwei. Goldgrundmalerei. Ich sag das Goldgrundmalerei. Ich sag das mit den Ausgaben. So, und jetzt, und jetzt, ich gebe nur die Antwort vor, ich gebe nur die Antwort vor, ihr müsst die Frage stellen. Antwort ist, in Bayern. Woher kommt Caro her? Wo wohnt Caro? Sonst? Falsch, die richtige Antwort wäre gewesen, die richtige Antwort wäre gewesen, wo spielt man den schlechtesten Fußball? Das war's! Wohin jetzt? Hierhin! Punkt! Projekt 620 und, äh, die Leute kommen nicht so im Pult, das ist ja dumm. Ihr habt Angst, Schisser! Wir brauchen eure Meinung. Wir haben ja nichts. Doch, ihr habt eine. Und zwar, welches Bild gefällt euch am besten? Das? Nein, jetzt kommen noch welche. Ich mag, ähm, Maus und, äh, die Sendung ist ja Maus. Okay, eine Stimme für das. Habt man mehrere Stimmen? Nein, deine Stimme ist jetzt weg. Das ist das, das du. Okay. Ich muss, ich muss weg, tschüss. Okay, jetzt hab ich drei Stimmen und trotzdem keine Antwort. Oh, das ist auch großartig. Ja? Ja, super. Ihr müsst euch entscheiden. Vanessa sagt das davor. Vanessa, warum sagst du das aus dem Hintergrund? Komm her. Das hier. Nein, das ist nicht gut. Also, es ist so schwierig. Das ist ganz schlecht freigestellt hier, das finde ich nicht gut. Ja, aber Sumitra sieht umwerfend aus. Richtig, ich hab so einen Körper, den ich niemals haben werde. Das ist schade, aber es ist schön in dem... Du hast eine Waffe in der Hand. Ja, ja, also... Nein, das ist aber... Das stimmt auch. Guck doch mal. Du wirst doch eine Waffe niemals haben. Ja, wer weiß. Das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht werde ich sie bald haben. Ja, also wir können uns nicht entscheiden. Deshalb geht es leider weiter. Und wir können immer noch nicht ermitteln, wer das Dreamteam ist. Das müsst ihr tun auf Giga.de. Das bin ich. Wir sind drauf. Ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt auch bei mir irgendwie alle singen kommen. Aber es will keiner mehr singen. Schade, ich hatte so ein schönes Lied rausgesucht. Simon, ich hatte so ein schönes Lied rausgesucht jetzt. Was denn? Ich hatte echt ein schönes Lied rausgesucht, was wir jetzt alle zusammen singen können. Die sind alle abgehauen. Ja, hol ihn mal her. Komm alle her. Wir wollen singen wieder. Komm alle her. Wir sind jetzt alles automatisch, ja. Jetzt ist keiner mehr da. Hey, auf dein... Auf jetzt, wichtig, Arbeit, ihr werdet bezahlt dafür, los. Auf, auf, auf. Das ist eine Überraschung. Du auch, her damit. Eine Überraschung. Jetzt sind sie alle da. Hallo, Pause drücken. Deswegen, das Lied ist wirklich relativ bekannt. Und... Haben wir meinen Rechner schon drauf? Kenn ich. Nee, das ist Tekken, das ist nicht mein Rechner. Ja, das ist ein bisschen lauter machen, glaube ich. Dann kennen die Leute das auch. Hoch auf dem gelben Wagen, süß ist ein Stadion vorn. Wollen wir das so schnell? Ne, was? Wo wird die Rüste traben, lustig schmettert das Horn. Hör ihn auf, wie ist er noch auf, weil ich uns rüstet, die Stimme versteht. Der möchte so gerne noch schau'n, aber der Wagen der Wollt. Ich würd ja echt gerne noch schau'n, aber der Wagen der Wollt. Hör ihn auf den gelben Baraken, schieß dich. Haino hat's eine Art Kafferung. Hör ihn auf, wie ist er noch 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 auf. Sie gehen noch, mein Junge. Ich mach nochmal von vorne, dann wisst ihr alle, welches es ist. Wenn hier irgendwas gesungen wird, dann ist das Chor auf dem Kälte Wagen, nicht? Echt jetzt? Das kennt echt keiner, ne? Das ist sinnlos im Weltraum. Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Die kennen das echt nicht, ne? Ich finde das nicht, das kennt keiner. Gut, dann kommen wir zum Ende. Wie jeder kennt das grandiose Remax von Roma Fiegelberg. Trotzdem, danke an meine Kollegen, dass ihr ihr genügt habt. Unser T-Song heißt der Follow the G und den haben wir mit den Weather Girls aufgenommen. Wir sind ganz, ganz stolz und froh, dass sie das gemacht haben. Und wir waren natürlich genau mit dabei. Wir waren sozusagen im Studio, als sie den Song eingesungen haben. Und es gab da einen kleinen Part, den ich übernehmen durfte. Und darüber habe ich mich natürlich auch gefreut. Die Weather Girls Follow the G, das Making-of, jetzt für euch. Und da haben wir mit den Song eingesungen gemacht. Wir werden mit den Song eingesungen gemacht. Aber die Song ist ziemlich busy, so ich versuche mich zu fühlen. Wir werden arbeiten. Wir werden arbeiten mit dem. Untertitelung. BR 2018 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 Loading. Commercials. Download. Complete. Untertitelung. BR 2018 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 Ich glaube, er ist in der Leitung. Ist er in der Leitung? Ja. Hallo. Hallo, Justus. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der neue Gigabotschafter für Help von Schuh. Jo. Justus? Ja. Ja. Kennst du dich denn wenigstens aus mit Computer, Software und Hardware und so? Ja. Ich war vorher in der Schule in Aachen und habe da Ausbildung angefangen als Informationstechnikerassistent. Und seid ihr noch da? Ja, ja, wir sind noch da. Dann bist du ja kompetent, ne? Und, äh, ja, das war ein gutes Erlebnis und hab auch viel gelernt. Ja. Weißt du, was noch viel spannender ist? Was denn? Justus ist, glaube ich, oder seine ganze Familie ist, glaube ich, die einzige Familie, die ich kenne, die bei dieser Greencard-Lotterie anscheinend tatsächlich gewonnen hat. Stimmt das, Justus? Ja, so sieht's aus. Wow. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Jetzt gehen wir ja in die letzte Stunde unseres Projekt 26. Du bist also der letzte Botschafter, der jetzt aktiviert wird. Vielen Dank. Und du bist jetzt noch im Chat, richtig? Ja. Gut, dann können also alle Gigafriends mit dir auf der ganzen Welt jetzt chatten. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Ja. Tschau. 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 Oh, äh, Micky Kraus ist bei uns zu Gast und wollte gerade den fetten Heiko einweihen. Entschuldigung. Oh ja, hast du gut gemacht. Ja. Ganz schön feucht. Ach, super. So ein Bäumchen muss ja gedüngt werden, ne? Was hast du gegessen gestern? Ich hatte gestern nur Knoblauch den ganzen Tag. Ah ja, riecht man. Gut, ähm, die Brille, die ist echt klasse. Steht hier sehr gut, das macht ein schmales Köpfchen. Du kannst das gerne dafür anfangen. Ja, mach ich. Elvis. Boah, was für ein geiler Typ. Du hast ein altes Album mitgebracht, ich weiß gar nicht, worüber ich mit dir reden soll. Genau, ich hab ja kein Geld, um ein neues Album rauszubringen, aber im nächsten Jahr gibt's auf jeden Fall ein neues Album. Ich hab mein gesamtes Erspartes zusammengesammelt und nächstes Jahr gibt's ein neues Album. Weißt du, dass der Jürgen aus dem Big Brother Haus gesagt hat, dass du der erfolgreichste Künstler in Deutschland bist und dass du am meisten gebucht wirst und dass du super viel Geld hast, dazu eigentlich 80.000 Album. Ja, da kannst du mal sehen, wie verlogen die Welt ist, aber Jürgen ist wirklich ein netter Kerl, hat jetzt auch irgendwie ein Buch rausgebracht, ein Malbuch oder irgendwelche Sachen und, ähm... Da stehen Wörter drin. Ja, das stimmt. Da stehen Wörter drin, ja, ich kann nicht lesen, ich war Sonderschüler. Ach so. Äh, weil meine Eltern sagten, ich bin ein bisschen Sonderschüler, Muster-Sonderschule, deshalb. Das, naja, ich mein, aber da ist schon was aus dir geworden. Ja, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall Klamotten geschmackt. Ich wollte ja erst Frauenarzt werden, ne, weil ich mich für Technik interessiere, hat aber nicht hingehauen. Ach so. Dann apropos Frauen, ich hab mir gedacht, wir haben so einen Rückblick der schönsten Frauen, die uns die letzten vier Jahre begleitet haben. Ei, da bin ich dabei. Zeig mal die Hühner. Also die erste Frau, die gefällt dir bestimmt nicht, weil das ist so ein gemaltes Ding, ne? Das ist jetzt auch egal, aber das nächste bestimmt. Na, was meinst du? Ja. Wenn das Jackies ist, ist das? Das ist ein kleines, geiles Mischstück. Okay. Na? Oh. Stehst du ja auch blond oder dunkelhaarig? Äh, ist mir egal, wenn ich blau bin, interessiert mich die Haarfarbe nicht mehr. Die ist, glaub ich, ein bisschen jung für dich, die ist, glaub ich, 14 oder so? Ja, obwohl, ich stehe ja auf Jungfrauen, weil ich keine Kritik vertrage, also jünger, desto besser. Okay. Ja, was soll das denn? Ja, also wir haben auch ein paar Männer reingebaut. Nee, die brauchst du mir aber nicht zeigen. Heidewitzka, Herr Kapitän. Das ist die gleiche, die vorher war, aber die ist einfach älter geworden. Ja, wenn die 16 ist, dann hab ich sie auch schon mit 14 damals kennengelernt. Wer ist das? Da läuten die Glocken. Das bist du, oder? Nein. Nee. Das ist super. Das ist Blümchen ungeschminkt. Aber nicht schlecht, oder? Nee, hier schön mit der Rose. Magst du gerne Spitze? Ja, ich bin ja selber spitz wie ein Knicker. Ich merke das so unterm Tisch. Ja. Du bist nicht würdig, mir die Stiefel zu lecken. Das hattest du wahrscheinlich auch gar nicht vor, oder? Junge, Junge, Junge. Das sind coole Bilder, oder nicht? Das sieht aus, als würdest du kacken, oder? Ein harter Stuhl. Ja, ein harter Stuhl. Super. So, wir werden gleich eine Weltpremiere hier erleben. Ja. Reiß die Hütte ab. Wirst du es auch machen, wir haben nicht nur noch eine halbe Stunde Sendenzeit. Ja, also ich werde die Hütte abreißen, mein neuer Song. Und ich hab mir vorgenommen, weil heute da irgendwie 40 Jahre Giga ist, die ersten 10 Besucher meiner Homepage www.mickikrause.de gewinnen diese CD. Die gibt es nur als Promo, gibt es nie als Single zu kaufen, aber ihr könnt sie gewinnen. www.mickikrause.de Und gleich live bei uns auf der Bühne dranbleiben. Reiß die Hütte ab. Jo. Projekt 26 Charity. Und wir haben gerade mal die letzten Zwischenstände geprüft. Ich zeig euch jetzt mal, wie das funktioniert. Oliver von Ebay ist da, denn NBC Giga und Ebay machen gemeinsame Sache für einen guten Zweck. Und zwar geht der Erlös dieser ganzen Items, die wir besorgt haben. Zu dem Verein Vernetzte Welt für Kinder. Genau. Und zwar stiftet dieser Verein, oder kauft dieser Verein PC-Einrichtungen für Kinderkrankenhäuser. Also eine super Sache. Man kriegt ein Produkt, was man so nicht im Laden kaufen kann oder bei Ebay sonst. Und man tut noch was für einen guten Zweck. Das ist super. Ich zeig euch jetzt nochmal ganz kurz, wie man da hinkommt auf Giga.de. Dann auf Projekt 26 Charity klicken. Und dann seid ihr auch schon auf der Seite, wo die ganzen Items erklärt werden. Einige sind schon ausgelaufen. Ich glaub, das letzte war... Der Terminator 2 Kopf. Der Terminator 2 Kopf ist gerade ausgelaufen. Schauen wir uns doch mal an, was geboten wurde. Ganze 703 Euro. Also ein stolzer Preis. Hervorragend. Ja. Super. Insgesamt 61 Gebote. Genau. Und der Höchstbieter ist Vamp Hunter Xizor. Den hatten wir vorhin auch schon mal live dabei hier. Und ja, ihr könnt noch mitbieten bei den letzten Auktionen. Die laufen auch noch die nächsten Tage. Ja, die sind hier alle zu sehen. Also wen haben wir denn da in der Übersicht noch drin? Als nächstes wäre die geairbrushte Xbox von Ghost Recon. Die sieht man hier vorne auch im Wüstentarn-Design. Also ein absolutes Unikat. NBC Giga von Ubisoft bekommen. Und versteigert es bei Ebay.de. Und zwar 451 Euro. Also mit 452 Euro seid ihr dabei. Und ihr tut das Ganze für einen guten Zweck. Ich danke euch. Bietet also mit. Bis bald. Projekt 26 Charity. Mitbieten. Jetzt haben wir ein Show-Eck, auf dem wir uns wirklich die ganzen 26 Stunden gefreut haben. Jetzt kommen die Sport & Fun Boys. Featuring Micky Krause mit Celebration. Oh yeah, we're gonna have a Celebration. Celebration tonight. Let's go Celebration. Wir brauchen auf den Plasmen für Achtung. Hallo Regie, bitte mal Karaoke. Sport-Bahnrechner hat Karaoke. Let's go Celebration. We're a great guitar. Come on, come on. The party's going right here. A Celebration. It's going throughout the year. So bring your good times. And your laughter too. We're gonna celebrate your party with you. Come on. Celebration. Woohoo. We're gonna celebrate and have a good time. Come on. Celebration. Let's all celebrate and have a good time Woohoo! It's time to come together It's up to you What's your pleasure? Everyone around the world Come on! Woohoo! Woohoo! Party on, man Yeah, yeah! Woohoo! So celebration Celebrate good times Come on! Woohoo! Celebrate good times Come on! Let's celebrate We're gonna have a good time tonight Let's celebrate It's all right We're gonna have a good time tonight Let's celebrate Let's celebrate It's all right Oh, yeah, man Celebration Woohoo! We're gonna celebrate and have a good time It's all right Celebration Come on! Come on! It's all right Celebrate Let's celebrate Let's celebrate Let's celebrate Have a good time Celebrate good times, come on! Der letzte Netbeat-Taker ist im Projekt 26, unglaublicherweise. Also, aber was wir bei der ganzen Sache praktisch total vergessen haben, ist und sind unsere Briefe und Pakete und so weiter, die ihr uns geschickt habt. Und wir haben jetzt ein Paket hier. Stimmt's? Ja, haben wir. Toll. Und jetzt heißt es auspacken. Ich weiß natürlich noch nicht, was drin ist. Die Joey hat eben schon mal geguckt, weil die kann es nämlich nicht aushalten. Oh, hier sind lustige Sachen drin. Hier, das ist ganz wichtig, Martin. Das ist... Warte. Was denn? Das mache ich gleich. Hier, das musst du zeigen. Ja? Das ist nämlich total cool. Dann passt das doch gar nicht zu mir. Oh, da steht was Englisches drauf. Happy. Birthday. Sind wir schon. Und was kommt dann noch? Birthday. Haben wir. Riesig. Das können wir uns ja jetzt noch hier hinhängen für die letzten anderthalb Minuten. Oh, da fehlt das R. Hat ihr das gesehen? Das R fehlt. Ist ja unglaublich. Ohne Karte noch. Für Giga und für Games. Aha. Für Giga und für Games die Karte übrigens. Das ist nicht so einfach. Moment. Guckt doch mal schnell in die Karte rein, während ich mir den Luftballon lustig über dem Kopf zerreiße. Super, Martin. Super, Martin. Hast du toll gemacht. Und jetzt wünschen euch eure treuesten... Ach so, wünschen euch. Glückwünsche steht noch oben drüber. Wünschen euch eure treuesten Fans, Arisha Fenix und Jasmin Koglin und Katharina Kigans. Danke. Großartig. Gibt's noch mehr? Ja, es gibt ganz viele Steckbriefe. Ui, Fragebogen. Wo ist zu Hause dein Lieblingsplatz vor dem Computer? Ja, das müssen wir wahrscheinlich ausfüllen. Ja, nein, das ist schon ausgefüllt. Das ist schon ausgefüllt, aber das ist für dich. Siehst du? Oh, das ist toll. An alle für Giga. Ach so. Und Luftballons zum Aufblasen. Riesig, oder? Ja, ist toll. Sollen wir noch einen knallen lassen? Wir können ja mal zum Beispiel auch um die Wette Luftballons aufblasen. Was hältst du davon? Sollen wir das machen? Ja, können wir machen. Um die Wette Luftballons. Okay, ich nehme rosa, ich nehme es grün. Wir haben noch zehn Sekunden, ne? Ich zähle von neun rückwärts. Ne, jetzt. Gewonnen. Ich kann nicht mal nicht sagen. Vielen Dank für die tollen Sachen. Hurra! Letzte Stunde, letzter Gast, letztes Chaos. Ich glaube, ich brauche zu den folgenden Kollegen hier gar nicht mehr viel sagen. Er überlebt unser Finale. Er überlebt sein Showrecht. Micky Krause bei uns mit Reiß die Hütte ab! 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 Ganz, ganz schnell! Ich will euch hören! Ich will euch hören! Gleich wie es hält! Reiß die Hütte ab! 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 GIGA STARS Supported by Bibitel. Kommunikation ist alles. GIGA STARS Voll spitzige Hände. Projekt 26, es ist doch wirklich wahr. Wir haben 26 Stunden live gesendet. Vier grandiose Sendungen. Und ich kann sagen, ich bin echt stolz auf alle Leute. Alle Leute, die mitgeholfen haben, mitgearbeitet haben. Denn es war wirklich ein riesen Abenteuer für uns. Das war genial und natürlich wollen wir das Ende der Show richtig toll beenden. Mit Wunderkerzen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben keine Wunderkerzen aus dem Regal gegrabt. Das komplette Budget verbraten. Und jetzt gleich klatschen wir alle im Rhythmus. Ja, vor allem, ich verbrenne gleich. Ich habe auch noch ein bisschen... Du weißt, ich bin eine Memme. Unglaublich, was wir hier an Feuerwerk abzünden. Nur für euch. Ah! Simon. Ich habe was abbekommen. Vier Jahre GIGA, zwei Jahre GIGA Games. Das sind sechs Jahre GIGA insgesamt. Ja, fast, genau. Aber wir haben noch keinen Plan, irgendwann aufzuhören. Wir haben weiterhin ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr auch. Ich glaube, ihr geht immer nach hinten. Also bleibt dabei, ne? Und... Das alles wäre nämlich nicht möglich gewesen, ohne diese Crew. Und ohne diese Menschen, die sich jetzt da... Genau, komm, wir gehen nach hinten. Wir gehen nach hinten, alle, die dabei waren. Vorsicht, heiß, ich brenne. Ich brenne, ich brenne! Au, 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 au! Ganz nach oben, halt in! Die haben wir verbrennen! Macht mal ne Krasse für die Kamera! Aua! 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 Ich glaube, ich glaube, also, wir sagen uns allen ein gemeinsames... Hey, Wim! Hurra! Hey, Wim! Hurra! Hey, Wim! Hurra! Yeah! Applaus für die Leute vor der Kamera, hin zu der Kamera, alle Leute, viel Zeitmetage aus der Erstmetage! Keiner, bitte! Ich bin total begeisternd! Alle, die mitgemacht haben und durchgehalten haben! Vielen Dank! Applaus 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 Das war super mit euch! Ja, mit euch, ja! Tschüss! 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 Das machen! Wie immer! Rund um die Uhr! Wir holen uns jetzt ein bisschen, feiern schön, und jetzt gibt's ein bisschen Musik, und ein bisschen was zu trinken, dann feiern wir doch auch schön! Außerdem ist guter Spanner guter Spanner! Danke! Now, come on everybody! All right now, come for your fun! Get out there on that dance floor! Go stand behind! Go! All right, girls! Go! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020